zack hier läuft wunderbar wunderbar ach guck mal da sitzt du schon rein da so daumen ist da perfekt kannst du auch wieder mit am start hallöschel willkommen zurück jo schnapp ich auch da hallo 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 parko bin da wer noch man ist ja spät 23 uhr hat er geschrieben immer spät der ltw so lange ja das war so wie mal daumen angabe war zumindest meine zielsetzung gewesen jetzt hat es halt bei last year ein bisschen länger gedauert jetzt sind wir aber drin da ist er wieder genau da bin ich wieder hallöschel der don meinte eben kommt morgen kalisto protokoll ist wäre durchaus auch eine idee morgen wieder neues singleplayer game anfangen aber wieder wieder anfangen das ist der punkt dabei wieder anfangen das hat der don mir ja sogar geschenkt von zwei wochen mittlerweile ist der protokoll ist spiel hat auf dem jupiter mond kalisto der in der zukunft ein gefängnisplanet der menschheit ist da ist irgendwas passiert das war muss mit dem wackelkopf ok twitch con hype ok so heißt das immer ja jetzt heißt es erst mal wieder halbe stunde durch die ganzen täglichen und wöchentliche belohnen durchklicken also der titel ist nicht ohne ohne grund so genannt wie komplex soll das spiel seid ja natürlich update ankündigung blablabla 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 du scheiße ok les man so noch mal durch so ich spiele auf dem server 1001 blockade da springen wir direkt wieder rein und dann gucken wir weiter kathie guten abend guten abend ja bis freunde im spiel nach muss meine freundschaft zur frage geschickt ihre seinem häufigsten in ihrem jeweiligen lebensraum zu finden ist oder im wald jaja im wald habe ich schon die kokodille gesehen dankeschön der ankerkatz warst du noch nicht du warst doch schon öfter hier gewesen oder jetzt erst ein abo dankeschön so was gibt es hier wieder was umsonst zu würfeln ja kann man wieder einmal umsonst würfeln oh was ist das denn keine ahnung 60 punkte erhältlich bei einem event spielmodus kann während des events zeitraums gegen gegensteine getauscht werden ok gegen was ok wir brauchen 2500 es ist valentinstag halt ne valentinstag halt kohlefaserverstärkungsbeschichtung oder nanotraverstärkungsbeschichtung könnte ich mir kaufen hier punkt sequenz wenig silber ok 1000 silber ok könnte ich mir 6000 silber kaufen wie lang geht das event noch lange ne 25 tage da können wir ganz viele punkte vorher zusammen sammeln ok so ja sind wir jetzt ich wollte ein bisschen die der nacken ist da das schlappi guck mal da steht da hat einen hund den will ich mir auch noch besorgen hallo schnappi wie ging das jetzt hier da da und da winken also kann ich auch gegenseitig besuchen hat er hat eben seine klamotten gewaschen habe ich denn waschmaschine ach hier steht meine waschmaschine guck mal klamotten schnell waschen aber jetzt erstmal die ganzen täglichen dinger da oben wieder durchklicken ne genau hier gibt es wieder belohnung was habe ich geschafft erreicht der holzwerder level 5 ok gibt es wieder was zum öffnen so boom 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 ja da müssen wir gucken dass wir hier das geht noch ein tag 23 stunden muss mal gucken dass wir hier die ganzen quests die hier noch gefordert sind irgendwie mal erledigt kriegen schließt die hauptmission frieden am horizont ab erreicht sein beliebige lagerfähigkeit lagerfähigkeit level 8 dafür muss ich glaube ich erst beim lager beitreten ne tag 4 hauptmission blablabla bocht du scheiße ok 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 hauptmission blablabla tag 6 hauptmission drohne ich hab doch schon eine drohne aus versehen irgendwann gebaut ne das spiel ist interessant außerdem ist sogar es ist sogar vom selben publisher es ist sogar vom selben kurja katja ist auch zu besuch muss man auch besucher begrüßen zack zack es ist sogar glaube ich vom gleichen publisher wie pubg wie gesagt das gibt es auch für ios und für android ich kann das also quasi jetzt parallel auch auf dem handy spielen mein ton ist wieder kaputt oh mein ton ist kaputt ich komme gleich wieder und gleich wieder ton kaputt ich will wieder kein ingame ton wo ist das gerade stehen geblieben was ist da hängt das vielleicht auch so oder ist man wieder an kacke jetzt gerade ist dann nebenher hängt es bei mir auch du scheiße hängt das bei mir ok aber der output ist gut markt ist am spiel äh genau er handy war strahlend 20 giga 680 megabyte download aus dem playstore danach nochmal 6 gigabyte update danach nochmal 4 gigabyte update also am handy ist es riesig groß 10 gigabyte wenn ich für ein handy spiel ist schon viel jetzt läuft es wieder ne hier muss ich mal auf zurücksetzen statistik zurücksetzen das hat gerade bei mir gehangen wie hulle ich weiß nicht warum ne ich hatte gerade 25 prozent ausgelassene bilder aufgrund von netzwerkproblemen da ist das aber auch kein tod im spiel ja genau sich durch im baile jetzt auch schon gehangen jetzt läuft es habe ich gerade 0 prozent ok naja haben wir haben wir haben wir da bin ich wieder und ich muss auch noch besorgen da will ich mir besorgen ich wollte mich aber durch die ganze quest hier durch klicken die ganzen tutorial dinger hier was aber eine menge naja mal anschauen schaut bestimmt nicht also ich bin jetzt schon insgesamt spielzeit 24 stunden in den letzten zwei wochen und ich fühle mich immer noch wie noob ich fühle mich immer noch wie noob ich habe keine ahnung von es ist total mächtig was man hier alles machen kann du kannst hier verschiedene berufe verschiedene klassen tankheiler damage dealer das habe ich mir noch gar nicht ausgesucht muss entsprechend je nachdem was für eine rolle du hast hier verschiedene waffen zusammenbauen du kannst sowieso waffen und rüstungen bauen du kannst space building hier wände böden verschiedene werkbänke muss hier alles zusammen ich habe mir hier verschiedene schränke gebaut das schranksystem finde ich ganz cool kannst entweder sehen was in dem schrank drin ist oder dir anzeigen lassen was in allen schränken drin ist einfach hinzufügen du siehst einfach hier alles was da drin ist hier kannst du um den filter einstellen was du willst du willst du willst nur ressourcen trainieren du kannst die waffen verbessern rüstung verbessern also wer das spiel nicht kennt ich kann es nicht alles erklären ausrüstung kann man kann man verbessern mit mit diesen verschiedenen äh die gierungsverstärkungsbeschichtung äh dann kannst du da noch aufsätze für bauen mündung lauf und magazin und weiß ich was alles und da kann man die dinger noch polieren nochmal verbessern modifikationen drauf klatschen und irgendwelche chips rein basteln die ich noch gar nicht habe tankmeister rage rüstungsexplosionen was alles das spiel ist super mächtig dann gibt es ein eigenes farming system was man im laufe der zeit freischaut dass man sich hier so eine farm hier anlegen kann verschiedene sachen anbauen kann ananas pilze früchte erdbeeren weiß ich was alles fixpunkt wenn du steine und erze abbaust wenn du holz fällst wenn du tiere jagst wenn du fischst und weiß ich was alles das kann da kannst du dann auch skill punkte verteilen ne ist es fähigkeiten ist gar nicht fähigkeiten das ist dann rolle genau die gibt es dann holzfäller bergarbeitersammler hunter koch anglersammler revolverheld asphalt cowboy habe ich gar nicht festgestellt freigeschaltet zuletzt haben wir uns beim letzten mal das vielleicht ein letztes stream mal gucken drüber nur freigeschaltet ich kann jetzt instrumente spielen akkordeon und gitarre hier hatte war das hier ja mutter monika kann ich auch spielen da habe ich irgendeine quest freigeschaltet turbo level erhöht dadurch dass ich jetzt gerade mutter monika gespielt habe okay also es ist einfach es ist einfach too much was gibt es noch genau hier irgendwelche events zwischendrin immer und das ist noch so irgendwie so ein bau event meine kreation nein ich möchte keine reaktion hochladen da kannst du irgendwelche base bauen und dann zum fotowettbewerb teilnehmen und weiß ich was alles was haben wir jetzt noch freigeschaltet genau erhungenschaften habe ich auch wieder irgendwas freigeschaltet ich klicke einfach immer da drauf wo irgendein rotes punktchen leuchtet access war experte erreiche waffen access war set level 4 ich halte mich halt hier so ein bisschen an dieses tutorial jetzt haben wir nicht erkunden missionen haupt mission tutorial abenteuer leitfaden das viel wieder treffen die haustier genau die gefahrenzone gucken uns das mal an keine ahnung keine ahnung es kommt noch so viel mehr noch mehr ach du himmel bin heute noch überfordert das spiel ist schon eine ganze ja die sache ich habe jetzt 25 spielstunden fast und ich bin sowas von ich blicke auch noch nicht richtig durch ja klar farmen ist klar du gehst einen baum und hackst mit der axt auf den baum und dann hast du holz dann kannst du das holz hier verarbeiten kannst du irgendwelche wände und man verbesserungen bauen du musst auch deinen stützpunkt level das wollte ich auch machen genau ich bin nämlich gerade gefangen auf level 59 und weiter level zu können muss meine basis erst ja wo steht es denn zu niedrig bitte erhöht das stützpunkt level ja auf welches level steht nicht dabei draußen können nämlich unsere stützpunkt noch erweitern das habe ich das habe ich ja vorbereitet genau das habe ich vorbereitet das habe ich schon gekraft alles ja genau schaltet baum sechsten stockwerk frei charakter level limit aber es wird charakter level wird immer noch nicht erhöht ich bin auf 59 charakter level limit 59 verbessere das farmland auf level 2 bauplanbereich freigeschaltet ok dafür brauchte ich genau zwei leder zwei stoffe platten und zwei kupferplatten die habe ich sogar schon gebaut dann kriege ich neue bauanleitungen für irgendwelche kerzen ständer für irgendwelche wandlampen für materialien level 3 besserung an der struktur von level 3 auf level 4 genau und eine leinweite und keine ahnung was das wollte ich machen genau so schützpunkt auf level 7 verbessert du hast das maximal was maximale charakterlevel erreicht genau ja 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 so heißt wenn ich es noch weiter upgraden will brauchst du sehr bezeugt als noch mal das ist die frage habe ich dafür noch genug da dreimal normales leder kann ich erhalten auch in der werkbank so sofort automatisch zur werkbank weil es kommt noch viel mehr karte da bin ich ja total aber alles müsste ich mit too much so dreimal normales leder line flannell kupferlegierung und sperrholzbrett so da müssen wir erstmal hier genau normales leder drei stück kann ich sogar bauen kann ich nicht bauen da fehlt mir fett aber fett kann ich machen aus fleisch brauche ich jetzt davon noch 20 stück noch 20 stück sag jetzt können wir drei normale leder bau ok man brauche sperrholzbrett drei stück kannst du gebauen ja wohl nicht max drei stück kupferlegierung drei stück also dieses games hat und das krasse ist es gibt es auch für mobil also für tablet handy ios und android so und line flanell war das auch drei stück war das line flanell oder feines tuch die line flanellen fehlen wir prädielein faser nein wirklich prädielein faser allein sammeln in zentralebene ok das ist jetzt müssen wir erstmal die zentralebene line sammeln oder 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 genau allein flanell ja machen wir das schnell wollen wir aufwerten erstmal brauchst level 9 brauchst auch nicht die best verlassen um verbesserungspunkte zu verbessern der punkte stützpunkt gibt es auch im menü was brauchst auch nicht die base verlassen zum verbessern ach so was so ich muss sich an das schild hier laufen was im menü welches menü hier aber wo ist die klug nee das ist wieder was anderes lager so im menü markus geschichte nein von der einsätze turnier ausrüstung fähigkeit beruf und ohne stützpunkt stützpunkt gefunden gefunden muss kann ich war das schild laufen perfekt aber ich brauche trotzdem jetzt line flanell um das zu bauen brauche ich prädieis allerdings also auf die karte gehen wir wollen in die zentralebene hier wollen wir hin ich habe ich fast alles freigeschaltet ok pass auf dann reisen wir jetzt nach hier dann schalten wir das ding da oben noch frei habe ich die türme denn alle die radiotürme habe ich alle ne ne der auch noch nicht siehst du nur noch da so los und wir müssen da noch leinen sammeln man weiß halt nie wo man hier anfangen oder beziehungsweise weitermachen sollte das ist einfach das so überschuld so erschlagen von dem ganzen zeug sauren regen haben wir auch noch hier super ich stelle mal so kurz hier unter warte mal hier komplett flanellen leinen pflücken ist gar nicht das ist doch die leinsamen perfekt gibt sie was zum guten drinnen ist noch kurz vor allem vor war es uns dann ja auch gar nicht gezeichnet ihr körper müssen natürlich genug essen genug trinken müssen zwischen durch trainieren und wir machen müssen uns ausruhen wir müssen pp machen wir müssen uns waschen wir müssen trinken wir müssen unsere kleider waschen wir müssen genug schlafen und uns ausruhen ja 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 also super mächtig quasi fast besser als jedes pc spiel ich meine ich spiele es auf pc wie gesagt konzipiert ist es als mobile game das kostet dabei und voller energie ausruhen können wir uns auch ich glaube das brauchen wir gerade nicht mehr brauchen wir nicht hygiene waschen da geht so stoffwechsel pipi kacka muss man auch noch nicht okay zwischen dem turm da hinten laufen ja zwischen bäumchen fällen russourcen wissen genau ressourcen wissen kann man frei verteilen ob man jetzt holz fällt oder herze hackt man kann es nachher verteilen wie man will hast du kannst quasi durch holz fällen kannst du deinen bergbauskel hoch machen wieder die grünen blätter sollte man mitnehmen auf der mini karte oben rechts ist so ein grünes blatt das heißt da wächst leinen nehmen wir mit brauchen wir also sind wir hier hier 35 wissen durch durchsammeln gemacht da ist ein apfel auf der minimap das heißt da gibt es zu essen hier der strauch da ist wieder so ein blatt das heißt da gibt es wieder leinen aber eigentlich will ich ja gerade zu dem turm da hinten sind freischalten genau muss schon mal hießen fälle man den baum hier noch kaputt gehen übermächtig das spiel ich hatte mittlerweile nicht mehr frei und ein gebiet nach dem anderen weiß ich immer nicht alles abgesucht habe ja 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 ich weiß ich habe ich ja ich mache es genau umgekehrt ich versuche überall die türme erst frei zu machen und dann auf der karte zu sehen was es da so gibt es war es eigentlich nur umgekehrt wenn ich ein neues gebiet komme gucke ich eigentlich mehr dass ich die bushaltestellen da freischalte also die schnellreisepunkte und nur climbing und diese funktürme aber es ist einfach jeder kann das spiel wieder will ich war nett die macht glaube ich nicht so viel tutorial die spielt einfach drauf los ich bin eher so der als ich war die anleitung typ aber die anleitung ist also mächtig wie gesagt wenn wir 20 st spielzeit und ich komme immer noch vor wie 10 prozent vom spiel gesehen wenn es hochkommt überhaupt ja das ist es ist auch super mächtig macht super spaß neulich bin ich auch im gebiet gewesen da habe ich den turm freigeschaltete konnte ich die kiste nicht looten das stadt meint mann der will seid so niedrig erkundung cp auch schon wieder bekommen wo ist die kiste da ist die kiste materialien nehmen erkundungspunkte alles mit kleiner sack silber und materialien ok rüste dich mit schutzmaske aus habe ich doch stoffreste patronen hülsen so haben wir hier eigentlich habe ich jetzt genug leinen guck mal leinen kriegen wir angezeigt da oben gibt es leinen im norden ok und dann gibt es in jedem gebiet anderes holz andere ärzte anderes leinen andere tiere andere pelze haben die tiere dann dabei feines leder grobes leder weiß ich was viel leder hier sehnen gleich und nur fleisch bekommen ok auch nur fleisch und auch nur fleisch moment da hinten ist grün ich bin ja ein kling leinen hier ne da kannst du halt leinen sammeln und da kannst du nachher sagen du willst die skill punkte zum aufwerten aber lieber in holzfällen setzen oder in erzgewinnung oder weiß ich was ne die ersten 4 skills kann man sicher frei aussuchen wo man das dann reinsetzt na jetzt passiert da steht immer plus ressourcengewinnung da plus 35 ressourcenwissen ja dann erhöht sich halt die wahrscheinlichkeit selten das material zu finden sonst ist doch keine angst mehr jetzt kommt doch ein stein jetzt haut doch mit dem stein den riesenbombler weg hehehe dafür gibt es doch weniger holz man kann auch angeln wo ist das so die munition kann man sich selber craften man kann granaten schmeißt verschiedene hilfsdinger hinstellen entweder ein geschütz was einen heilt oder ein geschütz was schießt annäherungsbombe rauchgranate molotov cocktail das ist einfach einfach was so da hinten gibt es erz das heißt erstmal steine kloppen wenn ich eine neue axt äh genau eine neue axt bauen kann kupfererz craften ist craften ist o fertigen genau level 3 axt haben wir jetzt genug steine perfekt einfach nur mega das spiel was haben wir hier schon wieder hinweis level limit ja ja weiß ich doch oh vier nachrichten andorn bauturnier stimme hab ich wieder irgendwas die belohnung für die heutige abmeld äh anmeldung ist eine stimme im andorn ok haben wir irgendein ding bekommen alles einfordern gelesen das löschen was haben wir da ähm chief hat was geschrieben äh hallo chim ich schaue gerade deinen stream von gestern abend nein die haustierkämpfe kämpfen leider nicht ah ok das ist die christina ingame hat eine frage beantwortet ok nacken hat auch geschrieben äh level 9 dann brauchst du 65 level 9 dann brauche ich 65 und sherry hat auch was geschrieben die vögel sitzen immer noch in pärchen auf den ästen aber hast du jemanden gefunden mit dem du einstützung bauen kannst lass dich von den mitbewohnern lass mich dir von den mitbewohnern erzählen später hab ich jetzt gehört ne 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 jetzt nicht gibt noch andere events ok ja hier gibt es alles mögliche hier gibt es halt alles mögliche ne ich sag mal man wollte könnte wahrscheinlich vier und zwei stunden auf das spiel spielen und du hast immer noch was neues aber ich weiß es ist halt alles gecappt du kannst du eine gewisse anzahl an punkte pro tag hier mit dem grinden machen du hast deine maske dauerhaft an die nutzt ab du kannst sie absetzen und dann automatisch ausrüsten wenn du sie benötigst wo war das und die habe ich neulich ja gebaut im rahmen einer questreihe eigentlich habe ich ja auch die quest wo ich die gasmaske oder die schutzmaske brauche da haben wir beim letzten mal aufgehört aber wo war das jetzt wieder ne ja ja menükleidung menükleidung kleidung genau Genau, äh, da, ne, nein, da, nein, da, nein, da, nein, hier irgendwo, ne, ne, willst du ausblenden, ähm, ja. Gesichtsbedeckung, genau, hier, ah, genau. Ah, das war eben die Menge, dass sie sich abnutzt, okay. Ja, da war ja, äh, hab ich neulich eine Quest angenommen, dass ich die bauen soll, um dann irgendwo hinzugehen, um hier den Schlagzeuger von der Band zu befreien, ne. War mir schon wieder vergessen. Da war ich ja in der Sinne, ist da eine Instanz, oder wie ich es auch immer nennen willst, gewesen, hat man den einen Boss, die waren halt alle total easy, weil ich halt total overleveled bin. Jetzt hab ich das, jetzt hab ich die Maske auch nicht an. Wieso schließlich ist die Tiere? Bin ich doch gar nicht. War kein Level, man kann hier einfach machen, was man will. Du kannst jetzt Holz fällen, du kannst jetzt Eisen, oder Kupfer sammeln. Eigentlich bin ich hier, weil ich die Grünblättchen sammeln will. Hui. Das da, Leinen, genau. Wie viel brauchte ich, und was brauchte ich? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaub, ich hab genug, ne. Was ist das? Ein Baum? Nee, das ist ein Baum. Nimm auch noch mit. Echt Zweige. Nimm mal mit. Man kann auch Sachen an andere Spieler verkaufen. Natürlich kann man sich auch Ingame-Währung für Echtgeld kaufen. Ich versuch's grad erst mal Free-to-Play. Bei Deko Geld ausgeben? Nein. Nein. Gut, so ein bisschen relativ langsam und dumm. Nächste Pause. Jetzt auch hier. Hallo, Daumen ist da. Dankeschön, Olaf. Und willkommen bei Lars Day. Äh, äh, Anton. Nicht Lars Day on Earth. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama. Nicht Lars Day on Earth. Und Dawn. So, und die Schnellreisefunktion ist ja ziemlich cool, dass man hier von einem Gebiet ins nächste kommt. Und ich glaub, ich hab jetzt nämlich genug Zeug, ne. So, Map, Außenposten, Stützpunkt, los. Zack, bing, 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 bing. Sind wir wieder zu Hause. So, da muss ich einfach merken, wo was ist, ne. Wie Markus eben meinte, ich brauch nicht mal das Schild zu laufen, um die Bässe zu verbessern. Menü, Siedlung, nein, Unterschlupf, Lager, nein, Unterschlupf, Stützpunkt. So, da fehlt mir jetzt immer noch das hier, genau. Wo kannst du das bauen? An der Werkbank. Sag mal, der läuft automatisch dahin. Musst dir gar nicht merken, wo du die hingebaut hast. Ja, man kann halt, ne, seine Freunde zu Hause besuchen, wie er eben Kati gemacht hat und wie ich schnapp hier eben gemacht hat. So, fertigen. Waffe fertigen. Rohstoff, Leinplan, drei Stück. Jetzt hab ich immer noch kein Priere. Ach, jetzt muss ich das ja erst veredeln. Jetzt muss ich das ja erst hier veredeln, ne. Genau, Leinplan, ne, ist das Leinplan? Nein. Rie Leinfaser, genau, alle hinzufügen, alles veredeln. Damit ich das benutzen kann, genau. Das ist nämlich auch so eine Art Cap, dass man am Tag nicht unendlich viel machen kann. Man hat halt am Tag so ein Cap, was man an Rohstoffe gewinnen kann und veredeln kann und weiß ich was. Ist halt eigentlich ganz cool gemacht. Leinplan, drei Stück. So, jetzt hab ich genug Rohstoffe. Jetzt hab ich die Priere Leinfaser sogar viel zu viele. An was bist du gerade dran? Ich will gerade meinen Stützpunkt verbessern, damit ich ein bisschen weiter leveln kann, Olaf. So, äh, da. Äh, äh, da. Äh, Stützpunkt. Ich hab grad auf Level 7 erweitert, jetzt bin ich auf Level 8. Jetzt hab ich das Zeug hier genau alles gekauft. Jetzt kann ich hier danach eine Toilette bauen, eine Badewanne, eine Dusche. Anleitung für unterwegs, noch bessere Medi-Kids, okay. So, aber ich kann immer noch nicht weiter als Level 59 leveln. Du hast maximal Charakterlevel erreicht. Ja, 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 ja. So, jetzt, ich will jetzt auf Level, wenn ich hier viel zu verbessern gehe, brauche ich was. Oh, noch mal neues Zeug. Viermal farte Aluminiumlegierung. Eine starke Legierung von geringer Dichte und leichtem Gewicht. Fertigung von Legierungen und Ausrüstung von 50, 60, 70. An der Werkbank fertigen. Das kriege ich an der Werkbank. Was für brauche ich? Habe ich sogar da. Okay, drei Stück. Waren es drei? Stein, Wacholder, Harz, Aluminium, Erz, Wacholder, Holz und Citrin. Nicht geguckt, wie viele. Vier Stück. Okay. Vier Stück. Fehlt mir Citrin. Wertvolles Erz, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Kriege ich woher? Erzgewinnung in den Minen von Koller. Minen von Koller. Die sind wo? Minen von Koller. Da habe ich einen Reisepunkt. Jo. Ne, zwei sogar. Da oben und den da. Da bin ich erst einmal kurz gewesen. Das glaube ich, die Gegner ziemlich stark. Guck mal. Citrin brauche ich, richtig? Citrin. Drei Stück. Gehen wir mal gucken. Was habe ich? Hange ich mich da lieber so, ne? Stück für Stück immer durch. Genau. Ressourcen Level 3 empfohlen. Level 50 bin ich ja. Softer markieren wir mal. Hä? Achso, erst hier rauslaufen, ne? Äh. Wo kriegst du denn hier Erz? Da gibt's Erz. Das heißt, man kann auch vollautomatisch irgendwo hinlaufen, wenn man auf die Karte klickt. Was gibt's hier? Hä? Wo ist das grüne Ding? Da. Das ist für die nächste Stufe Leine. Weiße Leinsamen. Okay. Hier gibt's dann halt, ne? Neues Gebiet. Neues Level der Aus... Oder nicht Ausrüstung, sondern... Sachen, die man hier finden kann. Kochen habe ich jetzt noch gar nicht gezeigt. Genau. Da gibt's Aloe. Genau. Wovon ich denn jetzt hin? Achso, er hat's mir markiert. Genau. Oben auf der Minikarte sieht man auch, wo man hin will. Du? Da geht so eine Schranke auf. Mit das Holz reicht jetzt, glaube ich, meine Axt nicht mehr aus. Ne? Ich hab eine Level 3 Axt. Reicht das hier noch? Ne, reicht sogar noch. Okay. Jetzt krieg ich hier Bacholderharz. Bacholderholz. Ist mir was zu essen? Was ist hier denn hier zu essen? Ne, ist ein Baum. Was ist denn hier zu essen? Auch da. Ach, Woltersträucher. Wildbeere, okay. Es ist ein Baum. Okay. 55. Ich fresse schon mal ein bisschen mehr Patronen. Ich bin wegen Ärzte hier. Jetzt sammle ich wieder Holz und Leinen. Okay. Ja, auch gut. Da hinten gibt's Ärzte. Da sehe ich doch auch auf der Karte. Brauchst du auch noch Fell? Ja, das wäre dann der nächste Schritt gewesen, was ich gucken wollte. Hell auch noch. Aluminiumärz. Da ist es doch. Nochmal Aluminiumärz. Jawohl. K3 Eventbonus. Keine Ahnung, was gerade für ein Event läuft. Etwas krieg ich mal drei. Wo ist hier ein Erz? Hallo? Die Minikarte steht hier, ist ein Erz. Dann sollen wir halt das hier erst ein. Mit 55 kann man mal auf die Nachtzombies warten. Ja, das habe ich doch gar nicht erwähnt. In der Nacht kommen natürlich noch besondere Zombies. Dabei kann man in der Nacht aber auch besondere Ressourcen finden. Stimmt, Olaf habe ich doch gar nicht erwähnt, für alle, die das schwierig kennen. In der Nacht wird es natürlich gefährlich. Und dann habe ich mich in der Regel immer nach Hause gebeamt. Oxid. Na, kommt noch Aluminium raus. Oh, wegen Zitrien bin ich hier. Stimmt, nicht wegen Aluminiumärz. Da waren gerade sechs Zitrien auf einmal drin. Okay. Was ist das? Das ist doch Datenameise. Oh, die ist resettet. Boah. Das ist das Einzige, was mich in dem Spiel ein bisschen aufregt. Wenn man zu weit aus der Range der Gegner läuft. Resetten die. Oh, geh weg. Das ist ja wieder. Da ist wieder das Kringel-Symbol oben drüber. Das heißt jetzt wieder zwei Markerzine gewastet. Oh. Roll dich. Roll dich. Du sollst dich rollen, genau. 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 Du hast Hunger. Ja, ja, ja. Letztes, was ich jetzt denke, ist Essen. Wie schlüpft. Wie neue Soldatenameise. Okay, ich hab sie wegen ständig, wa? Legst ein Ei und schlüpft da neu. Was ist Hunger? Ja, mir egal. Was hab ich noch? 363, okay. Los. Ja. Nee. Nö, kein Bock mehr. Okay, zu stark. Alter. Nee, 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 geh weg. Jetzt resette dich. Jetzt resette dich nicht. Die ganze Zeit soll jetzt nicht... Aha. Es geht. Munizien. So, äh, Munition durch alle. Da oben steht die Munition. Das ist, wie ich mich geladen hab, das wie... Oder Magazingröße. 61, 66 Euro Vorrat. Dafür hab ich aber in meinem Inventar immer... ...was zum Nachladen dabei. So eine Munitionskiste. Genau das hier. Zack, es lädt hier wieder auf. 1100 Schuss. Perfekt. Also die Ameise, da war grad, äh, nicht ohne. Nee, was essen brauche ich? Da ist mal hier gegen Hunger, genau. Essen kann man sich auch verschiedenes kochen. Gegen Hunger. Manches macht auch... Das heilt auch. Leben... Vor allen Dingen, es gibt zwei verschiedene Leben. Einmal oben. Man seht ja nicht, läuft die Laufschrift drüber, ne? Dieser, äh, türkise Balken ist Lebenspunkt. Und da drunter mit dem Kreuz ist nochmal Gesundheit. Eins davon sollte auf Null. So, sonst, äh, Aua. Ich hab hier halt essen, ne? Das macht dann... ...stellt Lebenspunkte wieder her. Und Hunger und Gesundheit. Jetzt steigt da oben alles. Ja, das steigt, das steigt, das steigt. Wenn man satt ist, bekommt man einen besonderen Buff. Dass man satt ist. Schaden erhöht. Komfort, Gesundheit. 3,5% erlittener Schaden. Um 3,5... Okay. Ja, richtig mächtig, das Game. Ich glaub, bis man das verstanden hat, muss man 5 Jahre studiert haben. Wenn du Hunger hast, machst du weniger Schaden. Genau, das auch noch, ne? Das sagt sich ja gerade, ne? Jetzt mach ich sogar mehr Schaden, weil ich halt satt bin. Aber wenn du halt mitten im Kampf hungrig wirst, hältst du nicht an, um zu essen. Ich hab voll die Panik gehabt mit der blöden Armeis oder... Ja, da geht's ab. Ja, also wie gesagt, das Game ist jetzt der F... Moment, ich hab 26 Stunden Spiele. Ich hab auch ein paar Stunden Off-Stream gespielt, genau. Ich war ja Farben, Holz und sowas. Was ist das? Das ist der 6., 7., 8. Stream, den ich so im Game mache. Also, es lässt mich nicht los. Einfach genial, das Ding. Guck mal hier, nachgespawnt. Leute, bitte keine Spoiler oder Backseat Gaming, wenn man sich fragt. Ja, nee, war mir so klar, dass ich weniger Schaden mache. Jetzt bin ich ja satt, jetzt mach ich sogar mehr Schaden. Ich meine, aber sobald da steht, du bist hungrig, musst du halt was essen, ne? Also, das ist ja quasi mehr oder weniger so. Aber man kann halt auch verschiedene Essen kochen, man... Wer nach? Wer nach? Hallo? Willkommen, Willkommen. Uh, Tony, genau. Was weiß ich, ne? Verschiedene Essen, man hat verschiedene Zutaten. Man hat Fleisch, man hat Gemüse. Ne, Gemüse, was ist es? Äh, Fisch und, äh, weiß ich, was ist alles. Und je nachdem, wie man das kombiniert, bekommt man da irgendwie Gemüsesalaten, Obstsalaten, Fleischteller, gebratenes Fleisch und, 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 und. Und je nachdem, was es ist, dann hat das verschiedene Werte. Das eine, das macht nur Hunger, dafür ganz viel, beziehungsweise Hunger weg. Das andere heilt dann noch nebenbei oder gibt, äh, sonst noch irgendwelche Buffs, erhöht den Schaden, erhöht kritische Kräferwertung und weiß ich, was alles. Hab ich jetzt genug Zitrin? Wer sagt denn gar nicht, ich mach noch Tierhäute, wo krieg ich jetzt Tierhäute her, hier? Äh, da hinten. Ne, nicht Reißzwecke. Äh, los, lauf mal hin da. Ich will noch, äh, Pelze holen. Ich bin viel mehr Level 55 Gegner. Jetzt gerade, da war ja so eine Art Elite-Gegner, glaube ich, ne? Die normalen hier, die sind ja easy. Aber gerade die Armeise, die sich da vergraben hat und neu geschlüpft ist? Nö, der genervt. Achso, ich kann ja natürlich auch, äh, beim Moped fahren. Ja, 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 lass mich ruhen. Hinten sollen Jagdgründe sein. Was hiermit denn hier zum Jagen? Nix gibt's hier zum Jagen. Au, 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 komm da her! Das sind keine Jagdgründe. Monumentales Tal, da will ich doch gar nicht hin. Doch, da ist eine Jagdgründe, guck mal. Die Tiere jetzt schon alleine Muni fressen, oder ist noch einer? Selbst normalen fressen viel mehr Muni. Aber trotzdem noch nicht so easy wie sonst. Ja, ja, genau. Ich müsste jetzt halt wahrscheinlich meine Waffe wieder upgraden und meine Ausrüstung upgraden und meine Tierhörner hochwertige Tierhaut, okay? Lauf halt weg! Ne, was haben wir jetzt auch in Regen oder sowas wieder? Oh, was geht mit dem Himmel? Okay. Weg grad der... Zombie, den... Fuchs? Bin ich denn jetzt noch hier, wo ich hin muss? Ach, Monumentales Tal, das gehört ja dazu, okay. Die Erde dreht sich schneller bei Andorn. Ja, guck mal, die Tiere spawnen ganz schnell nach. Ja, guck mal, jetzt gehen die Wolken wieder normal, okay? Ach, ist wieder ein Fotospot, wa? Muss ich wieder ein Foto machen. Oh ja, äh... So, mit der Sonne ganz hinter mir. Äh, Perspektive. Uh. Ne, ne, mach schon gut so. Ah, hi. Oh ja, so, mit Selfie. Genau, so, so. Oh, mit der Sonne. So, hinterm Ohr. So, Foto. Keine Ahnung, wofür das alles ist. Man schaltet mit allem irgendwas frei. Das ist, wenn du das Selbstporträts machst von dir. Na, da hinten gibt's. Äh, muss meine Waffe hin? Äh, Digger. Waffe. Das ist die andere Waffe, ne? Egal, komm auch hin. Äh, ist das die andere Waffe, ne? Äh, ist das die andere Waffe, ne? Egal, komm auch hin. Äh, 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 äh. Influencer-Chemie. Bist du geschminkt? Ich? Ja, nein. Das hatte ich bei der Charaktererstellung eigentlich wieder wegmachen, weil die hat Lidschatten, ne? Kann ich da irgendwie, kann ich mein Gesicht gucken? Also er hat auf jeden Fall, äh, Blessuren im Gesicht. Er ist ordentlich vermöbelt worden. Da habe ich mir einen grauen Bart gemacht. Aber ich glaube, er hat da war, bei der Charaktererstellung als Wasser, warst du nicht dabei, ne? Du kannst dir alles im Gesicht verändern. Die Wangenknochen, die Augenbrauen, die Stirn, die, äh, ähm, Jarbone, äh, wie heißt es hier? Kieferknochen, das Kinn, die Lippen, den Bart. Ach, du kannst, äh, meine Charaktererstellung alles verändern. Was haben wir jetzt? War das gerade der Countdown, das jetzt hier die Nacht einbricht? Ich glaube, ich bin jetzt weg, wa? Oh, 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 oh. Achtung vor den Zombies. Ressourcenwissen hat sich, hat das tägliche Lippet erreicht. Okay, jetzt schon? Also schon genug gefahren für heute. Oh, oh, was ist da? Ein Weihnachtsbaum? Okay, geil. Du kannst ja, ne? Ja, meiner Meinung nach spawnen die Sachen. Auf Wiedersehen! Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Reiner! Nachi! Bis morgen! Ja, also die Ressourcen spawnen relativ schnell nach, ne? Bin zu Bett, ja lieb' gute Nacht zusammen. Reiner, gute Nacht, gute Nacht. Das ist jetzt kriege ich kein Ressourcenwissen mehr. Heute ausgeschöpft. Also man kann halt nicht unendlich lange grinden. Grinden Rohstoffe ja, aber nicht mehr für Skill. War der gerade Level 60? Naja, ich hab' er richtig. Oh, boah, 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 boah! Gar kein Loot. Die Schweine wacke kein Loot. Oh, besser! Wow, wow! Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Oh, 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 oh! Oh, 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 shit! Ich lau' sackeоче, nein! Ah! Oh! Ja, 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 nu, 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 nu! Hey, Alter! Ist gut! ıyh, fest! Ich fange fest! Ich will wegsleiden! Ich krieg noch Energie, wie? Ich krieg noch Energie. Wofür Energie? Slide, slide, slide doch! Nein, nicht dagegen! Ja, ja, ja! Ich muss scheiden, ich muss scheiden, glaube ich. Das ist alles für zwei Stoffreste? Was? Olof, scheiße, ich bin bei Nacht. Nee, 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 nee. Der Gegner ist dauernd. Äh, äh, äh. Hier, äh, shift 1. Der obere, der obere Balken, ne? Der ist, äh. Was ist der obere Balken noch? Lebenspunkte? Was ist der, was ist der, was, 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 was ist der, der Balken da noch? Gesundheit, Lebenspunkte, was ist das? Warum Balken? Wissen und Hunger haben wir auch schon wieder. Aber hier, Lebenspunkte, nee, nur was gegen Hunger, Fleisch. Schild! Schild! Ja, schild! So dick, schild, den hab ich ja auch noch irgendwo her, ne? Aber das wollte ich jetzt immer ganz viel, wie so ein Schafbock? Ich glaube, ich brauche erst bessere Sachen. Aber sag mal, wieviel hast du? Der macht 31 Schaden und man sieht kaum eine Änderung am Balken. Äh, 422. Ja, da läuft jetzt die Laufgriffe drüber, ne? Und ich hab auch noch ein Schutzschild. Wo hab ich denn her? Das war wirklich gerade mit Palworld. Da hab ich einen Schutzschildgenerator mal gebaut. Hab ich jetzt alles, was ich brauch... Wer seid ihr? Schweinchen? Schweinchen? Komm schon anfang an. Ich hab wieder Hunger. Zum Glück, ich hab genug Fleisch und gleich genug gebratenes Fleisch zu machen. Ich hab kein Grillfleisch mehr gleich. Naja, hab ich auch schon festgestellt. Wie mehr man aktiv ist, hier läuft und sprintet und weiß ich was, was? So schnell wäre man natürlich hungrig. Hey. Der Schild hat sich jetzt aber eben nicht aufgeladen, weil ich gegessen hab, ne? 50. 50. Äh... Komm, wir nehmen mal... was mit und Erz mit und dann nochmal kurz nach Hause beamen. Mal gucken, ob wir jetzt genug Rohstoffe haben. Das steht da auch mal von Anfang an. Der lässt sich damit der Zeit wieder auf, ne? Ich hab wieder ordentlich Mund verballert. Und... Was ist aber hier jetzt? Seneca Bahnhof Kann man noch freisschalten, oder? Was ist denn das Ding, wo ich hin muss? Genau Genau Da habe ich auch schon festgestellt Wenn man Bäume fällt oder Erze hakt Da geht der Hunger tierisch schnell hoch Oder wenn man da sprintet Oder hier slidet und so Kram, ne? Hier, das hier Wo ist das Schild jetzt? Da hinten Keine Ahnung, was ist hier freisschalten Britten sehen Dieser uralte Umschlagplatz Was wir waren Äh, ist jetzt außer Betrieb Aber es, es finden Und nicht hochscrollen Finden sich immer noch Vorräte dort Also lohnt es sich, ihn zu erkunden Ja, das ist halt so eine Art Instanz wieder, ne? Da kann man mit, oder muss man mit Mehreren Leuten rein Da gibt es wieder Talentpunkte für und Silber Das machen wir mal alles in der Reihe nach Hier, Server übergreifen Spielersuche Bla, bla, bla Da gibt es ja auch noch Jede Menge Wo ist das? Mal Geschichte Oder wo war denn das? Hier Festungsherausforderung Festungsherausforderung Nö, da jemand noch Ja, das fehlt noch Da habe ich das eine von fertig Ne, zwei Legtown und Kraftwerk 7 Sitze ich glaube ich davor, ne? Legtown, Kraftwerk 7 Und das Ganze gibt es dann noch mal auf Schwierigkeitsgrad Schwer Und noch mal auf Schwierigkeitsgrad Nachtbar Wobei ich glaube, das ist falsch übersetzt Was soll Nightmare heißen Also Albtraum Ich will jetzt erstmal nach Hause Nach Hause Telefonieren Ja Los Ja, aber jetzt können wir wieder was Neues kochen Jetzt haben wir wieder Platz in der Nahrungstasche Das stapelt ja leider nicht, ne? Wenn man da gekochtes Fleisch oder was dabei sich hat Du hast ja bestrengten Platz für Nahrung Und wenn voll, dann voll Dann kocht auch nichts mehr Glaube ich jedenfalls Behaupte ich jetzt Ja, grill Na? Wenn ich jetzt hier aufleite Okay, 1, 2, 3, 4 Fleisch Maximum 10 Stück davon kann ich davon kochen Zack 11 Plätze habe ich frei Für Essen Kochlevel erhöht Yay Jetzt habe ich wieder Geratenes Fleisch Genau Ich werde pro Sekunde 10,4 Hunger wieder her Und hält 3 Sekunden an Jetzt geht da oben Dann haben wir das Magensymbol wieder voll Genau Zack Erstmal Was ich hier alles habe Warte mal Erstmal alles veredeln Was ich gefunden habe Zack Veredeln Hier heute und Hörner und was Ich weiß Weiß ich was alles So Dafür brauche ich Hier davon Hier alo Zack 2, 3, 4 Oh ja Citrin haben wir genug Okay Und was brauche ich noch Hier Premium Leder Merkbank Premium Leder 4 Stück Fett Äh 15, 60 120 Ne Ja da geht natürlich das Fleisch jetzt drauf Da braucht man Fleisch für Ne Ich kann nur 100 machen Okay Dann nochmal 20 Bitte 4 Stück Tierhörner Gut dass wir das gerade alles gesammelt haben Gut dass wir das gerade alles gesammelt haben Stützpunkt Level up Hier Chemiefasergewebe Okay Chemiefasergewebe Was dafür Ja Haben wir alles Citrin Weiße Leinenfaser Also ja 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 Warum heißt das Chemie Das heißt Das hat einfach nur Namen Du brauchst Level 4 Items dafür Hier Speerholzbretter 4 Stück Speerholzbrett Aber auch alles Tierhörner Wacholderholz Tierhaut Obwohl Stützpunkt Upgrade Charakter Auf 69 Jawohl Ich kann es hier Level wieder machen Level Aufblick auf 60 Stützpunkt Bauspiel wurde freigestaltet Jetzt habe ich hier wieder Spiegel und Toilettenpapierrolle Okay Und jetzt brauche ich Zeug Wo ich Ich kann Guck mal Ich kann gar nicht Aufwerten Wieso kann ich Jetzt nicht Aufwerten Außenpost Stützpunkt Stützpunkt Flussufer Jetzt kann ich Nicht weiter Ich kann nicht Weiter verbessern Ach jetzt muss ich Erst selber Auf level 65 Kommen Damit ich wieder Stützpunkt Aufwerten Kann Okay Also wir räumen Erstmal unser Zeug Weg Schnell lagern Zack Alles weg Den Lehm Brauche ich Nicht Das brauche ich Nicht Das brauche ich Nicht Harz Fett Hast du Ich dem Verrechnet Okay Das braucht Man Nicht Das nicht Das nicht Hier kannst Sortieren Ressourcen Brauchen wir alle Nicht Okay Training Brauchen wir auch Nicht Können wir alles Wegräumen Kosten Ne Sonstiges Ausrüstung Okay Das brauchen wir Alles was ich In der Tasche Hab Jetzt kürzlich Ich glaube Von den letzten Tagen Die Bonus EP Die ich Angesammelt Hab Noch einlösen Geht das Irgendwie Hier Verbessern Genau Hier Habe ich Jetzt Ressourcen Wissen Kann ich Jetzt Verteilen Ob ich Holzfäller Bergarbeiter Sammler Hunter Wollte Er Alles Machen Will Koch Hat Sich Verbessert Ne Koch Hat Sich Verbessert Kann Ich Jetzt Was Neues Freischalten Nein Tutorial Warum ist Hier ein roter Punkt Tag 7 Was haben wir Heute geschafft Erreiche Stützpunkt Level 7 Okay Wieder Belohnung Für Öffnen Zack Wieder Ressourcen In der Tasche So Vorteile Achso Ich hab Den ganzen Scheiß Gewürfelt Ne Anmeldung Genau Hier Gibt's Ne Belohnung Ja Ein paar Tage Verpasst Mich Anzumelden Äh Dämmerungspaket Einsammeln 4.000 Menschen Okay Damit Alles Haben Will Geschenk Ravens Nehmen Wir Auch Bitte Achso Das Beste Das Beste So Ich hab Eingefragt Hier Was haben wir Hier Taxis Limit Genau Die Genau Die Dinger Hier Jeden Tag Kannst Hier Einmal Würfeln Also man kann ganz viel klicken ohne zu spielen Jeden Tag kann man hier so Päckchen zum Aufmachen Da ist der Ton leider so abartig laut Ne Oh was haben wir hier Einzigartig was Grüne herzfärmige pilze In der dunklen festung wachsen Bei nacht geben sie ein grünes düsteres licht ab Okay Können wir hier schon wieder Können wir wieder was kaufen Stützpunkt Können wir auch was kaufen Wollen wir nicht Was geht hier schon wieder Ausrüstung Ja Jetzt haben wir gerade diese Dinge bekommen zu verbessern Ne Genau Hier Können wir was verbessern Die Mütze Rüstung der Mütze Galerie Ach da habe ich eben ein Foto gemacht Ja 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 Ne Überlebenskochen Obstsalat Like vergeben von 52 Leuten Was Und Obst und Fleischrolle Ich weiß es nicht Ach Belohnung einfordern Erreich eine Punktzahl von 400 Neu Quilter Eierkuchen Rübs Imbiss Imbissgericht im Osten Fleisch mit Aloe Gebratenes Fleisch mit Aloe Interessante Kombination Okay Sonst noch was Ne War es das Okay So das sind die Berufe Errungenschaften auch schon wieder was freigestaltet Was haben wir hier Letzte abgeschlossen Meisterhafter Baumeister Stützpunkt Level 8 Acht Okay Was haben wir hier Aber wirkt wieder erkundet schon wieder Zentralhebene Genau Was ich eben den Wachturm da Oder den Funkturm gemacht habe Ne Ist wieder eine Belohnung dafür Sollen wir auch rein Zack Jawohl Jetzt kann ich wieder irgendwas upgraden Weil ich das eingesammelt habe Richtig Genau Genau Es ist einfach abartig Wow Kann ich jetzt mal weiter Tutorial spielen Genau Gefahrenzone Sprich mit Mark Frage Mark zum Astral Turm Machen wir mal Wo müssen wir da hin Und da schlupft der Raven Dann mal los Boah Da kannst du ja echt stundenlang Also Befragen wir den Mark mal Zum Astral Turm Ich lese ich mir den ganzen Text vor Ne Ja Jetzt sitzen wir hier Spielerische Instrumente Ja 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 Ist ja gut 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 Autsch Du bist Mark Okay Teamkampflehrer Okay So Schimmi Ich brauche deine Hilfe Warum Der Astral Turm ist seit dem Unfall extrem gefährlich Hoffentlich kannst du den Turm betreten Und uns helfen Die Gefahr zu beseitigen Kannst du mir mehr über den Astral Turm erzählen Klar Wienes Ein großer Technologiekonzern für Biomedizin hat den Turm als Forschungszentrum genutzt Dank ihrer großen Erfolge in den Bereichen Medizin und synthetische Biologie Ist Wienes schnell expandiert und hat mehrere andere Hersteller für bionische Geräte aufgekauft Einige Jahre später wurden tragbare Gesundheitsmonitore zu einem wichtigen medizinischen Produkt Mit den Echtzeitgesundheitsdaten konnten die Menschen gesund bleiben und Krankheiten vorbeugen Wienes entwickelte den beliebtesten Gesundheitsmonitor den Astral I und wurde durch diesen Erfolg zu einem globalen Konzern Den Turm hat das Unternehmen im Rahmen seines globalen Expansionsplans gekauft Satt ist also mit Venus und dem Astral Turm auf sich Wie es weiter ging, weißt du schon Heute ist der Turm ein Ort voller Gefahren, aber auch Möglichkeiten Ich möchte, dass du unsere fähigsten Kämpfer Ich möchte, dass unsere fähigsten Kämpfer diese Herausforderung annehmen Ich spiele heute schon 5 Stunden Ja, Schnappi, ne? Da kann man sich echt verlieren in dem Game Total, absolut Du kannst einen Vierertrupp mit deinen Freunden bilden Betrete den Turm Betrete, das heißt betritt Imperativ von betreten heißt betritt Betrete, ach da betrete Okay, ist Plural Alles zurückgenommen Betrete den Turm Eliminiert die Bedrohungen Und lüftet die Geheimnisse Ich hab betrete gelesen Entschuldigung, betrete ist richtig Plural, Imperativ Plural von betreten ist betrete Ansonsten Singular wäre betritt Okay Okay, und jetzt? Ach, das kläre ich doch auch von Aber welches Spiel war denn das? Wo du dich auch der Turm Etage für Etage für Etage Immer weiter hochkämpfst Je nachdem wie stark du bist Angehender Krieger Schließt Stockwerk 8 ab Um auf Level Eisenkrieger aufzusteigen Okay Empfohlene Wertung 8.312 Wie viel Wertung hab ich denn? Wo steht denn das? Ausrüstungswertung 4.400 Das geht Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen Wo ich aufgehört hab zu spielen Nach ein paar Tagen Was aus Asien Anfang letzten Jahres Oder so rüberkam Kann ich da alleine rein? Nee, wa? Wöchentliche Stufenbelohnung Aktualisierung Montag 4 Uhr Belohnungsversuche diese Woche 0 von 2 Herausforderung Diese Woche 0 von 20 Jetzt kann ich hier irgendwelche Teams beitreten Kane Bagi L1 Alleine geht nicht Ja, ne? Ich muss jetzt hier irgendeinem Random Team beitreten Die Suche von Level 1 bis 109 Die sind alle 309 Wenn ich da jetzt beitrete Dann werde ich wieder so durchgecarried Dann sehe ich wieder nichts davon, ne? Warte, die Frage Will man das? Ja, es sind Drei Spiele Es sind 109 Sowas habe ich verpasst Musst ihr den Barcode, Alter, rauchen Weil die Frau es so will Wie lange warst du jetzt weg? Wie lange warst du jetzt an der Rauchen? Kannst du, Rapper? Oh, ganz Oh, oh, oh Um 5 Oh, scheiße Vor 25 Minuten Jasmina R Andor Schön mal in Deutsch zu sehen Bin dabei Level 190 Oh, lese ich gerade her Sorry 25 Minuten An Jasmina geschrieben Was habe ich verpasst? Ich weiß nicht, seit wann du weg bist Oder weg warst Kannst du noch etwa Kannst du noch mal beitreten? Entspricht nicht dem Level Limit Level Limit des Teams Wieso? Ich bin doch 60 40 bis 109 Es spricht nicht dem Level Limit Wom hier mal beitreten? Anfrage zum Team Beitritt gesendet I don't know Eigentlich nur so 5 Minuten Na ja Haben wir noch ein paar Bier mitgenommen Mit Jacke Ich muss das auch machen Schreibt Nelty Ich weiß auch nicht was Was das ist Was uns da erwartet Astralturm Wie heißt denn das Eine Game Wo ich letztens schon Von gesprochen habe Astralturm ist heavy Okay Ja da steht doch Empfohlene Ausrüstung 8000 oder sowas Ich habe jetzt 4000 Aber ich habe das als Tutorial Quest Und daher weiß ich gerade nicht Aktualisieren Es gibt gerade nur die 4 Teams hier Solokampflehrer hat eine Quest Und der Schlupfanführer hat eine Quest I don't know Jetzt lassen wir es erstmal sein Haben wir dann hier noch Tutorial Bezwinger der Eliten Sprich Frage Gina Frage Gina zum Bezwinger der Eliten So Ist auch gleich hier um die Ecke Catherine Ne Wo ist Gina Wir sind hier Gina Hier ist Will Smith Kane Jack Catherine Wir sind hier Gina Hallo Da hinten Hi Gina Bezwinger der Eliten Whatever Bezwinger der Eliten Ist ein Wettkampf Zwischen den verschiedenen Unterschlüpfen Bei dem die einzelnen Überlebenden Ihre Kampffähigkeiten trainieren Klingt das interessant Kannst du mir mehr darüber erzählen Bezwinger der Eliten Ist ein 4 gegen 4 Wettkampfmodus Die Ränge lauten wie folgt Angehender Soldat Eisensoldat Bronzesoldat Silbersoldat Goldsoldat Platinsoldat Legendärer Soldat Spitzenkommandant Und glorreicher Kämpfer Die 50 besten Spiele Auf jedem Server Erhalten außerdem Den Titel Herrscher Spannend oder nicht Komm und nimm mal Am Kampf teil Ich hab aber kein Angehender Soldat Das Event läuft Das Event hat noch nicht begonnen Läuft jeden Sonntag Von 20.30 Bis 21.30 Ja dann kann ich ja hier Nichts machen Musst du sonntags In dieser Stunde Da teilnehmen Okay Warten wir noch Tutorial Seelen der Toten Durch mit Betsy Erhalte eine Blume von Betsy An der Gedenkmauer Das ist wieder wo 100 Meter die Richtung Komm ich da rüber Ne komme ich nicht Doch wohl Loll Bist du Betsy? Wer spielt Alter hier Die Schumann Das habe ich gebraucht Okay Füge ein paar Blumen Zurück Gedenkmauer hinzu Okay Schon mal gemacht Oder? Verließe mit Zurück zu Realität Was stand da? Ich wusste ich mal Du bekommst Halles Netz Okay Das ist nice Ich gehe wieder vorbei Ah okay Irgendwas habe ich gerade gehabt Irgendwas wird haben in Situation Sollten wir wirklich mal Sollten wir wirklich mal Ein Ein Im Team rein Und zu gucken Ich bin doch dann über 70 Check Die Mail von Schelter kann sehr laut sein Ja ja ich merke schon Ja Und der Spina Hallo und willkommen Ich habe gerade eben gesehen Dass du vor 25 Minuten Schon mal eine Nachricht geschrieben hast Alter Bye bye Der spielt in mir jetzt auch Sein Instrument ist wirklich irgendwie langsam lauter es ist nichts ok sie ist auch nichts okay und dann man muss hier am abgrund nein ich muss doch tutorial dich packt ein unfassbarer starker kopfschmerz charlie alt dir zu um nachzusehen charlie ist alles in ordnung mit dir du brauchst du bist auf einmal so blass geworden und ich dachte schon du würdest ohnmächtig werden willst du dich ein wenig ausruhen damit du wieder zu kräften kommst das ist nichts mein kopf fühlt sich an als würde er gleich platzen gar nichts es ist als ob ein wurm versucht sich da raus zu wühlen oder so möchtest du einen blick auf deine überlebt zuzeige werfen sie kann dir sagen woher vor dem liegt die einzelnen tippe mit der identität zu prüfen habe ich doch eben gemacht ja grund genau grundlaute musik ist voller der kieser aber ich bin nicht gerade mit dem zettel nervös du bekommst von der identität so wenn deine klarheit abnimmt ok warum wegen der musik alter was ist das hier wie krieg ich das leiser audio aber dann ist alles leise was ist denn haupt lautstärke und audio wo ist der unterschied ich glaube das hier ist das ne krieg ich schon wieder auf kopfschmerzen ich glaube ich hab's jetzt so was ist hier los kann ich dir irgendwas helfen ich bin mir nicht sicher meine überlebensanzeige sagt mir dass ich das mit meinem gehirn etwas die stimmt dann musst du sofort zu frau doktor komm mit lass uns mit doktor esther sprechen jetzt das feuerwerk und alles auch leiser genau ja ja genau okay alles ist leise okay so ist besser jetzt muss ich zum psychiater holke sherry und bitte die psychiaterin um hilfe er damit seine gitarre da kannst du abschießen ich kann dir keine waffe in die hand nehmen ich bin mir auch nicht sicher allerdings habe ich höllische kopfschmerzen hast du dich vorher stark körpern angestrengt gab es in letzter zeit einen schlag auf den kopf von dem ich wissen sollte nein nein doktor was geschieht mir um das herauszufinden müssen wir einen vollständigen ausschlussprozess durchlaufen zunächst musst du dich einer vollständigen untersuchung deines gehirns unterziehen das ist möglich die folgen einer hirnverletzung können sich erst nach einiger zeit zeigen sie können zum beispiel durch ein schon anderes ergebnis ausgelöst werden wir müssen dich in einen meditativen zustand versetzen und in deinem unterbewusstsein nach der ursache suchen alter was habt ihr mit mir vor wo wir beginnen kannst du mich alles fragen was als nächstes passieren wird ich werde mein bestes tun um deine fragen zu beantworten die untersuchung im detail leg dich zuerst aber auf das bett dort drüben mach es dir bequem als nächstes dringen wir tief in dein unterbewusstsein ein und versuchen all diese hinweise diese erinnerungsfetzen zu sammeln als ob wir nach einem versuchenden schiff auf dem meeresgrund suchen würden wirst du das problem auf diese weise identifizieren können ja oder zumindest wissen wir dann um welche art von problem es sich handelt wird es durch eine äußere kraft verursacht oder ist es ein delirium das durch eine infektion verursacht wird oder handelt es sich vielleicht um etwas das durch psychischen stress verursacht wurde und die untersuchung ist absolut notwendig bevor es losgeht gibt es noch etwas das du dich hat und fragen möchtest mögliche risiken das risiko ist fast gleich null die einzige mögliche negative auswirkung dieses verfahrens ist dass es einige schmerzhafte erinnerungen an die oberfläche bringen kann die dein unterbewusstsein aktiv unterdrückt hat also kann es mir dabei helfen mich an die dinge zu erinnern die ich vergessen habe ganz genau gerade an der gedankenmauer hast du die kopfschmerzen bekommen und ich vermute dass die intensive trauer die du empfinden empfunden hast einige verlorene erinnerungen aufgerufen hat zumindest wirst du mit diesem verfahren dein gehirn besser kennenlernen als hier zuvor also ich will keine hirn gewäsche die dinge sie bums haben headshot ja das war aber nicht getroffen sex soll gut gegen kopfschmerzen helfen ja trevor habe ich auch gehört was sagt das war meiner frau mit ihrer migräne ähm äh wo soll ich mich hinlegen bitte die psychiaterin um hilfe achso hab ich doch gerade also bist du bereit ja ich bin bereit für die gehirn untersuchung das heißt wenn sie notwendig ist ja und jetzt leg dich auf das bett im zimmer und bereite dich auf die hypnose vor entspannen er ist so wegen durchblutung und endorphine atme tief ein spüre wie der sauerstoff lass dich fallen erweitere deinen geist während du atmest schärfen sich deine fünf sinne du bewegst dich jetzt durch einen gang er ist völlig weiß es ist friedlich hier kein ton ist zu hören vielleicht führt er irgendwo hin vielleicht führt er uns ins licht oder sein ende ist beruhigend wie eine warme dunkelheit gut noch bis morgen also das mit dem sound nervt echt ein bisschen vor allem der eine gerade bitte wach auf der eine der gerade die ganze mit der gitarre da rumgepänkelt hat wird dir aber voll genervt ich muss schon wieder pinkeln wach auf jo hey aufwachen erinnert mich gerade so eine andere spiele oder so und irgendwann das wieder wach wird ja nun weiter 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 wach jetzt wie spät ist es wo sind denn alle die frau doktor ist auch nicht da okay bevor wir weitergehen gehe ich mal ganz schnell auf toilette leute du stehst kurz vor einem nervenzusammenbruch geh näher an das feuer oder kehre in eine sichere zone zurück ach nervenzusammenbruch pille palle ich gehe pp mache bis gleich 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 bis bis Das war's für heute. 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 Level Infinite. Und Level Infinite hat auch... Nein. Äh... Zurück. Dann war's Lightspeed Studios. Nein? Aber auf... ... auf... auf... ... auf Ding. Auf Android auf jeden Fall. Wenn man da nach dem Publisher sucht, da findet man noch PUBG Mobile. Weil eben die... die Sprache darauf kam, was das aussehen würde wie PUBG. Äh, das ist alles viel zu beängstigen. Nein, ich muss mich beruhigen. Beruhige dich, Jimmy. Ich muss eine Lösung finden. Was soll ich jetzt tun? Erstmal meinen Mauszeiger finden. Ach, da ist er ja. Wer oder was auch immer den Unterschlupf der Ravens angegriffen hat, wird auch eine Bedrohung für die anderen Außenposten darstellen. Ich muss sofort los und ihnen Bescheid sagen. Ich muss am Leben bleiben. Untersuche mit der... Okay, entkomme durch das nächstgelegene Tor aus dem Unterschlupf der Raven. Die Richtung, okay. Easy. Ich bin ja nur hypnotisiert. Oh, 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 oh. Mr. Fettbauchschwabbel kommt. Hilfe. Hinter ein Versteck in einer Gasse. Okay. Alles geskriptet. Ich kann nicht die Maus bewegen. Ich kann gar nichts machen. Zig. Zig. Okay. Zig. Ja, geh weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Mal weitergehen. Es sind zu viele Zombies. Such dir ein Fahrzeug und dann komme. Okay. Ja. Sollht sich doch gut aus. Ein Fahrzeug? Ja, ne? Genau. Versuche, eine Autotitie zu öffnen. Okay. Tür müssen auf. Nicht auf. Diesmal wirst du die Tür öffnen. Okay. Ja. Tritt dagegen. Genau. Ich gehe zum Helioporter. Versuche, mit dem Helikopter zu entkommen. Okay. Na gut. Hier. Ich glaube, ich hatte eine schwere Verletzung erlitten. Aber wenn du schnell handelst, kannst du sie vielleicht noch retten. Ah. Okay. Nein, Sherry. Sterbende Sherry. Nein, nicht sterbende Sherry. Ach, Herr Milka, nicht für die Hexe. Hast du Streuschuss? Hast du jetzt Streuschuss drüber? Sie sind hier. Lauf. Jetzt lauf. Ich kann dich nicht zurücklassen. Komm, spring auf meinen Rücken. Ich strahle dich zum Hangar. Komm schon. Es ist sinnlos. Wir haben keine Zeit mehr. Du wirst mich nicht retten können. Oder irgendjemand anderen. Wir werden alle hier sterben. Wir bleiben am Leben. Du musst fliehen und die anderen ausposten. Geh. Sherry. 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 Sherry, Sherry. Nee, okay. Singen ist hier. Sherry schließt langsam die Augen und singt und ist nicht mehr in der Lage, auf deine Rufe zu reagieren. Gut, sie ist eingeschlafen. Müde halt, ne? Erschöpft. Geh zum Heliport und versuch mit dem Helikopulation zu entkommen. Okay. Alles gut hier. Ja, gerade fertig gebaut. Aber war eh noch 6 Euro. Cool. Ja, Streuschuss war nicht meins. Ich hab's ja auch mit Streuschuss versucht mit der Hexe. Äh, ich bin wieder auf Milko zurückgegangen. Ebenweil. Hab genug davon. Wach auf. Okay. Wach auf. Eins von eins. Okay. Wach auf. Ich hab gesagt, es war nur Hypnose. Alles gut. Alles cool. Alles nur Hypnose hier. Alles, äh, Imagination. Müsste sich das schon wieder besser aus. Das Feuerwerk nervt schon wieder. Gleich kommt wieder der Gitarretyp der nervt. Wach auf. Eins von eins. Erledigte. Äh, rede mit der Psychiaterin Dr. Swisse über deine Testergebnisse. Okay. Hey. Und? Wir brauchen einen Test. War gut, war? Bitte, komm. Hey, wie findest du dich? Äh, wie möchtest du der Psychiaterin deine Gefühle beschreiben? Ich fühle mich jetzt viel besser. Ich hatte diesen schrecklichen Albtraum. Äh, Albtraum, war? Ja. Ich habe außerdem etwas Schreckliches in meinem Albtraum gesehen. Du erzählst dem Doktor von deinem Traum. Ich weiß nicht, was das so bedeuten hat. Ah, es gibt viele Möglichkeiten, einen Traum zu deuten. Es könnte sich um eine Projektion einiger deiner verlorenen Erinnerungen handeln. Vielleicht hast du eine Katastrophe in einem anderen Unterschlupf erlebt und überlebt, bevor du in den Unterschlupf der Ravens kamst. Die tiefe Trauer, die du um deine Kameraden an der Gedankenmauer empfunden hast, hat vielleicht einige dieser verlorenen Erinnerungen wachgerufen. Die sich dann in das verwandelt haben, was du in deinem Traum gesehen hast. Verlorene Erinnerungen, ich? Das ist mein nächster Punkt. Bei der Untersuchung vorhin haben wir Anzeichen einer Hirnverletzung festgestellt. Es sieht zwar nicht sehr ernst aus, aber die Verletzung könnte einen gewissen Gedächtesverlust verursacht haben. Wenn du zurückdenkst, vermisst du einige Momente oder Abschnitte in deinem Leben. Echtes Verlust? Nein, ich weiß definitiv meinen Namen. Ich bin Chemie und glaube gewiss nicht, dass jemand und jemand anderes zu sein. Nein, nein, nein. Es ist nicht die Art von Amnesie, bei der man alles vergisst. Durch die Hirnverletzung verliert man bloß bestimmte Erinnerungsfragmente. Die Diagnose und Behandlung werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber mit Hilfe von Tiefschlaf können diese verlorenen Fragmente mit der Zeit wiederhergestellt werden. Was haben wir jetzt schon wieder? Probiert euch! Achso, wir haben eine Uhr. Automatische Verlängerung. Danke fürs nicht gekündigt haben, deines Abus. Und willkommen bei den Kanalmitgliedern auf YouTube. Dankeschön, Dankeschön. Der Tiefschlaf hilft dir nicht nur deine Erinnerungen wiederzuerlangen, sondern auch in die tiefsten Tiefen deines Geistes vorzudringen und so deine aufgestauten negativen Emotionen loszulassen und deinen Stresspegel zu senken. Genau, das ist genau das, was passiert ist. Die huschenden Schatten, die ich halluziniert habe, sind jetzt alle weg und der Himmel ist wieder normal. Heute leben wir alle in Angst vor der allgegenwärtigen Gefahr, die unser Leben durchdringt. Ich habe schon so viele Fälle gesehen, in denen die Patienten völlig den Verstand verloren haben und dem Wahnsinn verfallen sind, nachdem sie den Tod ihrer Freunde oder die Grausamkeit der Zombies miterlebt haben. Direkte Begegnungen mit Zombies sind jedoch unvermeidlich und es gibt auch keine Möglichkeit, sicherzustellen, dass unsere Freunde immer in Sicherheit sind. Wie können wir also verhindern, dass wir in einen Nervenzusammenbruch abgleiten? Psychische Ermüdung, die durch einen Zustand hoher Alarmbereitschaft und Angst hervorgerufen wird, kann dich mit der Zeit an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Umgekehrt können körperliche Wärme und das Gefühl, in Sicherheit zu sein, den Stresspegel senken. Nachts, wenn die Zombies unterwegs sind, solltest du dich am besten an einem warmen und sicheren Ort aufhalten. Laufe nicht die ganze Zeit draußen rum, wenn es dunkel ist. Es ging jetzt nur darum, dass ich nachts Gaga werde, oder was? Das hätte man auch kürzer machen können. Okay. Leb wohl, Sherry. Rede mit Sherry über deine Erkenntnisse. Sherry, wo ist das Sherry, die steht draußen, okay. Wo muss ich lang? Es ging jetzt nur darum, was ich schon vorher wusste, dass es bei Nacht mal auf meine Psyche geht, dass ich Gaga werden kann, wenn ich zu lange und dunkel bin. Okay. Wo ist Sherry? Hallo? Ich tritt in Unterschlupf zu Basis gehen, okay. Warst du es verlassen? Nein. Äh, Sherry. So, bin jetzt mal, bin jetzt mit dem Bier fertig. Gehe jetzt auf. Bedanke mich sehr für deinen Gehen Stream. Bestimmt bald wieder. Schönen Abend noch. Ja, wenn du willst, morgen wieder. Und am Sonntag, ich gehe mal davon aus, also meistens so 20, 30 oder 21 Uhr komme ich live. Sowohl YouTube als auch Twitch, je nachdem, was du bevorzugst. Wenn du gerne auch Discord hast und magst, unten in der Videobeschreibung steht ein Link zum Discord. Da kündige ich das so ungefähr eine halbe Stunde vorher an. Was es gibt und wann es losgeht. Gerne joinen und beteiligen am Chat. Ich glaube, das Spiel nervt mehr, als dass es unterhält. Es ist halt viel zu lesen, ne? Es ist viel zu lesen, Don. Das ist auf jeden Fall. Aber viel, viel Deep Story, ne? So empfinde ich das zumindest. Dass die Entwickler sich da auch um die Story so Gedanken gemacht haben, ne? Ich weiß noch nicht, was ich morgen spiele. Ob ich morgen wirklich was Don eben, Malte Kalisto-Protokoll mal anfange? YouTube habe ich viele Puffer, okay? Lass du Daumen da und wechsle dann. Achso, du bist ja, stimmt, du bist gerade auf Twitch. Muss aber, also ich streame ja Dual Stream. Ich selber streame ja an die Plattform Restream. Und Restream streamt dann an YouTube und dann Twitch, ne? Also wenn es irgendwo hakt, dann hakt es wahrscheinlich auf beiden Plattformen. Wenn es nur auf einer Plattform hakt und der andere läuft, dann liegt es an euch. Vorhin habe ich ja in der Tat Probleme gehabt mit dem Upload. Jetzt geht es wieder, genau. Jetzt habe ich null ausgelassene Bilder. Vorhin war mal eine kurze Zeit, wo ich mal kurz 25% ausgelassene Bilder hatte, wenn ich das Upload, was auch immer bei mir im Argen war, keine Ahnung. Aber wenn YouTube Puffer hat und Twitch nicht, dann stimmt bei YouTube irgendwas nicht. Drüber. So, Lebwohl, Sherry müssen wir machen, ne? Genau, äh, Rede mit Sherry. Über deine Erkenntnisse. Äh, ist die Überprüfung abgeschlossen? Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Was hat er erst gesagt? Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Sherry? Was ist los? Ne, Quatsch. Äh, ich dachte, nee, das sagt jetzt Sherry. Was ist los? Immer noch Kopfschmerzen. Ich habe hier ein paar Schmerzmittel vielleicht. Nein, nichts. Ich freue mich ja so, dich wiederzusehen, Sherry. Aha. Auch sehr glücklich, dich zu sehen, Chemie. Okay, okay, das war's. Geschenk? Wie, Geschenk? Okay, Geschenk. Kann hier ein Geschenk geben? Nö. Plaudern? Auch nicht. Nö. So, bitte gerne. Nächste Tutorial-Quest. Tutorial-Stützpunkt-Party. Linie halten. Mission Land des Sonnenuntergangs. Visier fertigen. Raven-Beförderung zum Angelbereich gehen. Machen wir mal hier Linie halten. Frage Jack. Nach mehr Informationen über Linien halten. Erfahre mehr über Linien halten. Okay, das haben wir ja schon gemacht sogar. Da bin ich auf Löffel 6 oder sowas. So, einmal wieder raus hier. Zack. Achso, Basis verlassen. Donnerst ist das, glaube ich, nur, weil ich wirklich Schritt für Schritt die ganzen Tutorial-Dinger hier durchgehe. Wenn man das Game eventuell kennt oder jemanden hat, der es kennt, der einen durchzieht, da kannst du das wahrscheinlich alles komplett skippen. Aber ich finde es halt krass, dass es die ganzen Dinger überhaupt gibt. Die ganzen Tutorial-Dinger. Da wird ja jeder einzelne Spielaspekt im Prinzip von klein auf erklärt. Wenn man sich dann hat, so wie ich die Zeit nimmt dafür, ne? Frage Jack nach mehr Informationen über Linie halten. Das ist Jack. Soldatenkampflehrer. Okay, Linien halten. Wir haben ein verstecktes Lager mit Vorräten vom vorherigen Rettungstrupp gefunden. Ich habe eine behelfsmäßige Verteidigung aufgebaut, brauche aber Hilfe, um die Vorräte in mehrerer Lieferungen zum Unterschlupf zurückzubringen. Wenn du mit mir kämpfen willst, öffne deinen Terminplan und tippe auf Linien halten, um am Kampf teilzunehmen. Ich spreche mit Catheryett. Äh, da. Da steht gerade ein anderer Typ drin. Äh, wie geht's dir so? Hm, was willst du mir zeigen? Du warst wirklich eine große Hilfe. Jedes Mal, wenn ich dich hier im Unterschlupf sehe, gibt es Neuigkeiten. Die anderen Außenposten haben sich sogar nach dir erkundigt. Mein Wachstum? Es kommt einfach von selbst. Nicht schlecht, es hat sich einfach so ergeben. Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Es kommt einfach von selbst. Du bist sehr selbstbewusst. Das zeugt von einer starken Persönlichkeit. Apropos, warst du schon bei der Luftfahrtbasis? Seitdem das Militär sie verlassen hat, dient sie als Trainingsgelände. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, sie wird das Trainingsgelände genutzt, seitdem das Militär sie verlassen hat. Genau das, was sie gerade gesagt hat. Ja, Schlachtfeld trifft es vielleicht besser. Ich habe dort an einigen Trainings teilgenommen, als ich noch in der Akademie war. Es hat sich immer eher angefühlt wie ein echter Krieg. Habt ihr euch dort auf echte Kämpfe vorbereitet? Nicht wirklich, ich habe das Training nie abgeschlossen. Wer nicht vorsichtig ist, kann dabei umkommen, auch wenn es nur ein Training ist. Versuch dich zu erinnern. Ich bin das Schlachtfeld schon gewohnt. Ein paar Mal. Damals fühlte es sich anders an. Ich glaube schon, oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich bin der Schlachtwünsche schon gewohnt. Absolut großartig. Genau das habe ich damals auch gesagt. Und dann? Und dann, und dann, und dann. Und dann wurde ich Klassenbeste. Aber seitdem keine Waffe mehr angefasst. Und das hier? Diese Katastrophe hat nicht nur körperliche Schäden angerichtet, die Held inne, sondern den Leuten auch emotional zugesetzt. Aber eigentlich habe ich gute Neuigkeiten für dich. Aber zuerst möchte ich wissen, was du am liebsten kämpfst. Bevor ich sie kennengelernt habe, war ich eine Einzelgängerin. War ich ein Einzelgänger? Achso. Na. Günder, egal. Später wurden wir großartige Partner. Allein und ungebunden zu leben, hat zwar seinen Reiz, aber es ist auch schön, sich auf jemanden verlassen zu können. Also, wie hast du es am liebsten? Das ist aber jetzt eine sehr persönliche Frage, ne? Was mich betrifft, ich mag, ich kämpfe besser allein, ich kämpfe besser in einer Gruppe, ist mir egal. Aber du bist ja alleine, ne? Aber geht bei solchen Spielen ja nicht, ist mir egal. Nun, das ist auch in Ordnung. Nur noch eine Frage, bevor ich dir die gute Nachricht überbringe. Was ist deine Lieblingsknarre? Rotflinte, Sturmgewehr, Scharfschätzchengewehr, Maschinenpistole. Dann bist du nämlich Maschinenpistole, ne? Was du auch, war das Sturmgewehr, ist auch nicht verkehrt. Maschinenpistole. Interessant. Interessiert dich meine Lieblingswaffe? Nein. Das SR-25, es ist berühmt für seine Zielgenauigkeit bis 800 Meter, sogar ohne Spektiv. Das ist meine Geheimwaffe, aber nicht meine Lieblingswaffe. Aha. Echt viel zu lesen in dem Game, ne? Okay, genug geplaudert. Wenn ich mich recht erinnere, hast du Erfahrungen mit Gewehren. Dieses alte Sturmgewehr, richtig? Das ist schon lange her. Das muss reichen. Das ist Cooper, eine unserer Offizierinnen. Sie hat einen Bauplan für eine brandneue schwere Waffe im Laden vorbereitet. Ja, da müssen Sie auch noch gucken. Schwere Waffe ist ja hier für Tankheiler, Damage-Dealer, Sprengmeister und so ein Kram, ne? Eine schwere Waffe? Eine Gatling-Kanone. Sie eignet sich hervorragend, um Gruppen von Gegnern auszuschalten. Das wird ein völlig neues Erlebnis in der Wildnis und auf dem Schlachtfeld. Schwere Waffen sind nicht gerade einfach in der Handhabung, aber inzwischen solltest du es schaffen. Hm, danke. Okay, geh hin und schau sie dir an. Wenn du sie gebaut hast, kommst du zu mir, bekommst du von mir etwas Besseres. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Okay. Weißt du, wir haben immer noch keine Rolle, ne? Oder Berufung oder wie es hier hieß, ne? Jetzt habe ich da oben wieder eine ganz andere Quest drin, ne? Was war das denn hier? Wo ist denn die jetzt hin? Hauptmission Tutorial, ja da, Tutorial, schwere Waffen. Besorg dir eine schwere Waffe, in der du sie kaufst oder an der Werkbank fertigst. Wenn du keine Baupläne hast, kaufe welche von Cooper, dem Waffenhändler, im Unterschlupf. War das jetzt die Aufgabe, die es mir eben gegeben hat? Nee, ne? Wo muss ich hin? Sind die Fragezeichen erledigte Quests oder noch Questgeber? Und die grünen Ausrufezeichen sind neue Quests? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Bevor ich jetzt hier noch mehr annehme, wo ich noch verwirrter bin. Hier, äh? Er da und... Ja hier, Kane. Pflegeheim, Kalendula. Schnee. Bergrettung. Aktion aufrufen. I don't know. Ausrufezeichen sind neue Quests, ja. Also ist Pflegeheim, Kalendula hier eine Quest, die ich schon habe. Die ich jetzt mal ihm abgeben könnte oder weiterführen könnte. Und Schneebergrettung und Aktion aufrufen ist eine neue. Abgeben von Quests. Ich gehe mal hier auf Pflegeheim, Kalendula. Hast du schon mal vom Pflegeheim, Kalendula gehört? Nee. Ich erinnere mich daran, diesen Namen in den Nachrichten gesehen zu haben. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist es ein renommiertes Pflegeheim für Senioren. Vor der Katastrophe war es ziemlich bekannt. Ja, das war es. Nun, ich war erstaunt, als ich herausgefunden habe, dass das Pflegeheim noch im Betrieb ist. Wie auch immer, wir haben vor ca. 30 Minuten von den Minen von Koller gehört. Wie konnte eine Gruppe alter und pflegebedürftiger Menschen an einem so gefälschten Ort wie in den Minen von Koller ein Pflegeheim in Betrieb halten? Das würde ich wirklich gerne wissen. Ja, das interessiert mich auch sehr. Hast du Interesse daran, dort mal vorbeizuschauen und hier das anzusehen? Unser Helikopter fliegt jeden Moment los. Natürlich. Nee, eigentlich nicht. Okay. Der hat ja noch mehr. Aber ich will jetzt erstmal weiterkommen. Warum bist du nackt? Alter, machst du nackt ein Foto hier? Ja, jetzt habe ich die Drohne ausgelöst. Todia, Stützpunkt Party. Drohne hatte etwas Lustiges zu erzählen. Geht zum Untersuchung der Ravens um herauszufinden, worum es geht. Belohnung, Partytisch und Stuhl. Ja, eine Waffe musst du zu Hause bauen. Ja, dafür muss ich mir ja erstmal so ein Ding aussuchen. Wie hießen das jetzt hier? Habe ich immer noch nicht. Ruf. Habe ich noch keinen. Je nachdem, was ich hier nehme, muss ich auch eine andere Waffe bauen. Artillerist, Sprengstoffspezialist, Sanitäter, Scharfschütze oder... Ich glaube, ich würde eher den Guardian nehmen. Am letzten Mal schon gesagt, bei so MMOs und sowas spiele ich immer gerne Tanks. Komm. Ich weiß halt nicht, klasse... Warte, 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 warte. Da war doch eh mal was dabei. Klassenlehrer, ne? Das hier, oder? Fokusfähigkeit, Klassenlehrer. Kannst du später immer wechseln? Ach so! Kann man das wechseln? Ich dachte, ich muss mich einmal entscheiden. Ich möchte jetzt Heiler, ich möchte Sprengstoffe, ich möchte Tanks, ich möchte das sein. Oh! Kann man das wechseln? Brauchst AK? Das ist ja, das ich noch nicht habe. Ich habe die SCAR gebaut und die Uzi. Man muss die Waffe haben, um die Rolle dann annehmen zu können, ja? Nämlich Rolle, wir haben... Oh, das ist ja alles verwirrend. Rolle... ...Beruf. Ich würde es... Rolle würde ich... Ich würde es genau andersrum nennen. Ich würde es genau nennen. Die Rolle ist Tank, Highlight, die Idee ist für mich Rolle. Was ich hier dann auswähle, kann ich ja dann hier entsprechend, äh... ...hier eine andere schwere Waffe ausrüsten, ne? Ich habe ja noch gar keine schwere Waffe. Und ja, AK habe ich schon mal gar nicht. Ich habe hier... ...Eine MP... ...Eine SCAR. Auch ein Sturmgewehr. Das ist Rollflinte, aber eine AK ist das einzige, was ich bisher noch gar nicht habe. Wofür brauche ich die denn? Du brauchst AK. Laffe ich den beim Job dabei und bekommst goldene Drohne. Drohne habe ich bisher auch nur... ...so notdrüftig zusammengezimmertes Ding, glaube ich. Und die benutze ich viel zu wenig. Ich weiß nicht, wo ich hier weitermachen soll. Es gibt so viel hier. Neben Mission Siedler. Nee, ich will erst mal hier, äh... ...Datario machen. Besorg dir eine schwere Waffe, indem du sie kaufst oder an der Werbung fertigst. Wenn du keine Baupläne hast, kauf sie vom Cooper. Waffenhändler. Mission Verfolgung. So, wo ist der Cooper denn? Wo ist der Cooper denn jetzt? Welche von ist denn jetzt Cooper? Ja? Ja, zeig ich den mir nicht. Wer ist denn jetzt Cooper? Mission Verfolgung. Ja. Normalerweise habe ich da auch nicht so Pfeile unter den Füßen. Oh, das ist ein bisschen verschwunden. Kampfpunkte laden. Cooper! Was auch noch? Ach so, da muss ich jetzt der AK kaufen. Waffensteuer, äh... ...brauchst AK? Muss ich jetzt die AK kaufen? Nee. Schusswaffe für kurze und mittlere Distanz. Das ist ja keine schwere Waffe. Baubläder. Kernmodul. Brütefertigkeit eines Kernmoduls. Aber da muss ich Gold für bezahlen. Okay. Baustuchsmaterialien, Stoffreste, Leser, Schrauben, Schusswaffe zu brauchen. Einige nach Hause. Geht auch zu Hause, du alter Scha... Na, geht nach Hause. Und dann? Ja. Oder muss ich mir jetzt erst so einen Job aussuchen? So eine... Spezialisierung. Ich würde es Spezialisierung, glaube ich, nennen. Werkbank. Ja, aber eine Werkbank kann ich ja noch nichts bauen. Weil da habe ich keinen Plan dafür. Die Werkbank ist ja hier, ne? Hier kann ich ja Waffen fertigen. Oder auch nicht. Nicht Level 60. Ich glaube, meinetwegen auch Level 60. Genau. Das Zeug hier, ne? Bison. Vector Machine Pistole. Origin Schrotflinte. Nee. Schwere Waffen da, genau. Jetzt nach unten scrollen. Waffenschild, das Ding hier, ne? Das wäre die Tankwaffe. Aber nicht für Level 60. Weil da habe ich ja noch, habe ich ja noch... Uff, uff, uff. 8, 20, 10, okay. Ich will noch ein bisschen Farmen gehen, wa? Oder was meinst du jetzt, Kathi? Erzähl mal weiter. Der Chat hat ja mal ein bisschen Delay. Ja, dachte ich auch. Uff, ne? Uff. Geh mal rauf auf das Waffenschild. Hier habe ich ja, genau. Sperrholz, Brett, brauche ich 8 Stück. 8 Aluminium, 20 Stück. Premium Leder, 10 Stück. Und seltenes Metall, habe ich sogar. Anleitung erhalten. Bauplan. Bringt ihr die Fertigung einer SH-95? Waffenschild. Jetzt die Frage, brauche ich Level 60? Ja, am besten schon, ne? Ausrüstungsladen. Ich bin auch dabei, mit schwere Waffen zu bauen. So, Ausrüstungsladen. Jetzt ist hier 8000 Gold. Ich habe 1000 davon. Bringt ihr die Fertigung eines SH-95 Waffenschilds bei? Ich habe 1000, brauche 8000. Wie wird das Zeug? Ich habe verschiedene Gegenstände. Kaufen, kaufen, tust du es auf keinen Fall. Ich glaube, es kostet weniger. Geh mal zurück. Ach, ein Löffel 1 und... Kann ich gar nicht. 30. Löffel 30 ist das kleinste, war? Kannst du trotzdem 4000? Und Gold kann man über Events erhalten. Ja, die finde ich da gerade noch nicht, ne? Du kannst Gold in Silber umwandeln. Ja, aber ich würde gerne Silber in Gold umwandeln. Ich brauche, ich brauche Gold. 1 RM gleich 100 Gold. Ich weiß nicht mal, was RM ist. Erreiche 100 tägliche Aktivitätspunkte, schließe Sondereinsatz-Events ab, verkaufe Gegenstände im Handelsposten. Und bei dem Typ kannst du dich jetzt nicht kaufen? Oder ist das der Typ? Oder eben Stand? Äh, Cooper. Das ist die Währung im Spiel. Ja, ja, das ist der Typ. Äh... 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 Wie viel die täglichen Aufgaben? Wo kommst du Gold? Ja, tägliche Aufgaben, wie gesagt, habe ich bisher ja... Weil ich ja hier, wenn überhaupt mal, so Tutorial-Aufgaben und so ein Gramm gespielt habe. Wo gibt es denn tägliche Aufgaben? Terminplan dann, ne? Terminplan. Tägliche Events, genau. Los, 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 los. Außenpostenauftrag, tägliche Belohnung. Aber hier gibt es überhaupt nur Silbermünzen. Hier gibt es Goldmünzen. Dafür muss ich aber ein Lager beitreten. Oder was? Anfrage um Lagervorräte. Aber für begrenzte Zeit. Tägliche Vorräte. Hier gibt es jetzt hier Silber oder Gold als Belohnung, ne? Aktivitätsmodus. Aktuelle Empfehlung. Erhalte eine große Menge an Belohnungen. Ach so, ich muss hier die 100 Aktivitäten erreichen, um da oben die Belohnung zu kriegen. 1250 Goldmünzen, okay. Das ist der Cooper-Shop, okay. Also ein paar Tage lang so viele tägliche Aufgaben machen, dass ich hier 100 Aktivitätspunkte bekomme, um da das Paket hier zu kriegen, wo die 1250 Goldmünzen drin sind, ja? Zeitbegrenzt der Kalender, bla bla bla. Uff. Vor allem zu der Teilnehmer Solo. Kann ich 20 Mal machen, oder was? Festungspatrouille, drei bis vier Spieler, drei bis vier Spieler, ein bis vier Spieler. Captain Casey, hätte ich ein. Ah, okay, ja. Team, ich bin mir erst im Team beigetreten, okay. Mikrofon einschalten. Jo, bei derwege. Was willst du auf Dauer senden, ne? Jetzt wirst du mich stoppen, wenn du das Team guckst. Nein, nicht ein paar Tage, okay. Und jetzt? Modelscout-Team, aber auch mal jetzt. Überfordert, ich bin. Aber wir hören uns zu, wenn wir in der Nähe sind, ne? Warte mal, hier habe ich wieder Nachrichten. Dankeschön, okay. Feuerwerke, Sven, du hast hier etwas gewünscht, der Feuerwerk. Okay, jetzt kriege ich, guck mal, ich kriege gerade hier 500 Gutscheine. Whatever, okay. Jetzt kriege ich noch eine Belohnung, okay. Alles einfordern, gelöscht. Äh, Betty Bella. Äh. Uh, alter Mann. Hans Maul. Wenn ich jetzt doch, ja. Okay, die ist in der Kampfzone. Folgen. Folgen? Oh, du kannst deinem Käpt'n nicht folgen, der ja seine Beschwörung in einem anderen Lager gemacht hat. Möchtest du den Käpt'n mal eine Unterstützung, eine Einladung bitten? Spiel löschen. Nee, dort, einfach nur mal verstehen. Kommst du mit? Ja, wohin? Wohin? Ah, du willst mich zu deinem... I don't know. Du hast ein siebeles Satzzeichen, okay. Geh mal auf Siedlung Mission. Ein Beispiel mit Zuhause. Äh, Siedlung Mission. Wohin? Siedlung. Mission. Was ist hier? So eine Aufgabe, man muss den Unterstützung ausbauen. Da, wo du gerade warst. Oh, wo warst du gerade? Ich geh nochmal zurück nach hier. Warte kurz. Ja, 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 ich warte, ich warte. Ich hab doch keine Ahnung von dem Game. Deshalb spiel ich ja Tutorial und, 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 und. So ein Graben, na, da kommt Kathi, guck mal, da kommt Kathi. Da ist Kathi. Na, da ist Kathi. Na, da siehst du doch. Da. Uhu. Äh, da. Hi. Schön, das, schön, dich kennenzulernen, genau. Ja, mitmacht bitte zu Schimmi. Okay, ich hab keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Was schon nett hier noch mitmachen will, oder Silberköl noch da ist. Karo, der Hund ist Karo. Okay, hi, hi Karo, schön, dich kennenzulernen. Warte, so. Äh, so. Äh. Hi. Wo kann ich das wieder hi machen? Äh, like, winken. Hi. Was ist das? Äh, bitte erhöht zunächst das Schimmi. Äh, ja, ja, weiß ich noch. Oh, schicke Hose. Okay. Oder zum Außenposten. Nee, I don't know. Mina, ist auch da. Oh, fesch. Und nett, jawohl. Okay, hallo, hallo, hallo. Oh, ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Jetzt ist der Turm wieder zu leise, kann das sein? Guck mal, Mina hat auch schon eine Katze. Ich hab doch kein Haustier. Ich muss doch noch ein Haustier freischalten. I don't know how it works. Warum hab ich keine Waffe in der Hand? Äh, hier, Schumgewehr. Reload. Ähm. Tasche. Äh, das hier. Brauch ich bestimmt jetzt, ne? Hallo? Hallo? Wollt ihr mich doch ingame, oder was, oder wie? Ich rede gerade ingame, hörst du mich? Ja, aber ganz, ganz leise, das gäbe es halt, äh... Hallo, Toni! Leise muss ich, muss ich, achso, du hast das leise gestellt, oder was? Nee, äh, geht das lauter? I don't know. Na, ich weiß nicht, ob ich mich lauter stellen muss, oder ob ihr mich lauter stellen müsst. Ja, wo denn? Man kann den Ton hier nicht einstellen. Sprachshed-Audio 100%. Hintergrund-Audio-Gabe wahrscheinlich, äh... Aber ihr seid beide halt laut. Also ich verstehe euch super. Also ich hab jetzt Mikro auf 50%. Na, verstehst du mich denn super, Nettie? Ich, ich verstehe dich super. Achso, na gut, dann nimmst du denn... Nee, seit... Also wie bei Chemie Sound-Einstellung. Slupi leise. Aber Sound ist, äh, ich weiß, was ich mich noch umstellen kann. Äh, Audio. Musik, Hauptlaufstecker, Audio, das ist alles auf, ist alles auf, ganz, ganz laut. Sieh dir was an! Geh mal bei... Nee, komm mal runter bei Horn. Du mal Horn, hör mal. Horn, ja. Was auch immer Horn ist. Sind wir da lauter? I've marked the spot. I don't know. Die lauter, test, 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 test. Frauen-Armee, genau, Faltbett. Ich meine, wir können auch, wenn ihr wollt, bei mir ins Discord gehen, in Voice-Chat. Äh, 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 Kathi ist schon weg. Kathi ist schon weg. Wir müssen Kathi hinterher. Ja, sie kann uns gleich rufen. Sie kann uns rufen, okay? Nee, ist ja super leise. Dann lass uns das Discord gehen. Na, du bist zu spät. Wir sind schon vier jetzt. Kann man nacken noch irgendwie einladen oder so? I don't know. Ich hab keine Ahnung von dem Game. Es geht nicht. Zu viel. Alter, die eine in Schwimmmalzuch ran. Die andere in Unterwäsche durch die Gegend. Was ist los mit euch? Ich hab nis. Ich bin arm. Ich hab nis. Ja, ja. Aber rosa Turnschuhe. Aber rosa Turnschuhe. Äh, hier. Käpt'n ruft das Team. Jo, akzeptieren. I don't know. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt tun. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt tun. Äh, ich hab akzeptiert. Ich hab nicht mehr akzeptiert, aber ich bin irgendwie nicht in der Hell gekommen. Team folgt. Ah, jetzt. Jetzt sind wir mit der Waffe wieder weg. Team folgt. Ich kann gar nichts, kann ich irgendwas machen? Doch. Was heißt ein Team folgt? Wer wird ausbossen? Wissen gibt's eine wichtige Information für Aufgaben, die nicht werden müssen. Äh, äh. Okay. I don't know what to do. Ich renne jetzt einfach dumm hinterher, ja? Wollen wir im Weiß quatschen? Aus dem Postenauftrag. Äh, da kann Kathi aber nicht rein, ne? Ich weiß nicht, wo ist Kathi will, Kathi auch, äh. Wieso geht die Maus jetzt? Ich kann jetzt wieder nichts. Ah, jetzt. Okay. Ich muss mich mal kurz bewegen. Superreise im Game. Ja, Team folgt. Genau. Sätze folgen für fünf Sekunden. Finde Holz. Da, Holz. Ich hab Holz gefunden. Je. Nee. Gibt das Holz Bayer? Wer ist Bayer? Ja, aber es bringt uns ja nichts, wenn wir das jetzt einfach machen. Wie hast du das gestartet? Ich hab gar nichts gemacht. Ich lauf, Kathi, also Kathi hat das alles gemacht. Ich hab meiner Kathi. Kathi, wie hast du das gestartet? Dass wir das noch mal alleine hinbekommen? Na, der Teamkiptern macht alles. Ja, aber was? Das ist ja die Frage. Was hat sie gemacht? Damit wir das zum nächsten Mal auch ohne sie hinbekommen. Freundschaft erhöhte Freundschaft. Ah, jetzt reden wir auf Freundschaftspunkte, okay. Wollen wir ins Discord? Ach, bin im Discord. Warte, 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 warte. Kathi ist wahrscheinlich im Discord. Na, warte mal. Ich kann Kathi doch sehen. Äh. Wo denn? Nicht bei mir. Turn on Team, wo ist es denn? Jetzt läuft er einfach los. Ich gucke, ich scrolle hier im Discord. Oh, mein Charakter läuft los. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich da gar nicht... Oh, Level 73. Hilfe. Alter, die Viecher sind 73, wenn ich gar nicht die töten soll. Aber wo ist Kathi im Discord? Ich mach ja kaum Schaden an denen. Hilfe. I don't know. Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ich weiß ganz schön, wo ihr gerade hinset. Zombies, bitte hilf uns abzuwehren. Okay. Alter, die Viecher sind viel zu stark, die Viecher für mich. Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Ich... Ich... Ich war gerade 30 Kunden Discord und schon weiß ich was. Äh, gerade gar nix. Ich hab immer mehr. Du musst dich zum Turm zurückziehen. Ja, welcher Turm? Da hinten. Ach so. Nee, komm hierher, komm hierher. Ach da. Ich hatte hier Autolauf irgendwie drin. Drei bezogen bis zum Hügel. Fünf von sechs. Okay, erledigt. Das ist genau das, was ich vorgestern, vorgestern mit Silbergen hatte. Ich werd wieder durchgecarried. Hab keine Ahnung, worum es geht. Und meist morgen genauso viel wie, äh, gestern. Er will Aufstück 61. Ich weiß aber nicht, was ich getan habe. Ohne die medizinischen Vorräte zurück, okay. Wo ist Kathi im Discord? Bei mir nicht. Ich wollte wieder Tab drücken und hab wieder... Ich wollte wieder Eilt drücken und hab Tab gedrückt. Ja, das mach ich auch jedes Mal. Ich hab' den Motorrad. Können wir jetzt meinen Motorrad klauen, oder was? Nee, wir sind da hinten mit raus. Wir hätten mit dir mitfahren können. Wo muss ich rein? Stopp. Ja, ja, genau. Du bist doch nicht mal beim Discord. Du bist in gar keinem Voice-Kanal gerade bei mir. Nett, hier ist im Talk, aber den sieht keiner. Käpt'n ruft das Team, ja. Ich werde angespuckt von irgendwas, wa? Ich verstehe dich überhaupt gar nicht. Eins nach dem anderen machen, was? Wie kann ich das jetzt... Wie kann ich jetzt im Voice das... Ach so, okay. Alles klar. Wollen wir wieder aufnehmen? Ich bin auf irgendeinem Autolaufmodus. In welchen Voice soll ich denn rein? Weil ich hier mit in irgendeinen... Also, du bist gerade bei mir nirgendwo. Nett, ach doch, okay. So, sind wir jetzt alle hier? Ja. Ja. Ah, ich war bis eben nirgendwo. Ich hab dich 50 Mal durchgescrollt und nirgendwo was gesehen. So. Ah, jetzt sind wir schon wieder lauter. Okay, jetzt verstehe ich euch auch. Meine Güte. Ist aber krass. Also, ich hab dich ingame perfekt gehört und Nett, die auch... Nee, ist sowieso du ein paar leise. Perfekt gehört. Ja, also, ich hab damit kein Problem. Liegt vielleicht an den ganzen Booster, die ich auf meinem Mikro drauf hab. Aber ich hab euch ingame gar nicht verstanden. Okay. Kati und... Kati hab ich auch nicht verstanden. Also, Kati hat gar nichts gesagt. Wenn sie überhaupt was gesagt hat, hab ich gar... Ja, kein Pieps. So, jetzt kann ich deinen Stream stumm schalten. Hier redet sie auch nicht im Discord. Also, ingame hab ich überhaupt gar nicht... Hallo? Hallöchen. Jetzt hört ihr mich? Ja. Ah, Technik. Okay. Nee, im Spiel hatte ich das ausgestellt, dass ich da nicht Invoice kann. Okay. Genau. Okay, also. Was ich gemacht habe, der gefragt, ne? Genau. Ich habe angenommen die Aufgabe aus dem Terminplan. Außenpostenauftrag. Außenpostenauftrag, aha. Genau, den machen wir jetzt gerade. Da sind wir gerade bei. Und jetzt ist es gerade im Spiel so, dass wir halt hier was checken. Wir müssen, deswegen ist jetzt kein Feind und nix, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal Stopp gemacht. Und da geht man dann dahin, wo wir uns getroffen haben quasi, da wird die Quest angenommen. Und das kann immer nur der Team wieder machen, der, der das Team erstellt hat quasi. Oh. Und das bin ich in dem Fall gewesen. Erstmal, damit wir das einmal, vielleicht, damit ihr das mal seht, was das für Aufgaben sind, habe ich mir einfach so gedacht. Ich muss sie mir jetzt mal genauer angucken. Genau, und da muss der, wenn wir da angekommen sind, muss der Team-Captain die erste Mission in Angriff nehmen und dann können wir alle machen. Also wir haben erst das Holz da hingetragen, ne? Mhm. Und dann kommt halt immer der Pfeil hoch, was wir machen müssen. Welche Richtung wir müssen, was wir da machen müssen, steht halt an der Seite dann. Genau. Und das müssen wir halt nach und nach abarbeiten. Ist ganz kurz, ist, dauert nicht lange. Jetzt haben wir medizinische Vorräte, ne? Genau. Hm, da gucke ich jetzt gar nicht. Genau, die sind hier im Haus. Das kann jeder machen, glaube ich sogar. Da den Tresor, den Kot knacken. Könnt ihr auch alle drei rangehen und euch das angucken. Ich gucke mir lieber Ersche an. Aber das habt ihr im Spiel, glaube ich, schon mal gemacht. Und dann laufen wir wieder ein Stück und müssen wieder irgendwas töten. Nee, das hast du doch schon noch nie gemacht. Ja, ich auch noch nie. Dreh dich, Scheibe, langsam gegen den Notwärts hin. Okay, irgendjemand hat es geschafft. Und jetzt läuft der Charakter ganz alleine hier. Ja, ja, genau. Ganz vorne auch. Genau, und jetzt laufen wir dahin, wo uns der Punkt hinführt. Ihr müsst, achso, ihr lauft automatisch, ne? Ja. Ja, ihr lauft wieder Umwege, ja, ja. Äh, weil du... Die folgen ja dir, Praktik. Krisenbär. Ja, genau. Toll. Mich hat er getroffen und den hat er vorbeigehauen. Da oben kann man ja mal gucken, ob ihr das hinkriegt. Manches kann halt nur der Teamlieder machen und andere Sachen kann halt. Klagebuch lesen. Ich nehme dir einen Auftrag. Tipp, um Nachricht anzuzeigen. Passiert nix. Was? Ich muss nochmal tippen. Achso. Also eindrücken? Ja, 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 ja. Ich habe mit Triss auf ihrem neuen Wetter abgeschlossen. Sie haben gesagt, shit, nicht Mut. Eine Nacht allein, bla bla bla. Ja, komm, heiß drauf. Weiter geht's. Ja, das macht mich viel. Ich lese halt immer gerne viel und alles, ne? Um zu verstehen, wie das Game hier so tickt und so. Axt untersuchen, whatever. Das heißt, es ist halt immer so durchgecarried zu werden und dann bist du durch und du weißt auch gar nicht, was du jetzt gerade gemacht hast, ne? Hier kommen jetzt vier, Vorsicht. Da sind fünf Zombies, lol. Ja, hier, da sind drei, vier. Viel Spaß, da habe ich... Wo seid ihr denn? Das ist die Häuten, nö. Hier, warte, hier kann man hacken. Guck mal. Du brauchst Rifflos. Hier, guck mal, da kann man auch fällen. Zieh dir mal was an hier. Nicht mal den Rucksack auf dem Rücken. Guck mal, der macht schon weiter, während ihr da noch... Ja, wo seid denn ihr jetzt? Na, wo der gelbe Punkt ist. 75 Meter. Das ist halt auch Meter heißt, nicht Minuten, oder? Ja. Hast dich da noch nicht dran gewöhnt. Na, leid, das Game. Mal guck. Rettung, Nachfrage, okay. Geht, geht nicht. Das muss ich, glaube ich, machen. Tja, ich dachte, ich würde die Nachricht draußen verbringen. Was? Die Nacht draußen verbringen. Woher hätte ich doch wissen sollen, dass Triss ein Rossrudel anlockt und dann wegrennt. Zum Glück habe ich dieses Versteck gefunden. Habe erst mein Glück, dass ich nicht gebissen wurde. Ich habe... Blablabla, 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 bang, hier, stirb. nochmals machen wir zu reden und die level aufstieg hey guck uns gut für die hilfe bitte nimm das hier manches erst freundschaftspunkte ja das war die erste mission gar nicht so schlimm gewesen ja nee aber wohl da lauf 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 klick 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 fertig jetzt mal ein bisschen hier wollen wir gleich noch eine machen bei mir sind gerade haufen fenster auf gern weil ich auf 59 stimmig auf die stimmige ja 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 durch die dinger levelt ihr halt auch nur ne so und nun normale spielen levelt er gar nicht nur durch diese aufgaben herrungsschalki so schimmig wie sieht's aus können wir weiter warte warte ich muss ich habe kopf tätscheln moment ja tätscheln mal ich kopf ohr ohr die mag ich die Katze ja der hol dir doch eine Strukturierl hast du doch genau haustierdings muss habe ich irgendwas stopp ok machen wir die nächste mal das ist ein Stronghold zum Beispiel die nächste ach ja mann hab schon Munition ich hab die alle schon gemacht ich komm da gar nicht so richtig ran warte mal Moment Patrouille ach nee warte ich weiß wie im Ziel Festungspatrouille so jetzt müsst ihr alle bestätigen dass ihr mitkommen möchtet 19.000 das ist ja auch schon 11.000 naja in die lange Ausrüstung goldene Schuhe goldene Schuhe ja so und das ist halt ein Stronghold oder heißt es immer nur Gegner Festung betreten ich bin übrigens äh hauptberuflich Sprengmeister ich bin doch gar nix ja das wird schon da waren wir ja gerade eben dran wir sammeln jetzt bisschen Gold und dann kannst du das eine Stunde countdown ok betritt die Stadt so geht mal vor ich geb euch Rückendeckung ihr müsstet ja mal lernen warte hier da man kann hier zum Beispiel auch Kanaten werfen hui na wenn die Gegner tot sind macht es nicht so viel Sinn aber ok aber die laufen jetzt alle dahin und gucken ja wo ist der Fall ich hab so Ableckungsdinger ich hab so Ableckungsdinger guck jetzt gucken sie wir sind guck wir sind guckten ok da muss ein anderes Visier rauf äh in der Suche T-Kreuzung ok wie war denn das was denn die Limmliere gezogen ist bei der Kreuzung ich will auf meinen Schaf schützen hier wir gehen auch sofort auf Schiebe 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 wir haben alle keinen Loot ne ne na irgendwie bei den bei diesen Events haben die glaube ich oder bei diesen aufzulösen Schüttelstitel aktiviert ne wollte ich nicht scheiße jetzt lädst du mein Schilf wieder auf achso ah hier guck oh hier war ein bisschen weit weg hier war ein bisschen weit weg ein einziger hinterher ist Mina du sollst nicht da hin das war der Ableckungskandal herz ja aber ich hab keinen Schaden gekriegt ist ja doof kann ich dir auch nicht schaden schieben ne ne wir können sie auch nicht gegenseitig treffen das ist ja langweil da muss sie pvp machen Platz vor dem Haus eliminiere das Ankommen naja pvp will ich ja nicht aber Fenty Fire müsste doch ein bisschen vorsichtiger spielen müssen was kommt denn hier alles aus dann an den mach ich scheiße nein gut ist gut das reicht aus das ist geil das der macht denselben wie der heilt die jetzt mit lowkey Ja. Da schmeißt er mich da 50 Mal in die Luft. Hey du hast ganz wenig Lebenschemie. Jaja. Heihe dich. Heihe dich. Mach deinen Heilding an. Ja lass'n. Wo sind die denn alle? Da haben die Flotte. Jetzt wird nett dir verprügelt. Ja war's. Hier komm ich in den grünen Kreis. In den grünen Kreis. Ob den Kreis. Warte mal. Ich hab doch noch gewohnt. Preis ist immer gut. Nein, ich konnte nicht mehr Preis klicken. Aber du musst solche Dings musst du echt mit Leuten machen, die im selben Levelbereich sind wie du. Ja, das war's, ich hab mir durchcarryen lassen. Nein, nicht nur durchcarryen, weil du machst halt selber keinen Schaden. Ja, oder halt, wenn die anderen zu hoch sind, machst du selber nichts. Ja, aber das kommt ja alles noch. Das ist ja nur zur Unterstützung. Ich hab ja wirklich nur geschossen, wenn's nötig. Alles gut. Naja, wir schaffen die auch alleine nicht. Du musst doch leider... Ja, naja, klar. Ich muss auch was essen. Ja, ja, das stimmt. Okay, dann heilt euch mal vielleicht, Jimmy. Ich guck grad, wie das geht. Ist das das? Ja, hier, das sieht gut aus, ne? Ein Verband oder du machst deine Heil-Dings da. Bums da, genau, das da. So? Und wenn die Heil-Ding da in der Mitte steht, dann brauchst du keinen Verband. Das macht das Teil. Du musst selber viel klicken. Okay. Einen haben wir noch. Der ist ein bisschen heftig. Zum Schluss zumindest. Aber den kriegen wir auch. Kennst du das, Netti? Verlorene Stadt? Musst du den Hund lecken. Äh, was? Verlorene Stadt, kennst du die? Ja. Die kenn ich. Ja. Die würde jetzt noch fehlen. Erstmal. Warte mal. Ich hab gleich wieder das Problem, dass ich Stützpunkte wieder ausbauen muss. Ja, ihr levelt jetzt dadurch. Extrem, das stimmt. Okay, bereit? Muss ich irgendwas klicken? Je mehr wir leveln, desto mehr Quests bekommen wir. Das stimmt. Ich bin doch noch nicht bereit. Na, ich kann jetzt nicht mehr leveln. Ich bin am Cap angekommen. Das ist 62, aber ich glaube, ich kann gleich noch wieder ganz viel 50, 15 Millionen Level überspringen oder sowas. Das Problem ist, wenn du die Tutorials machst, du hast dann auch Tutorials von Level 55 und sowas dabei. Das hab ich eben gesehen, genau. Zum Beispiel bei einer Tutorial-Quest kann ich nämlich gar nichts machen. Ich hab gesagt, ich spiel das erstmal so, ich mach die Erkundungs-Quest von der ersten Region komplett auf 100%. Genau, hab ich auch gemacht. Die erste und die zweite hab ich fast fertig. Genau, da hast du halt wirklich bloß den Low-Level-Bereich. So, na dann, lauft mal los. Suche in der Stadt nach Kisten mit einer neuen und 20, was du bekommen hast. Genau. Kommt mal einfach mit. Wo sind sie denn? Krippe um Ausfallmenü. Warte, warte, Ausfallmenü muss ich klicken. Autofeuer, was soll ich machen? Komm ja nicht raus, was? Was? Ich hab zum Ausfall, zum Ausfall, zum Ausfall, zum Ausfall, zum Ausfall, zum Ausfall, zum Ausfall. Ja, 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 genau. Wie ist das Autofeuern? Boah, mach das aus. Das ist so furchtbar. Wie kann ich das ausführen? Warte, bist du 75? Wohl. Lauf mal weiter, komm mir mal hinterher. Das ist ein ganzes Magazin. Komm doch mal her, lass doch die Dinger mal in der Hand rein. Was heißt denn, komm mal her? Da hinten, da vorne. So, jetzt gehst du hier die Treppe hoch und da ist eine Kiste drin, die machst du auf. Ups. Oh, Kiste auf. Wo bist du? Ja, ich lauf einfach durch. Ich mach's hier fertig. Was für Kiste? Hier in den Raum? Da drin ist eine Kiste, ja. Da ist die denn nicht für Kiste. Die machst du auf. Patronenhülsenstoffreste, Stoffreste. Ja, alles mitnehmen. Wie immer. Ja. Ich bin der Loop-Koblin. Und da kommst du wieder raus. Da kannst du auch noch ein bisschen mitballern. Ja, schau dich. Cool. So, sehr gut. Dann shimmit so 26 Meter weiter da. Da gibt's andere gelb. Da ist noch eine Kiste. In den Truck rein oder was? Ja. Ich stehe Zombies. Da drin sind ein Raubelchen. Ich komm mal schon. Da steht noch einer auf. Nein, 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 nein. Jetzt mach auf. Ich bin immer wieder da. Ich bin leider tot. Okay. Plobier. Ich hab mich doch auf den Bodengeschoss. Patronenhülsen, Leder, Stoffreste, whatever. Ich hoffe, ich hoffe, keine dieser Trucke sind zufrieden. Bekommt ihr die Belohnung oder nur E-Shirts oder was? Nein. Ja, dich. Ja, kriegst nur du. Was da drin war an den Kisten. So, hier oben ist eine Munitionskiste. Bitte einmal nachladen alle. Sei denn, ihr wollt eure eigene verballern. Ach so. Und wenn ihr jetzt nachladet, nehmt ihr bitte die Munitionskisten. Hä, wieso hab ich keine? Warte. Schön, dass ich erkläre und mir selber keine hole. Die Munitionskisten mit dem roten Ding dran. Das sind die. Die anderen sind eure. Wenn ihr die nehmt, seid ihr selber schuld. Ich krieg's ja auch einfach auf das Ding. Ja, jetzt geh mal an deinen Rucksack. Rucksack? Ja. Ach, okay. Neu, neu. Genau. Der hat aber gerade trotzdem hier alles schon voll gemacht. Ja, ja. Der hat jetzt voll gemacht, aber zum Nachladen nachher. Trotzdem noch ne Kiste. Aber die verschwindet dann hier rausgehen, ne? Genau. Also die roten Kisten nur nachladen, die anderen nicht. Die sind nur für dieses Event jetzt. Die kannst du ja rechts unten auch einstellen bei diesem Shift 2 und so. Genau. Genau. So, und jetzt geht's weiter. Kommt nochmal ein dicker und ein paar kleine. Vielleicht eine Ablenkungsgranate, wenn ich schlecht schimke. Ich muss da hinten bleiben und wir von mir fallen. Immer auf den Kopfproben. Immer auf den Kopfproben. Genau. Ja, hab ich gesagt. Es ist immer auf den Kopfproben gebetet worden. Genau. Und bei den großen Gegnern müsst ihr immer auf das Helle zielen. Wisst ihr das? Ach, hab ich auf den Kopf? Ich dachte auch, ich war auf den Kopfproben, nein? Nee, auf das, was heller ist, was leuchtet so'n bisschen. Da macht ihr den kritischen Schaden. Am Kopf aber auch. Also, klar, meistens ist er am Kopf so ne Stelle. Ich guck mal, das ist ja schon Kopf-Headshot oder so, ne? Genau. So, hier sind nochmal ne Menge drin. Ihr dürft ruhig. Das ist ja so geil, dass hier nach dem, wo man ist, die Knarre anders klingt, ne? Wenn du in dem Raum drin bist, klingt ja ganz anders, als wenn du draußen bist. Ja. Hier kann man noch was einsammeln. Das ist aber auch nur zu verwenden für dieses Event. Das ist weg. Das ist auch nur von unten. Was hier so rumsteht. Hier vorne stehen andere welche. Hier. Hier und auf der anderen Seite auch noch. Ich weiß nicht, was war, wie, wo, was? Du kannst die Rosen einsammeln. Achso, ja, achso, F zum Interagieren. Antikörper, okay. Genau. Dose. Möchte jemand mal den Geschützturm ausprobieren? Der steht hier oben. Das soll Jimmy mal machen. Ja, guck mal, der steht hier. Da kommt jetzt nämlich hinterm Zaun ne große Horde. Ne, brauchst du nicht schon wieder auffüllen. Habt ihr doch noch die Kisten. Ja, ja. Wow. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Okay. Also die Munitionskiste brauchst du hier nicht nochmal nehmen. Da kommt gleich noch ne Welle. Ich muss gleich mal ne Wache schreien. Kannst du nachladen oder sowas? Nee. Nee, da brauchst du nicht noch. Noch nicht. Die krabbeln rüber. Ach, die krabbeln da. Die krabbeln da. Die krabbeln da drüber. Ah, geil. Achtung, Toni. Ja, boah. Sehr gut. Da links, da komm ich dran. Ganz, ganz links. So weit kannst du dich rüberziehen. Ich lockste hier vor. Okay. Eine Welle kommt noch und von hinten kommt ein großer. Den nehm ich mal. Finden seh ich nicht. Ach, nee. Guck mal, dich um die Kleinen. Lass euch auch noch was übrig. Oh, da schießt der schon. Oh, Munhalle. Die kann ich schon machen. Dann musst du deine eigene Waffe nehmen. Ich glaube, wir können den großen noch was übertragen. Oh, sind immer noch welche. Ja, wo steht ihr denn hier? Sorry, wir machen die frische Handel nicht. Oh, jetzt ist er tot. Hier ist noch ein Verband drinnen, wer möchte. Bei dem Dicken. Hab's kaputt gemacht. Was? Na ja, alle Zombies. Ja, sehr gut. Dann geht's weiter. Glaube ich. Komm, Jimmy. Loote. Was, da ist nichts mehr. Ja, da ist noch was. Der Dicke. Einfach F drücken. Ja, was, was, was ich grad drücke. Hier ist nichts mehr. Also ich krieg was. Ach so, sorry. Hast du gedacht? Ja. Aber ich kann auch noch einen nehmen. Hier ist noch was. Ja, ich hab schon. Oh, gut. Dann nehm ich den, wenn ihr den nicht wollt. Also ich hab nix mehr. Der leuchtet zwar. Jetzt ist er sogar disrupiert. Also er verschwunden. Okay, okay, okay. Was ist da hinten? Zombies. Vermut ich. Ihr könnt euch weiterlaufen. Vielleicht ne Ablenkungsgranate gleich in den Tunnel da rein. Wäre nicht schlecht. Noch nicht. Oh. Da sind doch noch gar keine Zombies. Nimm das Ablenkungsgranate, zack, fliegen drei Granaten. Fliegen drei Granaten. Da ist noch eine, genau. Hier, ihr scheid euch mal. Beziehungsweise kommt mal in den grünen Kreis so rum. Das ist schön, dass ihr dahinter steht und wie die Zombies kaputt machen. Weiter geradeaus, nicht so schön dran. Du musst erst mal lesen, was hier steht. Wo steht was? Die Komme, der Horst. Immer beim Schießen ein bisschen zurückweichen. Dass sie dir nicht so glatt kriegt. Die kann hier am Garant kommen. Läuft doch. Nee. Links. Links. Links zu lesen. Ja, deswegen geht man ja da zu viel rein. Wir machen ein bisschen Engel mal heute hier. Nicht nur Bäume hacken und so'n Scheiß, ne? Aber herrlich. Nichts zu lesen. Einfach durchlaufen durch den Raum, nicht schießen. Die kommen jetzt sowieso ganz viele. Dann hab ich. Und zwei von denen. Ach, und zwei von denen. Was hast du für eine Tasche schon, wie das sie müssen zu ziehen? Das ist der einzige Mann. Männliche Charaktere strahlen. So, und jetzt kommt der Endboss. Also nochmal nachladen. Und alles, was ihr so eingesammelt habt, essen. Essen? Was? Essen, trinken. Am besten, was Schaden macht. Wenn ihr was zu essen in der Tasche habt, dann ist es auch nicht schlimm. Den kriegen wir ja schon. Hunger, 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 Hunger. Nö, Schaden? Nö. Okay. Na, ist egal. Wir machen die noch so flatt. Gut. Ich bin bereit, wenn du bist. Ich brauchst keine Granate, Chemie. Macht nix. Weil ich's kann. Ah, ja. Ups. LOL, jetzt kommt Video-Sequenz. Und auf das Helle, auf das Gelbe. Was für Gelbe ist das? Was, was? Was? Ah, 107, ah, okay. Nicht 71. Ah, ja. Wir könnten jetzt einen Tank gebreiten. Ne, mal auf den Bauch drauf schießen. Nein. Nein, Entschuldigung. Ich, ich, ich fress ja schon. Warte, warte, warte. Wie, mal vier. Ach, hat er da noch, noch, noch dreimal so viel Schaden? Ja, ja, ja. Neben. Ja, dreimal links, nein. Scheiße. Ah, ist kein Problem. Warte, warte, warte. Hier. Heide. Da, da. 160, okay. Das ist mehr schon als eben. Kommt sich mal drauf an. Wie du den Bauch triffst. Das war nicht 107. Ja, das war nicht 160. Das ist eine kritische Treffermasse hier zwischendurch. Der war in der Fall. Der war weiß, 71, gelb ist 107. Aber eben war er gelb 160. Ja, der war ein bisschen. Das war gerade, wenn man eine Kamm-Ganate durchgeworfen hat. Na, ich habe gerade mit Sprengstoff ein bisschen. Wo ist er denn? Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Nahtraben. Aber... Ich habe doch eben vollgeladen, 600 Schuss. Ja, ja. Das geht fix. Ach, der MP. Das ist jetzt noch mehr Schaden. Klingt ganz weit. Ich bin da rausgekommen, stelle der Tür. Mal kaputt, mal kaputt. Oh, ich muss nicht mehr heilen. Ich bin mal kurz vor Ort. Ich bin für den Matten her. Alter, ich habe aber noch 20 Leben. Na, dann heil dich. Ich bin ein bisschen weg von ihm. Eigentlich müsste meine Drohne auch ein bisschen mitheilen. Aber die ist weg. Ja, Drohne. X, genau. Geht auch, ne? Wie kommen wir hier? So, du bist angeräumt. Muss ich denn da rufrisst einmal das ziehen, oder was, ey? Weg weg. Oh, überhaupt nicht kaputt. Und wenn wir das Modus gleich einmal nachladen, ne? Aber die Box weg ist. Die Munitionskiste weg. Fertig? Ja. Bist du uns? Schafft. Sehr gut. Ich habe noch 75 Leben. Naja, das reicht doch. Das reicht doch. Ja, ich habe doch überlebt. Sieg. Ich muss kurz, ich muss kurz eine Minute AFK. Oh, endlich stehe ich mal ganz oben in der Liste. Und jetzt hättet ihr rein theoretisch, habe ich jetzt nicht mehr, ähm, warte mal, der lädt noch. Oh, Latschner. Oh, Latschner. Hallo? Auf verlassen klicken, oder? Könnt ihr machen, ja. Ihr könnt auch drinnen bleiben, ist ja wurscht. Auf Linien halten und dann aber nicht Linien halten spielen. Das kann ich ja nicht Linien halten gucken. Ich muss doch verlassen klicken. Ich habe jetzt verlassen und Anteils, ich habe nur verlassen und Anteilsergebnis. Okay. So wie Shimi da jetzt gerade im Stream hat. Ja, und jetzt auf verlassen, genau. Ihr verlasst ja das Team nicht, ihr verlasst nur... Ne, ne, ich habe aber bloß gefragt, auf verlassen klicken? Ja, ja, genau. Neue Aufzeichnung, wurde der Run irgendwo aufgezeichnet oder was? Keine Ahnung. Nicht, dass ich wüsste. Ich trage mich nicht, ich muss mal ganz kurz nach Hause, ich muss meine Waffe auf... ...apparieren. Auf Wiedersehen, auf zu winken, sonst bricht der Arm ab. Nacht, hooo. Gute Nacht. Ich kriege gar nichts mehr mit vom Streamen, den habe ich auch lautlos gemacht. Hat man jetzt eigentlich das Outfit, was man von diesen Drachen-Pagoje-Begrüßungen da hat, hat man das dauerhaft oder...? Weiß ich nicht, das steht immer dabei. Okay. Macht hoch! Macht hoch! Macht hoch! So, was habe ich jetzt hier? Ich bin der Drittbeste im Schaden und der Zweitbeste im... Was ist das? Erlittener Schaden. Ist das gut, wenn ich der Zweitbeste im Erlittener Schaden bin? Ja, da hast du Schaden gefressen und lebst immer noch, ist doch gut. So, Anteilsergebnisse, was? Was kriege ich denn jetzt hier? Ja, tägliche Bedrohung für erstmaliges Abschluss. Aber doch, ja. Und das, was du da siehst, kriegst du jetzt rechts. Oh, was ist viel? Für erstmaligen Abschluss. Nachher wird es weniger. Ja, ja, erstmaliger halt, ne? Aber tägliche erstmaliger, oder? Ach, hey, wo bist du denn da? Das kann man jeden Tag machen, oder was? Ja. Das kann man jeden Tag machen. Ach, mein Schatz. Also, verloren statt ist nicht jeden Tag. Dafür gibt es halt andere. Wer arbeitet denn hier so schwer? Hallo? 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 Nein, hier im Spiel. Das bist du, weil du wenig Leben hast. So, und wie gesagt, ihr könnt jetzt Terminplan noch Linienhalten machen. Da gibt es auch nochmal Punkte für. Aber ihr müsst nicht Linienhalten spielen. Hier geht da noch rauf. Ich habe eben auch schon irgendwas geguckt. Hier, was da war. Genau, hier geht da nur rauf auf Linienhalten. Und dann ist links so eine kleine blinkende Box. Oh, da. Und die braucht ihr bloß anklicken. Das war's schon. Jetzt ist alles voll, hä? Was ist voll? Lebensschild. Na, siehste. Und dann das Allerwichtigste natürlich. Ihr müsst oben eure... Eure Belohnungen wollen. Im Terminplan. Der Fallschirm da, ne? Oder was? Nee, das ist wieder was anderes. Jetzt müssen wir irgendwie noch 40 Punkte bekommen. Terminplan. Ja, die kriegt ihr nicht, weil wir nicht im Clan sind. Also, ihr nicht. Ich bin ja im Heim, aber. Geht leider nur bis 80 ohne Lager. Ach so, das 100 gibt nur mit Lager. Ach so, die Siedlung... Ja, die Siedlungsmission. Ich bin jetzt bei 60. Genau, die Siedlungsmission müsst ihr auch noch machen. Aber die ist einzeln. Und da würde ich euch empfehlen, immer die Plünderer zu machen. Weil mit der... Das ist die einzige Mission, mit der wir die Plünderer leveln können. Stützpunktlevel ist zu niedrig, weshalb du dein Level nicht weiter... Ach du Scheiße, ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja, du... Ja, ja. Nimmst du wieder ausbauen. Ja, du... 50.400 EP. Boah. Und das sind die ganzen Belohnungen. Ich will meinen Stützpunkt nämlich nicht mehr verbessern, da ich Level 75 brauche. Okay. Na, du kriegst ja jetzt. Und ich bin Level 71. Ja, na. Hast du deine... Schon abgeholt, deine Belohnung? Ja, ja. Okay, na dann morgen. Dann bist du morgen soweit. Warum, das aktivieren? Nein. Was gibt's hier noch? Ach du Scheiße. Ja, du wirst überschlagen mit so viel Belohnungen. Ach, ich weiß, du schüttestpunktlevel 10, was Charakter ist, weil das so erhöht war. Stimmt, und Gold gibt's erst. Ah, verdammt. Ja, eben da hinten bei 100 erst, ne? Richtig, und das geht nur mit dem Lager. Oder du machst die anderen aufhören. Guck mal, rechts bei Wochenmodus, da gibt's doch dieses Sturm auf Raffin. Da gibt's Gold. Bei Geheimlebor gibt's Gold. Ja, aber das ist heavy. Wochenmodus? Ich weiß halt nicht, wie stark das ist. Also, Astralturm ist richtig krass. Ja, eben, da hab ich ja eben im Tutorial quasi eine Aufgabe bekommen, ne? Ich bin nicht weit raus, könnt ihr machen. Ja, gut, das gibt's halt kein Gold, ne? Das ist ein bisschen Moped fahren, aber ja, gut. Linien halten gibt doch auch Stärke und Damage. Dann müsst ihr bloß immer auf das Symbol gehen, dann seht ihr, was es dafür bedeutet. Linien halten gibt auch Stärke und Damage. Das schreibt Jasmin gerade. Aber wie gesagt, ich hab bisher an der Oberfläche gekratzt von dem Spiel, glaube ich, ne? Naja. Das ist schon so viel, und ich sag, das ist so mächtig, das ist so geil, das Spiel. Ah. Es gibt so viele Aspekte, die man hier macht, mit Gruppe, ohne Gruppe, mit Lager, ohne Lager. Als Singleplayer kommt man, glaube ich, nicht ganz durch, ne? Man muss irgendwann mal im Lager reintreten, ne? Nö, musst du nicht. Ja, wenn man halt die guten Belohnungen haben will, ne? Richtig, ja. Geht halt alles langsamer, ne? Naja, was heißt langsamer? An Gold kommen wir nur über Lager. Also ich sehe ja keine Möglichkeit, gerade an Gold ranzukommen, ohne im Lager beizutreten. Na, Zentrum für Rechtsprechung gibt es, glaube ich, ne? Was ist Zentrum für Rechtsprechung? Was ist das? Das ist ein wöchentliches Ding. Kleidung, was habe ich hier schon wieder? Hilft. Hilft. Ja, das einzige, was man wollen, kann es probieren. Was nicht schaffen, schaffen wir erst nicht. Bo没, allein schon mal nebenbei, schön dich mal inconsisten, ich hab ja ja früher auch deine Videos geschaut, vor allen Dingen Westland Survival und so Kram, Ewigkeiten her. Schön, dass man mal zusammenspielt. Ja, freut mich auch. Eine Frage, spielst du Westland Survival immer noch? Nee, gar nix. Gar nix mehr davon. Nee, weil es einfach mein ganzes Leben irgendwie bestimmt hat und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Ja, ich mach immer noch Last Day on Earth. Ja, ja, weiß ich, ja. Oder Westland Survival und Grim Soul und Dawn of Zombies. Hab ja alle gehabt, irgendwie. Ja, 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 ja. Allmögliches, was es gab von Survival. Nee, und das war schon stressig, ich kam von der Arbeit, da ein Update, da ein Update, da ein Update, Survivalvideos machen, ne. Nee, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Aus Ende, hab ich gesagt. Gibt's nicht. Ja. Nee. Machst du schön. Jetzt guck ich bei dir öfter mal zu. Ich schreib zwar nix, weil ich da noch nen Fernse habe, aber ab und zu Last Day on Earth hab ich zwischendurch auch wieder gespielt, aber immer nur so ein bisschen. Und hier bin ich eigentlich seit dem ersten Tag dabei bei dem Spiel. Ich hab dann irgendwann aber Pause gemacht, weil mich das auch... Ich wusste nicht mehr, wo ich zuerst anfangen sollte. Es wird immer mehr und immer mehr. Ja, ich sag, du wirst total erschlagen von allem, was du hier machen kannst, ne. Selbst im Lager, da bist du ja dann auch noch, musst du um halb acht das Freudenfeuer, da kommen drei Events nur fürs Lager. Ja, die müssen auch gemacht werden irgendwie, wenigstens mit paar Leuten. Da ist, ne, da hab ich dann auch Pause gemacht und jetzt hab ich so ein bisschen wieder erst eigentlich nur für mich ohne Lager gespielt jetzt. Und dann hab ich aber doch immer wieder anfragen, ich sag, da komm doch mit rein und dann hab ich aber gesagt, ich muss um vier aufstehen. Ich sag, ich kann nicht jeden Abend damit machen, das geht nicht. Ja, haben sie denn auch verstanden? Also die Events sind die nur, was nicht, von halb neun bis halb zehn, von halb sieben bis halb acht, ne? Genau. Hast du nur so eine Stunde Zeit oder was, ne? Aber für einen Clan, oder fürs Lager, ist es eigentlich nur wichtig, dass die Aufgaben gemacht werden, die wir jetzt machen hier, die wir jetzt gemacht haben. Ja. Und die, die darunter stehen. Wo steht, du brauchst ein Lager dafür. Die täglichen Aufgaben. Wenn die alle gemacht werden, ist das Lager schon vollkommen zu finden. Deshalb hab ich ja auch nix gemacht mit Lager oder irgendwas. Ich hab gesagt, ich spiel vielleicht alle zwei, drei Tage mal, zwei Stunden oder was. Aber jetzt ist Freitag, da kann man ein bisschen länger machen. Richtig, ja. Aber ich glaube, um das Lager zu halten, wenn du da ein paar Leute hast, die wirklich jeden Tag diese Aufgaben machen, wann ist ja Wurst. Die können es ja überall den ganzen Tag machen. Man muss dann halt auch ein paar Leute sein, ne? Richtig, ja. Und man sagt, du, du, Dienstag, du, oder dann, äh. Ne, ne, müssen schon mehrere. Gruppenaufgaben, ne? Und dann, ja. Ja, ja. Immer zur selben Zeit. Also bei manchen Sachen seh ich heute noch nicht durch bei dem Spiel. Ja, warte, was war, was war. Das was du mit dem Base Building und die Dekorationen und, äh und hier und da und Shishi und und Kuck und, äh, äh, ja, ja. Wir sind heute noch eine Holzhütte. Äh, 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 angeln gehen und Holz hacken und Ärzte und, äh, die Tiere haben und, äh, die eigene Bächen ausbauen und dann noch Aufgaben machen und dann grinden und, äh, ja. gucken mal gucken muss ich das entwickelt das mache ich gar nicht jeden tag und dann level ich halt da und wenn ich den tag dann nicht level ja dann ist es halt so ich guck mir das an und alle dran waren ja macht auch lager auf ist noch nie ich habe keine ahnung nur einige zuschauer das spiel mittlerweile auch spielen ich habe es bis vor kurzem nicht gekannt war auch die zuschauerin ich sagte guck dir das spiel mal an okay jetzt wo ich drin bin will ich mehr ich denke mal hast du auch wo gespielt wurde vor kraft ist ja auch im prinzip du levels und spielst für dich alleine und irgendwann bist du halt so quasi im im end content angekommen und dann geht quasi erst richtig los oder so rates und instanzen und oder weiß ich meine gibt es ja auch so pvp events und dann bin ich was alles das ist ja richtig du kannst ja ich meine ist nicht nur sonst 20 gb großer spiel richtig oder auch im handy fast 10 gb also pvp ist zum beispiel alles das wo eine knarre drauf ist in den im terminplan genau 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 das ist ja dann immer so schütteln also luftfahrtbasis und sperrzone auch und da wird man da nur mit eigenen leveln gematcht oder kannst du auch was denn es ist in das 109 dagegen haben ja ja da sind glaube ich alle drinnen ja das gibt es wirklich geld da rein pumpen und da hast du mir keine chance dann ja ja also dass das will ich ja gar nicht ich will es sind halt immer so viel luftfahrtbasis und glaube ich sie mal teams das geht ganz gut also da komme ich immer ganz gut durch und sperrzone will ich mit unbekannten leuten auch immer nicht so rein das ist musste dann aus dem lager haben oder so das sollte ich dann dann überleg ich echt morgen im discord zu der kategorie aufzumachen für anbauen wir alle die dies spielen und leute suchen oder mit anderen leuten zu sagen weil jetzt heute gab ja auch wieder ganz fett die freundschaftspunkte ja 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 alles was wir zusammen machen gibt es freundschaftspunkte wenn man dann mit anderen zusammenspielt gibt es auch diese freundschaftspunkte und dann kann man ja auch dieses andere ding was du da im letzten stream gemacht hast wie heißt na die sind ob den man da erstellen kann oder mit freunden zusammen leute genau sechs leuten was machen kann da gibt es glaube ich auch wieder belohnung das habe ich aber noch nicht gemacht ja es ist so viel wird schnell markiert das ist bloß weil wir noch in einem team sind und wird immer angezeigt wenn einer ist aber in game voice der war ist mir echt so leise gewesen aber eben nicht verstanden ich habe also dich gar nicht aber du sagst du hast ja ausgeschaltet und mina und netti die waren total leise aber so ist ja okay so geht es ja auch aber jetzt jetzt bin ich trotzdem persönlich glaube ich heute bin ich weitergekommen doch ich bin zehn weitergekommen ja ja jetzt muss wieder ausbauen ein stützpunkt es geht nur bis 109 im moment weiter geht es im moment umarmung beantragt ok wir stehen immer noch mal um abmisch um abmisch um abmisch das team zu ketten gehen ok noch mal auch die mina hat umarmung beantragt und was stand da war da nichts du gottes nicht erwidern das ist es regnet ich kann mich nicht bewegen kann im moment nicht durchgeführt werden akzeptieren regnet oder was mit der suche hat umarmung beantragt akzeptieren aktion unterbrochen so regen die zielt schon wieder auf irgendwas lassen wir hier verstecken gehen es regnet sauer regen hier ist hier ist hier safe unter der treppe nutzt auch nichts ja doch stimmt hier und hier ist ich muss schon wieder auf toilette ich habe schon wieder zu viel getrunken ja also das einzige was jetzt an täglichen aufgaben noch wäre quasi ist diese sie aber die muss jeder einzeln machen und dafür gibt es diese plünderer punkte womit ihr nachher die dietrich hier die besseren bauen könnt und sowas genau wie kann man denn betteln na da hast du da hast du so ein zelt gekriegt mein hund glaube ich in der tasche muss ich mir gucken ja aber wie funktioniert das genau als ich krieg dann die geld dann müssen wir das letzte stadt und bettelst du da ja ja ich habe ich dann vorhin bei dir gemacht pass auf so betteln ich bettel mal ein bisschen klopf klopf wer ist da zahl zahl was spenden ja du gehst jetzt auf mich zu und dann kannst du spenden was so ist richtig echt so betteln da müssen echt andere spiele ich dachte du bekommst automatisch irgendwas okay da müsste ich jetzt die anderen kommen und dir hier so genau zack ein silber da ne auto 100 ist das midi boom okay hier zack und jetzt hast du noch ein 100 oh und ein verband vielen dank oh und herzchen kann auch nicht betrübt sondern ein bisschen ich bin dann verhungern gib mir was du hast ich bin fordernd komm her jetzt gib her sonst aufs maul ja genau auf die art geht es auch warte 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 da hinten warte warte gesellschaft oh der ist elite wollen wir den haben guck mal da steht ein dicker da hinten wollt ihr noch ein bisschen üben ich muss mal vom betteln weg ich muss mal vom betteln weg das soll ich nicht wieder verhauen nein 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 aber die blaue wenn diese diese türkise die blaue zahl minus ist es erst mal schild weg ok genau und dann geht es auf die lebe und dann geht das dann geht erst ok weil das system habe ich auch nicht gecheckt mit gesundheit und lebenspunkte nach oben ist dein schild der blaue und wenn der weg ist dann geht es an deine leben und wenn die weg sind die grünen dann bist du tot von tun ja das gibt ja auch dieses kreuzchen auch mit der gesundheit ne genau ne das ist wenn du im regen läufst oder nachts läufst oder weiß ich dann das ist halt wie normale gesundheit einfach hat nichts mit den lebenspunkten zu tun aber ich glaube wenn das ganz runter ist dann verlierst du auch leben wenn die lp und die gesundheit dass es das zwei verschiedene gibt die gesundheit sinkt wenn du im säugeregen stehst und weiß ich was genau wenn du auf die fresse kriegst genau ich ruhe mich aus ja ich trege schön mein Popo in die Ecke ja toll da muss er aber in die sonne gehen und nicht unter das Dach liegen umarmung akzeptieren ah jetzt jetzt geht es yeah oh 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 jetzt sagt es abwecken das kanadet so lange tot chemie ja grüne karls ich heile euch ja ich komm jetzt auch da minky minky oh ich weiß da keine munition mehr scheiße er hat er da der da ja geil das geben also ich weiß nicht was das ist kostenlos also ja ja das stimmt war das schon immer kostenlos ja ja es wird dunkel willst du dir nicht was anziehen könnte kalt werden ja es kommt immer auf den freundschaften an nein nicht schon wieder nicht schon wieder nicht schon wieder hauer was machst du denn ich kann man auch geilen benutze ich wieder als punching ball ist tot guck mal hier die beiden es wird dunkel achtung vor den zombies oh ich liebe dich so sehr was geht denn hier sonst noch so jetzt ist nacht wieso geht das nicht ja schon wieder wer ballert den denn schon wieder an ich bin weg er hat mich wird der mit level 40 den schaffte ich schon wir sind das Äh, wo ist denn das? Äh, LP, Gesundheit, Gesundheit, ja. Jappo. Oh. Vor allen Dingen, die sind rosa. So, jetzt muss ich mich aber wieder richtig anziehen hier, das gefällt mir so nicht. Was ist rosa? Oh. Boah. Bleib nackig hier in Unterwäsche. Machst du denn schon wieder an ihr? Oh, der hat wieder zu schieben. Jaja, natürlich. Aha! So, ich leg mich um, hör auf, hier, pass auf. So, ich hab' ne Erkältung. Oh, scheiße. Ich auch, ich weiß gar nicht mehr kommen. Äh, pass auf. Aufgrund der Klamotte würde ich sagen, du bist warm genug angezogen. Ja, würde ich auch sagen. Weil du leicht bekleidet bist. Ist doch Lammfell gefüttert, die Unterwäsche oder nicht? Nee, alles Sport, Unterwäsche. Alles Sport, Unterwäsche. Aufgrund der Klamotte geht so'n bisschen Leben weg. Meine AK. Sie hat doppelt so viel Schaden wie wir. Das sind für mich Pina. Ich muss doch mal Pool angehen. Danach muss ich gucken, was ich noch mache. Ich muss doch mal so ein bisschen, ja, irgendwie gucken, dass ich heute Equipment hochkriege. Ja, dann bleib hier stehen, dann beschütze ich dich. Äh, kann ich hier irgendwie auch in Ohnmacht fallen? Nee, ne? Na klar. Gucken, schubsen, tanzen. Ja, schneiden das jetzt. Setz mich. Oh, oh. Äh, jetzt nicht noch einen Schritt zurückgehen, Netti. Wieso sieht das denn heukig aus? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Jetzt nicht hinsetzen. Nee. So, ich kurz müde, ich bin nicht wieder da. Ja, ich schieß noch ein bisschen, genau. Ich kann nur so ein Weilen, so ein guter Arsch, da wackelt. Hey, bleibt noch sitzen. Oh, nee. Ich schüttel wieder auf. So, ich bin nicht wieder da, kurz müde. Bis gleich. Oh, nein. Kann ja ganz anders noch werden, warte mal. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Wunschau, ja. Hier. Ach der Hund ist im Wehen Guck mal her Fifi Na das ist doch ein nettes Pausen Pauseninhalt hier Pausenunterhaltung Pausenunterhaltung Ich hab's probiert Können das nur Kanal-Admins hier oder wie das heißt oder was? Moderatoren Moderatoren, okay Sowas wie du, okay Sagen wir, Kathi, du bist doch länger schon im Spiel Ja Bei diesen Vorräten Kommt da vielleicht diesen schönen Sessel da mit diesem schönen Hut? Welchen Sessel? Hut? Na bei dieser, ich weiß gar nicht wie die Kiste da heißt Ähm, na bei Vorräten bei äh Bei dieser letzten Kiste Wo Jimmy die Pilze bekommen hat Ja Hat man da die, äh, wirklich die Chance auf diesen Sessel? Oder? Also ich hatte bis jetzt höchstens Lilanes Ja Und das ist ja eigentlich für die, die bezahlen, ne? Ist ja für uns nur einmal am Tag kostenlos Ja Und wenn du da, die wollen natürlich, dass du da einen Haufen Kohle reinschmeißt Also glaub ich nicht, dass wir die kriegen Da musst du schon, weiß ich nicht, ne glaub ich nicht Hm Sooo, wieder da Weil ich muss den Sessel, äh, den Sessel find ich schon toll Hä? Ich hab was Blödes gemacht, Jimmy Aha, aha Ich, ich hab meinen Puppe zu dir hingehalten Aber Gott sei Dank, hab ich irgendwas in meinem Mund drumherum Ich war eine gute Pausen-Unterhaltung Okay Ja Ich hab den Dicken mal schnell weggemacht Nicht, dass er wieder kommt gleich Du hast Jimmy weggem- Ah, hm Ne, den anderen Klauen da hinten Der da immer angeracht kommt Warte, wo ist Mila? Wo ist Mila? Ist gar nicht mehr hier, oder wat? Da Da sind wir schon wieder Ne, ich bin in der Base Ne, wollte ich grad das Maul hauen Ich wusste, dass ich mir jetzt den Kommentar leisten kann Ne, aber sonst bringt's halt gar nix Also durch Grinden von irgendwelchen Kills Kannste gar nix machen in dem Game, ne? Du musst wirklich diese Ja Besondere Dinger machen, ne? Also jetzt irgendwie in die Welt laufen Unter Tiere schlachten Oder Zombies wecklatschen Bringt gar nix, ne? Damit levelst du nicht, ne Nur mit diesem Terminplan da oben Nein, ich bin hier schon wieder am Maximum Jetzt muss ich jedenfalls meinen Autoschlupf wieder ausbauen Oh, ja, ja, ich auch Oh, ja, ja, ich auch Oder muss ich jetzt mal schauen, dass Lass mal schauen, dass ich jetzt wieder hier irgendwie neue Materialien kriege für für bessere Rüstung und bessere Waffen Normal Na, normal musst du alle 100 Ne, alle 10 Level neue Klamotten und Affen herstellen Normal Was hab ich denn jetzt? Ich hab jetzt, äh Ska Ausrufe Level 20 Level 69 Mütze Mütze Level 13 Jagd Level 22 Hose Level 26 Hose Level 26 Mütze 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 Aber wenn man so schnell levelt, lasse ich die meisten aus Ich level jetzt hoch auf 100 Und 100 ist ja aktuell das stärkste Mehr geht ja im Moment nicht Waffen und Rüstung Genau, grau Weil bis 109 ist ja das Server Level jetzt Aber nicht mehr so lange, glaube ich Das ist 12 Tage, ja 12 Tage Ich kann's sagen, steht ja dabei, ne? Mh Aber Level 100, wenn man da schnell Sag mal! Hä? Du eine Reserve EP 2.101.550 Ich hab gerade gesehen, was du meinst Ich find das übrigens bescheuert, dass dieser Schlüpper da so lang ist Das sind Strumpfhosen Und ein Strumpfband Das sind Schuhe Hä? Die roten Dinger, da sind Schuhe Aber die schwarzen Dinger, da hast du Strumpfhosen und da hast du ein Strumpfband da dran Ja Ja Und Flip Flops Warmele 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 Und äh Wo ist hinten? Da ist hinten Äh Okay, du weißt das doch bestimmt, wie kann man hier den Titel einstellen Du hast so einen Titel überm Kopf Ja Ich hab auch gerade erst reingeschrieben Ganz links, ganz links oben Auf deinem Level Ja Und dann gehst du auf den... warte Titel, warte, warte, geht da unten Titel, unten Ah, unten rechts Unten rechts steht Titel Ah, perfekt, danke Und da kannst du gucken, die haben auch immer Werte dazu Und da kannst du den Titel ändern Super, überall Schloss, Ehrentitel? Auch überall Schloss Super Alter, wie viele Titel gibt's denn hier? Muss man sich erst verdienen, ja Titel über Blender, dauerhaft, wir leben Okay Ausrüsten Oh 15 15 Eine Dings dazu Okay 15 Werte Kannst du bei mir einen Titel? Nö Ja, Hilfskoch Hilfskoch, ja Ich weiß gar nicht, was ich bin, das heißt, glaube ich Weil sie so heiß ist, kann sie das essen, als Hilfskoch Edel Auf, zwei Arten Der Topf zwischen die Beine Und äh, ach so Äh, ähm, äh, äh Ja, äh Ja, 20 vor drei, da kann man sowas sagen Haha 20 vor drei, ich hau mir ab So, wo waren wir jetzt noch? Ähm, da können wir noch was machen Kleidung Da ist aber wieder nix, okay? Ja, ich hab Ausrüstung hab ich gebaut gehabt und das war, glaub ich, bei dem letzten Stream und da hab ich sie genau, Schuhausrüstung Level 61 und die hab ich halt in Gold gekriegt. Oh geil. Ja, das ist selten. Ich hab auch irgendwas in Gold, warte mal. Ach nee, das war das Letzte, was ich gebaut hab. Level 30 und weil ich mir ja was gekauft habe, hab ich ne goldene Waffe. Du hast was gekauft? Was? Ich hab doch hier dieses Kostüm da. Ne, der hat zu viel Geld, der muss Geld was geben. Der muss, der Hund, der nervt voll. Ich hab doch hier dieses Cowboy-Ding. Das hab ich doch gekauft. Wie teuer war das? War nicht teuer, 1,19 Euro. Oh, glatter Durchschuss. Oh, mit dem Herzchen Strumpenband. Ja, ja. Da müsste irgendwo vorne eine Einschusswunde und hinten eine Ausrutschwunde sein. Ja, und dadurch hab ich die AK in Gold. Ich hab auch noch ne andere in Gold. Und wenn du jetzt ne andere Waffe baust, bleibt die trotzdem Gold? Hm, nee. Ich hab ne Waffe in Blau gebaut, in Lila. Und welches Level hat deine Goldene? Goldene? Warte. Ich mein... Ich guck mal, dass ich mal irgendwas mache, oder? Ausrüstungslevel. Oh, hier. Die hat... äh... Die ist Level 32. Ach, du bist sehr süß. Und damit schießt du? Ne. Äh, ne. Äh, gewehr... Ausrüstungslevel 70. Hui. Das ist gut. Nein, was hab ich jetzt gemacht? Oh, was machst du denn? Äh, du bist im Lager beigetreten. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, geh da wieder raus, Jimmy. In welches bist du da reingegangen? Äh, ich hab auch von drauf geklickt. Darkzeit! Äh, du musst I drücken. Please do the cam... Nein, immer ins Menü. Menü und auf Lager. Wo hab ich gerade drauf geklickt? Du hast auf I gedrückt. Lager? Menü und Lager, geh mal rauf. Und da kannst du, glaube ich, irgendwo wieder raus. Wenn du willst. Welcome to the family camp, bus. Least to the camp mission. Ich weiß gar nicht, wo, wann immer. Gebäude verbessern? Lager, Lager, Englisch. Camp verlassen. Genau, bei Mitglieder, rechts. Der zweite von oben. Rechts. Nicht links, rechts. Ja, da. Ja, da. Genau, da. Und unten. Und das camp verlassen. Wenn du das dreimal verlassen hast, hast du insgesamt nur noch verlassen. Wo hab ich hier gerade? Ich hab da immer... Nee, will ich nicht. Ich wollte eigentlich... Hier wollte ich hin. Und dann bei... tutorial. Genau. Ich bin mit dem Piloten, geh zum Pflegeheim. Genau, da will ich hin. Du und deine, du bist bestand. So. I've marked your spot. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Können wir ja die Gruppe heute auflösen, oder? Nö, also ich hab mich gerade weggebiebt, also ich bin doch da, also ich mach doch weiter. Jaja, aber wir machen ja jetzt nichts mehr, oder? Wo sieht man hier eigentlich die Gruppe? Links, bei dir. Ah, das spielt wieder nach mir, das spielt wieder nach mir. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ah. Und? Ich hab mal Mission. Nee, links, links. Das sind auf einmal Mission und darunter ist so ein Fähnchen. Ah, beim Fähnchen. Und dann oben auf Team. Da weiß ich, ja, ja, ja. Und jetzt? Freunde, 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 ja. Da gibt's überall Schaltflächen, wo man da nochmal weiterkommt, da nochmal weiterkommt, da nochmal weiterkommt. Genau. Dann sieht man sogar, wo sie sich gerade aufhalten, okay. Wir können ja mal Luftlande versucht probieren. Aber nicht mehr heute, aber. Rekrutieren? Rekrutieren? Verlangen wir in der Stadt? Rekrut, was? Machen wir ein andermal. Luchz. Das gibt's. Schimmel müssen wir noch ein bisschen lesen, jetzt, glaube ich. Äh, waaat? Äh. Was ist mit dem Pilot? Was ist der Pilot? Nein, nein, nein. Nicht mit. Warte, Knöpfe, warte, Knöpfe. Jetzt muss ich wieder an dem Klaviermann vorbeilaufen. Nein, 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 nein. Deswegen halts ich mich dann hier auf. Wir spielen das mit dem Klavier, wei, 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 weg. Warte, ihr könnt's nicht. Oder könntest du, ich weiß es nicht, ey. Kann's auch nicht, aber echt jetzt bitte auch. Hallo Pilot. Alle Antworten fliegen gleich los. Ja. also das ist auch so sound mäßig gar nicht balanced also nein ich spreche mit dem manager des pflegeheims ok nein wer denkt sich die ganze story aus von dem game also das ist nicht umsonst so groß von der datenmenge her viel erfolg glück worin ja da ich bin wirklich überrascht zu sehen dass die ganzen senioren noch hier sind ganz abgesehen davon dass der vorher und hervorragende infrastruktur gehabt das pflegeheim kalendula auch schon immer eine elite einrichtung sowohl die qualität unserer dienstleistungen als auch unsere gebühren waren die höchsten in der branche die gebühren auch der katastrophe suchten das pflegepersonal und einige familienangehörige der bewohner zuflucht bei uns blieben und ließen sich hier nieder freundschaft zu katie um sonst wird freundschaft zu katie erhöht wat oder kathie ich bewundere wirklich deinen überlebenswillen der unterschlupf des der ravens freut sich auch auf eine gemeinsame zusammenarbeit mit dem pflegeheim kalendula ausgezeichnet ja wir engeren bis wir engeren kontakt mit dem unterschlupf der raven aufbauen darfst du dich gerne umsehen und die älteren bewohner freuen sich ganz sicher ein neues gesicht zu sehen professor schläfe in der tasche zwölf gedreht ne so gehe im pflegeheim die aufgabe heißt gehe im pflegeheim kalendula herum äh wohin sag mal katie ist das ein bug oder so dass das essen in den truhen nicht gesteckt wird oder ist das normal das essen allgemein wird nicht gesteckt ne richtig ja wahrscheinlich damit du im kochlevel nicht so schnell weiterkommst vermute ich mal weil sonst könnte es ja 100 dinger backen oder kochen und würdest zu schnell leveln das wollen die wahrscheinlich auch nicht ja aber es ist ganz schön nervig das ist ganz schön nervig ja ich hab halt einfach ein bisschen hin und her äh die sachen die ich hatte zusammengemischt dass ich neue rezepte lerne und irgendwann hast du halt auf essen musst du es irgendwo hinpacken nehm ich grüß mit kane ok muss ich wieder zurückreisen ok ich bin wieder da ach du schreckt wir kommen zurück also was hältst du vom pflegeheim ja blablabla es ist ein ort der ziemlich komplex ist und einige widersprüche auf was junge und alte menschen leben friedlich nebeneinander und folgen noch den alten gesellschaftlichen regeln als die zeiten ohne katastrophe es verfügt über viele erstklassige medizinische geräte aber nicht genug ärzte die sie nutzen nutzen können außerdem gibt es dort hervorragende lehrkräfte auch wenn das was sie lehren da 30 jahren überholt ist trotzdem fand ich das dort nicht schlicht das höre ich dir an der unterstupft der raven wird versuchen freundschaftliche beziehungen sie können den doodler aufzubauen und wir brauchen deine unterstützung dafür ok keine sorge ich tue was ich kann ich bin nur gespannt was das pflegeheim ändern wird ok quest zu ende oder geht die quest noch weiter die ist glaube ich zu ende der hat noch mehr quests hier ja ja der hat sowieso immer eine quest parat du kannst aber holt smith machen kälte resistente kleidung abgrund smith ist cool ja ja ist auch nicht so schwierig mhm das ist so ein richtiger anfänger ist eigentlich das erste was die alle gemacht haben damals aaaaaah das spielt klavier das höre ich Gott sei dank nicht wie kann man das denn ausschalten reparat gar nicht das gehört ja da rein das gehört ja da rein nichts zu töten okay ach das ist das ist das ist das ist das ist So, habt ihr jetzt davon. Hugo, du warst plus 115, lol. Was ich alle mal Endschi gespielt habe. Aber schon krass, was ich heute verlebt habe. So, Ray Jones, ne? War gut, dass du mir das gestern gezeigt hast, Jimmy. Was denn? Mit den Shorts. Ach so, ja, ja. Bist du der Neuling, der von dem Kane sprach? Ich will dich mal was fragen. Okay. Hast du schon mal einen Mustang gefahren? Nee, aber geritten. Warum Geparden? Was für eine ist jetzt mal eine Frage. Alter, weg mit dem Blumen, ich wacke es mir. Du musst dann bescheuern, ich schließe kommen von 65. Wir haben jetzt, egal ob du etwas wie du magst, oder jemanden kommen lässt. Aber du gehst raus, du gehst raus, du musst schnell sein. Alter. Wir haben eine Mission, da draußen werden zwei Kinder vermisst. Ihre Mutter ließ im Krankenhaus und das sieht nicht gut für sie aus. Wir müssten sie zurückholen, bevor... Vergiss es, reden wir mit ihr. Dann können wir aufbrechen. Aha, 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 aha. Todeslektion, okay. Ich sprich mit dem Notarzt. Welcher Notarzt? Warte da hinten. Da müssen sie echt eine neue Option einführen, dass man irgendwie die anderen Instrumente oder sowas leiser machen kann. Das ist ja total nervig. So, voll laut. Ja, finde ich auch. Notarzt. Es tut mir so leid, wir konnten sie nicht retten, mein Beileid. Oh, nö. Möglichst in Frieden ruhen. Das war nicht deine Schuld, Doktor. Du hast ja messen gegeben. Gegen Ende murmelte sie immer wieder zwei Namen, John und Tina und sagte, es tut mir leid, dass ich euch angelogen habe. Aber ich glaube, dass John und Tina ihre Kinder sind. Du musst sie finden. Obwohl die Eilkinder alle lügen, manchmal. Ja. Jedes Kind wächst mit dem Glauben an die kleinen Lügen seiner Eltern auf. Die Zahnfee, die Zahnfee, kleine Elfen, der Weihnachtsmann und dann gibt es doch Pinocchio, dessen Nase verlängert wird, wenn er lügt. Vielleicht hat sich diese Mutter einfach nur ein paar bizarre Geschichten ausgedacht. Das Geheimnis könnte in ihrem Tagebuch stehen. Lies das Tagebuch. Also jetzt muss ich das Tagebuch lesen hier. Liebe und Lüge. Survival Guide, okay. Alles ging so furchtbar schnell. Wir hatten nicht mal Zeit, Tina eine richtige Geburtstagsfeier zu ermöglichen. John und Tina hatten sich so sehr darauf gefreut, am nächsten Tag die Freizeitag zu besuchen. Die Ärmsten, da ich die Kindern keine Angst machen wollte, sagte ich ihnen, dass wir anlässlich Tinas Geburtstag etwas spielen würden. Sie schöpften keinerlei Verdacht, nicht mal ansatzweise. Also ich erinnere mich noch an die Begeisterung in den Augen meiner kleinen unschuldigen Engel. Ich verstehe ja nicht, warum diesen bezaubernden Kindern ein solches Unglück widerfahren musste. Aber ich weiß, dass nur ich sie jetzt beschützen kann. Ich muss... John scheint zu etwas... Was? Ich muss John scheint etwas zu ahnen. Da fehlt eine Seite, oder? Hallo? Okay. Ich muss John scheint etwas zu ahnen. Ich fürchte schon den Tag, an dem er mich nach der Wahrheit fragt, wie soll ich ihm mal antworten. Zum Glück hat er bisher nicht gefragt. Stattdessen tröstet er sogar Tina und sagt ihr, dass sie durchhalten und geduldig sein muss, um den Hauptpreis des Spiels zu gewinnen. Den Besuch eines riesigen Freizeitparks. Meine lieben, lieben Kinder, ihr seid das Beste, was mir hier passiert ist. Und ich werde wirklich alles dafür tun, dass wir das hier überleben. Irgendwann wird erneuer Tag erwachen und dann besuchen wir den Freizeitpakt gemeinsam in Ordnung. Warte mal, kann ich ja auch scrollen. Ah, ich muss stark bleiben. Okay. Das ist okay. Okay, Tagebuch gelesen. Mit Jodie Jones reden. Einfach jetzt so, bis ausweicht, als wäre es ein Videospiel, was? Genial. Ich sehe, du hast eine Menge Erfahrung. Das könnte schwierig werden, aber ich bin eigentlich auch selbst ein Gamer. Ich bin selbst Gamer. Dann hoffe ich um der Kinderwillen. Das hier ist kein Videospiel. Wenn da draußen etwas passiert, kommt man nicht mehr zurück. Legen wir los, das Spiel beginnt. Nimm an einer Schöne-Lüge-Vorführung teil. What? Schöne Lüge. Dieser Modus unterstützt derzeit nur Einzelspieler. Der Spieler verlässt automatisch Team, wenn er diesem Modus beitritt. Okay. Okay. Weißt du, wie der Mann aus dem Team rausgeht? Mhm. Ich stimme hier, meine ich. Ich glaube, er hat mich jetzt automatisch rausgeschmissen, ne? Ach so, okay. Also er sagt gerade zumindest. Jetzt habe ich hier die Videosequenz. Ja, stimmt, du bist raus, hm? Ja, okay. Ach, der... Ach, der... ist es aber interessant, wie der kleine Junge da mit den Zombies umgeht. Ich denke, dass wir nur wegen der Kinder, äh... Wir sind nur wegen der Kinder hier. Und sie uns finden und von hier verschwinden. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Ort. Hier passiert vielleicht etwas. Bleibt zusammen und haltet die Augen offen. Suche nach dem Weg ins Inderland. Oh nein, ich... Kannst du mich aus dem Team da rausschmeißen? Würdest du so noch machen, doch. Kannst du dich schießen? Jetzt ist der Ton hier auch so leise. Oh, ernst. Äh, untersuche die Zeichnung. Ja? Das hier scheint irgendwie Zombies anzuziehen. Hä? Okay. Egal, der Text steht außerhalb des Bildschirms. Mutter mit Kind, dieses Bild ist aus der Kindheit trotz nur so vor Freude. Man kann das Bild einer Familie erkennen, okay. Und das hier links, keine Ahnung, I don't know. Ja. Wer seid ihr? Äh, wir sind nicht die Bösen. Vertraue mir, deine Mama hat uns geschickt, okay. Weil, äh, weil sie weiß, dass wir tolle, tolle Spieler sind. Genau wie du. Wenn du mitkommst, kriegst du ganz viele Bonbons. Was magst du am liebsten? Ich glaube, du magst Erdbeer und Orange. Glaub mir, es gibt nichts Süßeres auf der Welt. Hier ist er... Hier ist er blöd. Wie alt ist er dir nochmal? Für wie alt haltet ihr mich? War ja halt... Darauf fällt nicht mal Tina rein. Ist das vielleicht clever, aber ihr werdet kein Glück haben. Ey, große Liege, Monster in dieser Gegend macht keine Ahnung Sachen. Wenn du nicht... Wenn du nicht... ...geschnappt werden willst, sollst du lieber verduften. Und bloß nicht nach. Okay? Okay. Sollt ihr laden, okay? Du bist doch schon im Supermarkt. Ja, wonach? Ah, da. Geh weiter und frage den Jungen, okay? Okay, hoffen wir nachzulaufen. Du nervst langsam ein bisschen schneller als andere im Wagen. Also hörst du mich. Da müssen wir die eine holen. Geh einfach auf. Du kannst uns vertrauen. Guck mal. Was hat uns da eine Mutter gegeben? Warte mal, echt? Okay, im Falle. Hier steht Lügner ins Gesicht geschrieben. Darauf falle ich nicht rein. Ich mag nicht, wenn ihr könnt, ihr Schlau-Schnasen. Schlau-Pokes. Schlau-Schnasen, okay? Ah. Ich sehe von der Stelle Lügner oder so. Sehe ich aus, als würde ich meine Finger kreuzen. Mal im Ernst. Okay, jetzt soll ich ein bisschen was. Level 1, okay? Loll. Ja, ich kann auch. Was? Okay. Autoskip. Verlasse den Laden. Deck. Das geht teilweise viel zu schnell hier alles. Kannst du nicht mitlesen. Äh, betritt die Kasse. Mache ein Feuer. Mamo, du hast gesagt, er wird das Versteckspiel gewinnen. Nimmst du, ne? Schau, ich habe den ganzen Pack. Mal gemeint, dass wir es dort hingehen und Spaß haben. Mal sehen, wenn das Spiel ist vorbei ist. Er wird die beste Mom auf der ganzen Welt. Und wieder, er kommt. Juro, den Zombies, war? Das ist Level 1 Zombies hier. Was soll das? Schiebe den Mülleimer. Das ist halt eine Mission, die du am Anfang kriegst, ne? Ja, ich bin immer dran vorbeigelaufen. Ja, ich finde es halt... Weil ich dachte, ich mache jetzt mal ein Tutorial, ne? Ich finde es halt, mir ist es schade, dass man so viele Erfahrungen von Kicken macht man dann, ja. Wäre irgendwie besser, wenn man die Anfangsquests machen müsste und da dann Erfahrungspunkte bekommt, aber immer nur schrittweise, nur schrittweise levelt. Ja, hier ist ja, wie gesagt, das Problem, dass der Server schon etwas älter ist und wir diesen 800% Bonus bekommen, ne? Ah, okay. Normalerweise ist es halt wirklich so, dass man das doch überlevelt. Keine Ahnung. Das war auch am Anfang, wo das Spiel rauskam, wurdest du schon erschlagen mit Quests, ja gut. Da war nie irgendwie System hinter. Ich glaube, die haben sie erst mal noch rausgehauen, alle die Quests. Ja, aber es ist halt... Die Schmier ist schon fest, wenn du bis zu Level 79 oder so und machst du immer Quests, wo du Level 1 hat dich ja tötest. Naja, die hätten das anders staffeln müssen. Level 1 bis 10 und Level 20 oder weiß ich. Ja. Hier draußen sind wir gerade die Einzigen, die wir retten können. Verstehst du? Es ist halt krass, du schließt eine Aufgabe ab und vergriffest gleich Level 35 von Level 1 oder so. Aber dann jung. Deine Schwester sieht nicht so gut aus, John. Du kannst dir doch helfen, oder? Mama hat gesagt, ich soll auf sie aufpassen. Macht dir keine Sorgen, Jungs. Warum ist Mama noch nicht wieder da? Geht's dir gut? Du hast vergessen, dass sie Versteckensspiel gespielt hat. So ist es, Mama sagt, alle auf der ganzen Welt spielen, verstecken. Wenn wir uns für Monster oder Bösewicht verstecken, kriegen wir Punkte. Ohne Mama ist eine tolle Frau. Sie hat gerade viel zu tun und kämpft gegen ganz furchterregendes Monster. Deshalb hat sie uns geschickt, um dich und deine Schwester zu holen. Was meinst du dazu? Na klar, Mama sagt, wenn das Spiel vorbei ist, gehen wir in den Freizeitpark. Rennst du das? Mit einem Riesenrad und allem. Ach, jetzt lügen wir das den Jungen an. Das ist doch nicht wahr. Okay, mein Lieber, wir nehmen dich zum Freizeitpark mit, aber am wichtigsten ist jetzt, dass es deiner Schwester aber besser geht. Wir sollten los. Okay, ich will Mama nicht enttäuschen. Ist ein gutes Kind. Deine Mama muss stolz auf dich sein. Ohne. Das ist also so, so, so. Wenn du in einem Spiel, da kommst du nicht drauf klar, weißt du? Ich glaube, wer zum Kinder und Mutter geht. So Sorge, alle hat sie. So Sorge, alle hat sie zu spielen. Das wäre der Weg. Und so, we decided... Come on, hurry up! It's a playground! Mutterwester, okay? Ja, das Schöne, das Riesenrad gibt es ja doch. Zumindest das. Mutterwester. Wenn Kinder Spaß haben, vergessen sie alle das andere. Das ist, was ihre Mutter sich gehofft hatte. Ja, ich glaube schon, wir müssen alle an dem festhalten, was wir können. Sie hätte werden dafür gegeben, dass Kinder etwas haben, worauf sie sich freuen können. Die Kinder werden die Wahrheit herausfinden. Was dann? Lügen verbreiten sich, aber die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wie beim Weihnachtsmann. Ich glaube, manche sind eine kleine Lüge und ein bisschen Hoffnung mächtiger als die harte Wahrheit. Ja, ja, ja. Das ist das Screenshot, den Nettys auch letztes gemacht hat. Ja, Will Smith. Das soll wirklich Will Smith sein. Es gibt auch eine Werbung mit Will Smith für Andorn. Da habe ich Toni letztlich das zugeschickt, ne? Ja, genau, weil ich habe das nicht, ich dachte so, hä, der sieht doch aus wie Will Smith. Und als ich das Foto gesehen habe, dachte ich so, das kann doch kein Zufall sein. Nein, nein, das soll wirklich Will Smith sein. Du bewirbt das Spiel auch. Ja, aber wie viele Millionen der es dafür bekommen hat, keine Ahnung. Na gut, ist ja egal, aber das ist schon, schon krass. Mit Ray Jones reden, okay. Das Credo der Legende erfüllt das tägliche Glaubensbekenntnis, um eklosive Belohnungen zu erhalten. Was? Oh. Genau, das sind jetzt die ganzen Quests, die er hat. Und da kriegst du jedes Mal eine Belohnung für. Sprechen. Der alte Lastwagenfahrer Arthur machte sich ganz allein auf den Weg durch die Wüste, um das Meer zu erreichen und seine Frau zu sehen. Es war an der Zeit das Versprechen einzulösen, das er immer wieder aufgeschoben hatte. Aber warum in einer Welt wie dieser an der Romantik festhalten? Selbst wenn die Romantik tot sein sollte, war Arthur festeschlossen, seinen Weg zu gehen. Toll beginne. Okay. Mit Trey Jones reden, okay? Neuling, die heutige Mission wird ebenfalls sehr knifft. Wir müssten eine Patientin namens Hayley finden. Sollte eigentlich über Bordea Raven warten, aber sie hat sich entschieden zu gehen. Aber hat sie sich in eine sehr gefälligste Situation gebracht. Sie hat eine schwere Krankheit, die zu einem massiven Zusammenbruch führen kann. Wenn das passiert, wird sie Freund und Feind nicht mehr unterscheiden können. eine auslöbliche Krankheit hoch ansteckend. Eine falsche Bewegung und wir haben es mit vielleicht tausenden von Hayley zu tun. Okay. Aus dem Bericht geht er vor, dass sie und ihr Mann Arthur ein sehr gutes Verhältnis haben. Wir sollten ihn fragen, wo weiß man Hayley ist. Los geht's, wenn du so weit bist. Okay. 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 Also, Florian, es gibt ja so viele Storys. Wenn das jetzt noch alles auf Deutsch synchronisiert wäre, deutsche Sprachausgabe. Das ist halt teilweise echt mit englischen Sprachausgaben synchronisiert, ne? Das erklärt halt auch, warum das Spiel so große Daten hat, ne? Wie gesagt, 20 GB über Steam late und 10 GB über Android. vergrasst. Vielleicht ist es eine Schießerei oder was? Countdown, oh, ich hab nur 30 Minuten Zeit. Wieso wird eigentlich manchmal, wenn man Farben geht, links angezeigt, wenn man so grüne Sachen aus dem Baum oder aus dem Zeug rausbekommt und manchmal nicht? Verstehe ich nicht. Links angezeigt? Ja, manchmal ist es so, wenn du auf so ein Erzhaus oder so, dann wird halt links angezeigt, was du rausholst. Das ist doch was Besonderes. Du kriegst halt immer Stein was raus oder Herz und dann wenn du was Besonderes rauskriegst, du hast doch noch nochmal extra aufgeführt. Richtig. Normalerweise. Das ist das Material, den du dann noch mal veredeln musst, ne? Ja, ich weiß, aber das wird halt nicht immer angezeigt. Also, jetzt bin ich hier in die Zentralebene gegangen und farme dort und es wird bloß in der Mitte Stein angezeigt, aber wenn ich in den Ventar gehe und dann auf diesen Bergbauwagen dann sehen, dass ich da auch die Institutionale Sachen bekommen habe. Wurden mir halt deutlich angezeigt. Okay. Weiß ich halt nicht, ob es da für eine Taste gibt, wo man das ein- und ausschaltet oder ob das ein Bug ist. Ich denke, das wird mir ein Bug sein. Bisschen hier drauf geachtet, ob da was nicht dabei steht. Aber manchmal sucht du halt wirklich nichts, außer den Rohmaterialien. Sir, I'm worried that the sound of those gunshots just now might draw even more zombies here. Ich fühle mich viel besser, aber ich fühle mich Okay. Es sieht aus, als wäre mein Auto kaputt. Ich habe wieder etwas besser schnell, sonst muss ich zum Meer laufen. Den hilft mir. Die Deckung für die Reparatur, okay? Level 1, so, bist du dein Ernst? Ein Schuss und jetzt so ein bisschen tot. What? Das ist wohl auch so eine Aufgabe, die man ganz am Anfang bekommt, ne? Ja, das ist immer doch dieselbe Quest, ja. Die ganze Questreihe, die da hast du, das ist alles bis jetzt Questreihe. ein bisschen mit einem Schuss kaputt, okay. Ich glaube, die gingen damals sieben Tage, die ersten sieben Tage sollte man nicht machen, so war es ganz am Anfang. wieder bei Arthur, okay. Okay, instant Dialog wieder weg. fahre das Fahrzeug, okay. Und wohin? Folge der Highway. Haley will be worried. Haley will be worried. Let's speed things up. You must love her very much. You sure do. She's the kindest woman I ever met. I was a truck driver, so I wasn't at home much. Haley raised our two daughters almost completely on her own. Die Karo-Betten-Sender-Arts-Furz-Kammer. Nein. Right not spending more time with the Noah. I should have been a better man. Oh, I just remembered. I've prepared some gifts. You gotta be safe on your first adventure, right? I remember that camp up ahead used to have a gift store. Maybe you can find something there. Fassier uns seit dem ersten lang. Ja. Oh. Was jetzt? Sammle eine Geschenkbox, okay? Geh ans Telefon. Okay. Wie sieht's bei dir aus, Neuning? So gut. Haley's husband Arthur has promised to take me to search for Haley. Wir versprachen mich auf der Suche, an Alina mitzunehmen. Wir müssen dazu in die Küste. Dieser Arthur soll ein gerissener alter Mann sein. Ich glaube, wer versucht nicht irgendwelche Tricks. Mr. Arthur seems very sincere to me. Ach, was ist er? Ich glaube nicht, Ehrlich auf mich. Ich glaube nicht, dass er eine Überkehr ist. Jetzt seid drängend. Er in die Situation könnte jeden Moment mit Arthur Kutale geraten. Sei vorsichtig. Ah, das war zweisch. Okay. Okay. Haley's gonna love these. Sir, there's a noise coming from the back of the car. No, no, you must be imagining things. I can't hear anything. Oh, we'll be at the coast soon, kid. Why did your wife want to go to the seaside? Ah, kids grow up and then, you know, work is work. They get married and they were all gone. Hayley often gets lonely. She loved staring at this picture of the sea. That's why I promised to take her there. But you work in all. But I just have to foot schneller. Later, later. I always told her. Later never came, but the zombies did. Hayley got ill. I never kept my promise. Remember this, kid. If you love someone, never tell them. No, later. Ja. Uh-huh. 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 Later with Arthur Smith. Okay. Wo ist es schon wieder? Da. Are we there, sir? Are we there, sir? Are we there, sir? Is it there? Oh, really? We're here, kid. We're here. There's one last thing you can do. Let's just go, and then we're here, kid. And then we're here a school. And then we're here and you can take her, kid. Dann kannst du hier die übernehmen. Ich finde da eine Wildblumen. Was? Diese blöden Blumen sind ein bisschen uninspiring. Ich sollte ein bisschen langweilig suchen. Die sind zu langweilig, die Blumen. Such weiter nach Wildblumen, okay. Nimm mal die roten da. Die roten Blumen sind wirklich hübsch. Sie werden Arthur und seine Frau bestimmt gefallen. Oh nein! Die Karre explodiert. Es ist eine Explosion. Was hat Arthur gemacht? Arthur! Er hat zum Wrack zurück, okay. Er muss etwas haben. Ich muss nachher schauen. Das sind die Hauptsäglichkeiten. Ja, hier. Arthur! Was ist noch euch die Seiten? Och, nö! Meine geliebten Töchter Jenny und Esther. Eure Mutter war eine Zeit lang krank, aber jetzt geht es hier wieder gut. Wir bereiten uns gerade auf eine Reise an die Küste vor. Ich weiß, dass das in solchen Zeiten verrückt klingt, aber wir sind schon so alt und können auch nicht viel mehr für Hayley tun. Ich werde ihr für immer und ewig seite stehen. Das ist das wichtigste Versprechen, das ich in meinem Leben gegeben habe. Meine liebe Jenny, ich habe schon lange nichts mehr von dir und den Kindern gehört, aber ich glaube, dass du mehr als fähig bist, auf dich und deine Familie aufzupassen. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal wegen des Burschen gestritten haben? Alter, ist das wie Text. Wer dann dein Ehemann wurde? Er hat gesagt, habe ich mich damit immer noch nicht angefreundet. Selbst wenn dieser Gary seinen Namen geändert und jede Verbindungsfamilie O'Neill gekappt hätte, würde ich immer noch denken, dass er nicht zu dir passt. Aber das spielt keine Rolle, solange du glücklich bist. Ich würde dich immer lieben und du sollst wissen, dass ich stolz auf dich bin. Liebe Esther, oder Ether, ich hoffe, dass du deinen Traum verwirklichen und dabei sogar noch mehr Menschen helfen wirst. Ich erinnere mich daran, dass du dich immer um mich gekümmert wolltest, als du noch ganz klein warst. Du konntest damals noch nicht einmal richtig laufen. Deine Mutter und ich sind beide davon überzeugt, dass du eine hervorragende Ärztin abgeben wirst. Kinder, denkt immer an das Motto, der Familie Smith lebt mit Stolz und Mut. Bezeichnet euer euch liebender Vater. Aha. Bitte. Ich bin auch gleich weg. Ich wollte eigentlich nur die Questioner fertig machen, aber das scheint sich noch ein bisschen hinzuziehen. Jetzt bin ich wieder hierbei. Trey Jones. Das Versprechen des Lebens. Schönheit vergeht, aber ein Versprechen wird ewig. Arthur war ein willensstarker alter Knabe, oder? Ja, das war er. Das ist eine wirkliche Schande. Wirkliche eine Schande. Was wir sagen, ist als Sprachausgabe, aber irgendwie der Rest nicht, ne? Er war bereit, zu nehmen, zu riskieren, um ein Versprechen zu halten. Etwas sagt mir, dass er sein Versprechen halten wird, auch im nächsten Leben. Mit Helian seiner Seite. Für immer. Okay. Es sind schon echt traurige Momente dabei, ne? Es ist halt eine Zombie-Apokalypse, in der du dich bewegst, ne? Verschwundene Mädchen. Okay, Neuling, die heutige Mission wird keine leichte. Am westlichen Ausprosten wurde ein junges Mädchen entführt. Es scheint, als wäre ein Landstreicher namens Ron dafür verantwortlich. Ich finde heraus, wie er aussieht, wo du losziehst. Nach drei Jahren geriet Ron in Panik und wurde von seiner Doktor getrennt. Seitdem ist er auf der Suche nach ihr. Nach drei Jahren der Suche, in der er den Elementen getrotzt und nie aufgegeben hat, gab es immer noch kein Zeichen seiner Tochter. Am Rande des Zusammenbruchs. Wofür lebt dieser Mensch? Erleben diese Menschen, die bei der Katastrophe alles verloren haben? Überhaupt noch. Uff. Eine Legende, Belohnung. Ja, F. Ach, da. Die Körper einfach ist mit der kleinen Silber. Okay. Suche eine Information. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh noch dann ist es nicht weg dann ist es vorbei aber ich eben schon gesagt dass noch ganz viele aufgaben sind sowas könnte man halt alles im team machen auf die schnelle drei sterne fest und ist ja kein problem was ist denn hier von drei sterne fest und woran sich immer zurück du musst ja nur losgehen dann sagt er das tag 1 habe ich alles erledigt tag 2 ist jetzt hier los bekomme ich auf den screen hier warte mal was steht da ich schließe eine drei sterne fest was davon ist denn drei sterne ich denke mal einfach drei lassen davon schon gemacht zwei und kraftwerk 7 das ist auch so eine einfache glaube ich die könntest du auch alleine machen von den unteren da irgendwie eine wir können noch mal ein team machen ist aber auch so ist das kann schon mal 9 sind wir können das doch alleine machen denn er muss auch dahin war ja ich will denn das ist jetzt was auch ganz 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 langsam wie mache ich jetzt ein team auf pass auf ich muss noch mal rein erst mal du gehst links ach so das fähnchen stehen auf das fähnchen genau will nacken auch mit schnappi der ist so ins bett gegangen glaube ich ich bin gleich da ich bin mal weg schöner abend euch noch stimmt aber ist auch im spiel das ist noch in der team ja da muss er rausgehen muss rausgehen ach so auch mit ach so bin ich da allein du bist allein ja 1 von 4 genau krass also wenn das team auflöst dann bin ich nicht automatisch raus ja du bist nie da aber kein mitglied so schließt es mir anscheinend ich bin jetzt raus da aus der gruppe ok musst du nochmal rausgehen wahrscheinlich dann ich bin gleich drin jetzt minasuki einladen katja einladen leu steht auf was japanisches aber ich klicke mal einfach auf das japanische drauf oder koreanisch keine ahnung was das war so katja minasuki ok und jetzt mach ich genau jetzt gehst du um team ziel ach so jetzt nicht einfach hier los nee 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 er muss erst mal wissen wohin nee nee du musst im team drinnen bleiben nee nee zurück ins team wieder rein team list oder nein da oben wo team steht direkt genau und jetzt gehst du oben genau tippen um team ziel zu wählen einen drunter nee über deinem kopf da wo level 1 bis 190 steht was so als band läuft ja da da gehst du rauf so und jetzt normale festung aber kaffee x7 war schon das ist egal oder was da kannst du dir jetzt einen aussuchen ich habe hier jetzt ich glaube ich sehe ich noch da jetzt sind wir gerade wieder voll kriegen wir hin sonst geh ich raus ich hab's ja alles schon setzt doch mit hier so und so und so für so ein tagesmissionsdings da bums ich bin jetzt rausgegangen du musst nur warten die chemie wird uns denn zu sich holen ja ja das ist mir schon klar aber ich wollte halt wissen wie weit ich da bin schnappi hat da eben gute nachgeschrieben das dachte ich jetzt den seil weg kannst einfach bei dir oben auf das menü gehen ach ne nicht menü sondern terminplan und dann auf festung irgendwo nacken einladen menü menü und ravens ach genau ravens genau und dann hast du da die festungsherausforderung und dann guckst du einfach mal da will shimmy jetzt die garrison destillerie machen lol das ist von den vieren die da sind die einzige die ich noch nicht habe das da ne ist der nacken denn jetzt drinne hast du ihn eingeladen das seht ihr ja im team er hat er noch nicht können wir laufen durch sparen alles um und dann ist fertig ja das geht ja schnell aber ist nicht ich bin jetzt wieder kam hier ja Oh, da kommt dann auch schon voll in die Tassen rein, weißt du. So, dann gehst du jetzt noch mal aufs Team. Oh, da spielst du jetzt mal ein bisschen Gitarre wieder auf. Kannst du auch Gitarre spielen? Ach, du hast die Gitarre, ja. Die Quest habe ich gestern gemacht. Komm ich doch. Na, Kind, hallo. Was seid ihr denn? Bist du bei mir am Voice? Discord, da zieh ich dich auch rein. Aber du bist voll laut, die anderen waren voll leise. Ich bin drinnen. Ja, cool. Ja, wir machen irgendwas, was ich auch nicht kenne. Machen wir einfach mal, wa? So, wo war denn das jetzt eben? Ich bin drinnen. Wo waren wir jetzt eben? Auf Team. Team. Nee, das Pähnchen unter dem Quest. Okay. Da ist er, da ist er, da ist er. Ja, da ist er. Und dann? Dann oben auf Team. Genau, und oben Team Ziel. Wo das Laufband läuft. Ja, 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 und dann? Normale Festung. Normale Festung. Das ist Distillerie, ne? Genau. Zack! Los geht's. Siehens, wie wurde es geändert? Ja, bin ich. Da ist eine Distillerie. Genau, bestätigen. Dumm Event. Schön, ich will wieder zu hören, Schnappi. Aber die, äh, Kati hört dich gerade leider nicht, weil du bist in-game. Achso. Ja, Schnappi ist in-game und Kati ist Discord. Ja, na, ich höre halt auch nicht. Du wirst nicht? Ich höre voll laut. Du hast du Kopfhörer. Bist du, das verkehrst du zum schnellen rein? Aber dann hörst du halt Jimmy doppelt. Ja, eben, dann hörst du Jimmy doppelt. Ich schimmieinzelne ausmachen? In-game? Ich glaube, ich gerade. Sollte ich hier? Ich glaube nicht. Bin ich alleine? Du gehst jetzt auf Neugruppierung, bitte. Um links traurig und dann Team, wo die Teamnamen sind. Neugruppierung, dann rufst du die. Andern. Neugruppierung? Genau. Was Neugruppierung? Was? Aber du bist ja schon da, glaube ich. Ja, ich bin schon da, ja, eben. Na, hast du auf Neugruppierung gedrückt? Ja, wo denn? Na, links, wo du eben drauf warst schon. Das weg und dann auf Neugruppierung links. Links? Achso. Nein. Weiter oben. Du bist auf dem falschen gewesen. Unter den Namen, die da links stehen, steht Neugruppierung. Genau. Jetzt kommt. Da steht aber Team verlassen. Achso, ah. Daneben sind zwei Buttons. Okay. Genau. Und jetzt? Team, wir sind gut. Jetzt sollten sie zumindest erscheinen demnächst, wenn sie drauf antworten. So habe ich euch vorhin auch gerufen. Da. Ne, die Schnappi. Das kommt oder was? Nein, wo? Sonst drückt noch mal auf, wenn man das nicht mitgekriegt hat. Schnappi ist da. Der steht hier. Ach doch. Der steht hier. Der hat gerade gesprochen. Schnappi, bist du auch im Discord? Na, die ist auch da. Soll mal bei Drop Game reingehen? Schnappi, hast du mal Discord auch? Du hast mal Discord. Na, die ist auch da. Ich glaube, du bist bei mir im Discord irgendwo, ne? Geh mal in irgendeinen Voice-Kanal. Ich ziehe dich dann mal bei uns rein, wo wir jetzt quasi versteckt hier sitzen. Du warst doch gestern auch an einem Voice-Kanal, ne? Geh mal irgendwo rein, dann ziehe ich dich bei uns hier in den Kanal rein. Können wir über Discord reden. Warst du gestern auch hier bei, wo warst du, bei Talk allgemein oder sowas, ne? Dann ziehe ich dich hier in den Kanal rein, wo wir gerade versteckt sitzen. Ich habe ja noch einen versteckten Kanal bei mir. Genau, pass auf, ich ziehe die jetzt. 3, 2, 1, zack. Jetzt bist du da. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, wunderbar. So ist doch viel besser, oder? Ja, ja, mach Discord. Discord ist halt, wird's leise. Wie ist halt, ist halt ein Zuge? Ja, schon ewig. Ja, schön, dass du auch immer wieder mit dabei bist. Wir haben schon so lange nicht mehr gespielt, ne? Letztes Mal Scum vor... Wann war's? Keine Ahnung. Ewigkeiten, ne? Ein Beichen, ja. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt gehst du wieder auf Team. Team? Team, oben, links, glaube ich. Ich glaube, über das Brett geht's nicht. Zum Event? Zum Event, genau. Da waren wir doch gerade... Ah, doch, da sind wir hier am Brett. Jetzt unten auf zum Event. Jetzt unten links zum Event. Achso, musst du an der Tafel machen, okay. Dann musst du zum Brett gehen. Brett ansehen? Ja. Herausforderung? Hallo? Warte, ich seh's noch nicht. Hallo? Wird's besser? Herausforderung? Willst du gleich auf Nachbarn machen, ja? Ach nee, ja, Herausforderung machen. Und los. Ah, halt, stopp. Stopp, zurück, aufgeben, aufgeben. Ihr seid auf Nightmare. Achso, was? Aufgeben. Sag ich ja, nee. Aufgeben. Normal, 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 ne? Ja, deswegen. Brett ansehen. Jetzt erst mal auf normal gehen, genau. Und dann auf die Herausforderung. Aufgeben, ja? Nee, los. Jetzt, jetzt, jetzt auf los. Also, normal. Und jetzt, jetzt los. Nochmal. Jawohl, jawohl. Einfach nochmal. Oh, jetzt alles umballern. Alles wegballern. Jetzt geht's gut. Jetzt geht's gut. The Reavers in the Distillery should be sleeping. Now's the best time to ambush them. Alles wegballern. Jetzt schnapp ich wieder von leise. Ah, jetzt, jetzt. Ich schnapp ich auf 30. Weil, weil, nicht läuft. Das ist ein Installationsfehler. Ja. 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 Hier ist, äh, Kiste. Warhols Kiste. Ja, du kannst nur eine. Hab ich uns das Zeug genommen? Nee, ne? Ja. Oh, wirst mal. Du bist der Streamer da. Ich bin der Streamer. Nimm alles hier. Da sehen die Zuschauer, was zu machen ist. Das ist doch gut. Ja, komischerweise. Ihr guckt den Streamen nebenbei. Genau, wir können zugucken, was passiert. Dann müssen wir was wissen. Das hätte ihr Loot gewesen sein können. Genau, das hätte ihr Loot gewesen sein können. Na, Schemi, wie kommst du da hin? Auf allen Dingen macht mich Netti schon wieder ganz wuschig. Ja, ich hab auch gedacht, ist die nackig? Ist die schon wieder... Nee, Mina. Mina ist nackig, ne? Ihr mit ihrer... Leute, der rennt zu dir. Das ist wirklich einfach. Aber da müssen wir gar nicht hoch. Müssen wir da hoch? Hallo Mina. Oh, hallo. Äh, äh, äh. Wer schießt da? Lass dich doch mal gucken hier. Lass dich doch mal gucken hier. Ja, popo gucken hier. Ja, popo gucken hier. Meine Güte. Das ist nacken. Jetzt steht sie schon auf dem Schnappi. Äh, wo ist denn die Kiste? Die war doch eigentlich hier oben. Die hab ich schon genommen. Na, lass dich doch mal mal Chemie nehmen. Ich musste eben rauslaufen. Also, ich hatte eben da draußen ein Ziel. Ah, was für heiße Feger. Ja, die Kiste war hier oben. Ja, ja, ne? Hui. Sieke Python und seine Handlanger. Okay. Hier gibt's kein Team-Attack. Also, kannst du ruhig drücken. Okay, Peyton ist da. Wir nehmen es dir, wenn er das Schild hoch hat, auf die Beine zielen. Geh schon, halt von hinten. Ich hab die Kanone gestellt. Aber das war zu spät. Mach eins, Kiste. Zack. Komm ja schon. Patrone, Stoffreste, Leder, alles neu. Zack, meint. Wer hat sich tot? Und du hast heute mal mehr Wäsche gewaschen? Ja. Du bist einfach mal mit so hingekommen, was? Gar nicht so in Destillerie. Okay, 500, 900 Silber und 135, 165 Skillpunkte, ja? Genau. Das war's? Das war's. Easy. Du machst das gut. Mach weiter so. Oh, das Spiel lobt nicht. Ja, und wo kann ich das jetzt nachgucken? Hä? Und jetzt, guck mal oben bei Überlebens, weiß ich, was da steht, Überlebens, irgendwas. Ob du jetzt das hast mit den... Überlebensfahrt, genau. Tag 2. Ich sah eine Drei-Sterne-Festung auf dem Schürigkeitsgrad normal ab. Drei von drei. Siehst du? Zack, ich hab jetzt schon drei von drei. Du hattest ja vorher schon welche. Na, du hattest doch zwei gemacht. Ja, ja. Ach so, ja. Ach so, ja. Ach so, und die anderen beiden oder die anderen drei. Weiß ich nicht, braucht ihr noch einen Stronghold? Irgendwer? Ich will gerade gucken, wo ich das hier finde. Oben überlebens... Oben direkt der erste Überlebensfahrt, wo dieses Schild mit dem Stern ist. Der erste Punkt direkt. Und der oberen rechten Seite... Nee, das Problem ist, ich hab's nicht. Ich hab Teamplan, Drachenpagoje, Begrüßung, Vorteile. Na, links neben Vorteile. Ist ja wahrscheinlich schon abgelaufen, oder? Links neben Vorteile. Nee, nee, hätte ja noch mit angefangen. Plan. So. Überlebensfahrt. Guck mal beim Stream, da zeigt Jimmy das Symbol. Ich hab das nämlich nicht. Hä? Das ist es ja. Ist das schon weg, Britt hier? Du hast doch nicht vor mir angefangen zu spielen, oder? Bei mir geht das Ding jetzt noch. Ein Tag, 18 Stunden. Bis dahin muss ich die ganzen Aufgaben noch alle gemacht haben. Stress! Aber bei mir geht das drei Tage und acht Stunden. Dann hast du noch mehr angefangen. Genau. Wenn du anfängst, 24 Tage, äh, 14 Tage, glaub ich, oder? Ich glaub, eine Woche geht das. Sieben Tage, genau. Oder sieben Tage, oder? Von Essen bis zum sieben Tag. Ich hab ihr geschenkt der Ravens, äh, Funktionenvorschlag, tägliche Anmeldung. Join der Community, Missionenjob, äh, Neulingssägen. Nee, da nicht drinnen. Ganz raus musst du. Neben Vorteile. Also auf Terminplan. Nee. Ganz, 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 ganz links nach vorn. Neben Terminplan ist Aufbewahren, daneben ist Handel, daneben ist Vorteile, daneben ist Überlebenspfad. Ja. Genau. Ordinarik, Tag 1. Ich hab's nicht. Ja, Tag 1 hab ich quasi schon fertig, wir waren jetzt gerade bei Tag 2, schließe eine 3-Sterne-Festung auf Durchführlichkeitsgrad normal ab. Das hab ich gerade 3 von 3 erledigt. Jetzt haben wir das gerade gemacht, was wir gemacht haben. Falls da von euch noch jemand was weiteres braucht, machen wir noch eine. Das war gerade die Frage. Also, ich bräuchte die, äh, halte Linie fünfmal. Das musst du alleine machen. Ja, das ist klar. Und alles andere ist soweit abgeschlossen bei Tag 1. Aber ich hab das, äh, vorhin hat er mir das angezeigt und jetzt nicht mehr. Sonst geh doch einfach aus dem Spiel und wieder rein. Schließt den zweiten Tag der Haupthandlung ab, schließt in durchbrochene Verteidigung 15 Abschnitte ab, sie geht zweimal in der Luftfahrtbasis, gut gerüstet. Luftfahrtbasis ist PvP. Ja, das ist gut lustig. So, bei Tag 2 hab ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, von unten fertig. 1, 2, 3, 4, 5, dann bist du schon weiter als ich. Von unten. Ja, aber ich schließe eine Festungspatrouille hab ich. Verarbeite 500 mal Rohmaterialien, Lager beitreten, das hab ich eben aus Versehen gemacht, okay. Ja, hab ich auch aus Versehen gemacht, aber das ist gut. Dank euch konnte ich das Lager wieder auflösen. Erreiche Level 21 sowieso, erreiche in einer beliebigen Fähigkeit Level 5, das hab ich auch noch nicht erreicht, okay. Also unten bin ich bei der Vorletzte. Mir fehlt noch eine letzte Stufe, dann halt das Auto. Auto? Ach du, da bist du ja noch weiter als ich. Da bin ich halt gerade eben bei der 80 gewesen, da bist du ja schon bei 100. Ja. Ach, ja. Ich bin aber Level 64. Hätte ich dann auch noch gerne, ne? Hauptmission, Hauptmission, schließe Hauptmission, ja. Wo ich mal gucken, ich noch reinkloppe hier, wa? Das war gesagt, gestern auch Andorn. Ja und Jonas, willkommen, willkommen, Hallöchen. Also die Hauptmission musst du sowieso alleine machen. Andorn ist echt erst seit jeder Woche. Ja, dieser Überlebensfahrt, der gilt ja auch nur für eine gewisse Zeit, ne? Ich weiß gar nicht, im Stream, warte mal. Ich hab jetzt neu gestartet und... Ja. Ich seh's nicht. Weil, wie gesagt, äh, die hab ich ja fast alle frei geschalten. Jimmy. Die du eben hattest. Na, bei Tag 1 hab ich auch alles fertig. Bei Tag 2 fehlt mir noch, bei Tag 3 fehlt mir noch, bei Tag 4... Mit die, mit die komische Weste da, oder was er da eben gezeigt hattest. Na, also ich hab jetzt noch verbleibende Zeit, einen Tag und 18 Stunden. Das ist halt, man, es kommt immer drauf an, wann man angefangen hat, dann haben wir die ganze Zeit. Das ist wie bei Lars und Wolf auch. Du fängst halt an und hast 7 Tage oder 14 Tage Zeit, das alles zu erledigen. So, ich hab jetzt noch 6 Tage und 23 Stunden Zeit. Doch, ich hab noch einen Tag und 18 Stunden. Und du bist jetzt schon bei 120 fast? Ja. Du hast aber, hast aber ordentlich, äh, hast du ja Kass geblieben, wa? Jimmy, du kennst mich. Wenn ich spiele, spiele ich richtig. Nee. Ich glaube, das ist bei mir weg. Hast du denn eher angefangen, die Jimmy? Warte, was ich kann sagen, du hast nicht vor mir. Später. Ah, ja, nett, sie hat vor mir angefangen, ja. Ich hab, ich hab vor, äh, Jimmy angefangen. Dann ist der Überleben, dann ist der, dann ist der Pfad jetzt weg. Ja. Ich hab jetzt noch einen Tag, 18 Stunden. Ich wollte das Auto unbedingt haben. Ja. Also, das, was ich jetzt noch bekommen habe, ist ein Moped dazu. Hä? Das schwarze. What? Den Bauplan zumindest. Ach, ja, ja, ja. Das musst du aber jetzt mal bauen, das schwarze Moped. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, was können wir denn jetzt? Hey, also Jimmy, die Haupthandlung, die musst du ja alleine spielen. Das sind ja die Hauptquests. Ja, genau, ne, ja, ne. Und die Lagersachen kannst du eh nicht machen. Was können wir noch zusammen machen? Schließt du, äh, durchs Bohren der Verteidigung? Weil wir kennen ja noch mehr solche Lager-Dings machen, oder? Dieke zweimal. Also, das bringt uns dann nichts. Ja, ich würde mal gucken, was jetzt so was für den, äh... Na, guck mal Tag 7, da sind bestimmt noch paar Dungeons zu machen. Hauptmission, gewinne dreimal den Bezwinger der Eliten. Gewinne dreimal das Raven-Einladungsturnier. Ja, das sind... Also, Raven-Einladungsturnier ist Camp. Bilde mit einem Freund ein Team und schließe das 8. Stockwerk. Halte den Titel Eisenraven. Bilde mit einem Freund ein Team und schließe zweimal den herausfordernden Sondereinsatz ab. Na, den haben wir heute schon einmal gemacht. Ansonsten habe ich alles Tag 7. Tag 6, rüste dich mit 4, 3 Wörter Zusatzausrüstungsstücken... Was? Rüste dich mit 4, 3 Wörter Zusatzausrüstungsstücken aus. Verbessere 4 Slots auf Level 6 und den Rest habe ich fertig. Tag 5, schließe Hauptmission. Bilde mit einem Freund ein Team und schließe zweimal den täglichen Sondereinsatz ab. Aber heute schon, aber auch schon 1 zu 2. Bilde mit einem Freund ein Team und schließe einmal den herausfordernden Sondereinsatz ab. Schließe einmal den 13. Distrikt ab. Schließe einmal den Überfall auf die Eagles ab. Ich brauche einen Lagerbeitrag. Was ist denn das hier? Einmal über die Eagles. Äh, 1001 Block. Team. Ja, über die Eagles wöchentliche Belohnung. Aktivität. Team? Das muss ein Team gemacht werden, ja. Geht das? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Let's go. Let's go. Let's go. Ne, du musst auf, zum Event musst du gehen. Du bist auf Team gegangen, glaube ich. Ne, nicht da. Ah, da. Tag 5, nein, wo war das? Das ist das Distrikt. Überfallte Eagles. Los. Los oder Team? Es kursiert eine Information, dass die Eagles, die seit einiger Zeit kein Lebenszeichen für sich gegeben haben. Los, okay? Ihr habt ja ein Team. Schnell anwenden. Du bist bisher in keinem Lager. Ach so, Lager Event, ja. Ach, nee. Nee, das kann man nicht machen. Ich muss erstmal Munition nachladen. Nee, nicht auf schnell anwenden, dann gehst du wieder in ein Lager rein. Ach, ey, ist das ein komplizierendes Game. Was, eh, dann aber weiter, der kann man meinen Lucky streicheln. Der bettet schon wieder. Ja, viele sind Team-Aufgaben, glaube ich auch. Also Camp-Aufgaben. Luftlande-Versuch. Luftlande. Ich kann so. Klar, dann bist du heiß heute. Probier mal. Einfach. Event-Intro. Ich weiß jetzt nicht, dein Badeanzug. Drei bis vier Spieler Team. Täglich 10 bis 23 Uhr. Super. 10 bis 23 Uhr. Ja, 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 ja. Das haben wir nicht. Dank dir, Nödi. Wöchentliche Belohnung. Was haben wir hier? Los. Was ist das? Los. Aber mach Schwierigkeitsgraden normal, ne? Ja. Nichts, dass du da wieder... Täglich 3 bis 5 Uhr. Nicht verfügbar. Von 3 bis 5 Uhr nicht verfügbar. Alter. Du kannst 23 Stunden am Tag spielen, aber nicht in der Stunde, wo du das jetzt machen willst. Okay. Wöchentliches Teil. Was ist das? Los. Du musst mobiles Endgerät verwenden. Was ist das? Was hab ich jetzt geklickt? Keine Ahnung. Ich hab irgendwo draufgeklickt. Ich hab irgendwo draufgeklickt. Ich hab irgendwo draufgeklickt. Wir könnten doch Stützpunktparty machen, oder? Ja, die könnt ihr machen. Hat einer schon so einen Stützpunkt... Ja, ich hab irgendwo draufgeklickt. Ich hab irgendwo draufgeklickt. Meine Bank. Ja. Stützpunktparty. Hier, hier. Ja, ja, da hab ich. Machst du denn da? Achso, Stützpunktparty. Was macht er? Was tut er? Ich hab keine Ahnung. Zu weit vom Ziel entfernt. Alter, da musst du die Gruppe rufen wieder. Neugruppierung. Ah, du musst erst mal zu seinem Stützpunkt, oder? Ja, aber er muss erst mal lernen, was er machen muss. Das ist ein Tutorial dazu, glaube ich. Anfrage gesendet. Warte auf Bestätigung. Ja. Ich hab was geklickt. Ich hab was geklickt. Ich weiß nicht, was ich geklickt hab. Du hast aber noch da oben die Garnison drin übrigens. Nein, Netti. Geh doch mal auf Stützpunktparty einfach. Dann erzählt die dir schon mal die gute Frau. Geh beruh nach. Ah, Simi. Da bist du ja. Hm, was ist denn los? Es gibt mehr Überlebende als... Das hat das Leben für alle etwas daraus gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich... ...dass ihr euch keine großen Sorgen um Hunger und Krankheit mehr machen müsst. Ah ja, Verona, ja. Wer rupt denn da jetzt schon wieder? Natürlich ist das die Katastrophe... Was? Natürlich ist die Katastrophe nicht einfach vorbei. Aber man kann diesen Stress auch nicht ewig durchhalten. Und deswegen hatte ich eine Idee, die da wäre. Ich habe jemanden gefunden, der einen schicken Tisch mit passenden Stühlen gemacht hat. Du kannst doch ein paar Freunde einladen, um zusammen zu essen, zu trinken und zu quatschen. Ja, essen, trinken, quatschen. Genau das wollen wir doch. Wir haben sogar ein paar Quizfragen vorbereitet, damit es auf keinen Fall langweilig wird. Für richtige Antworten gibt es auch Preise. Oh, ha, ha. Hm, ha. Es ist wirklich einfach. Hier, ich gebe dir gleich den Tisch und Stühle und du kannst sie zu Hause ausprobieren. Okay, und jetzt? Jetzt musst du zu deiner Base. Und musst dich da aufstellen. Okay. Kann ich. Aber Engel macht mal ein Moped aus. Aber Jimmy, es wird keine Gitarre gespielt. Extremen Karten? Nein, nein, nein. Nach Hause. Ich bin nach Hause. I don't know what to do. Ah, YouTube hängt ganz schön hinterher, oder? Na, fünf Sekunden ungefähr, ne? Bist du länger? Bei mir stehst du hier im Video und quatscht noch mit der alten. Na klar, der Bildschirm. So, jetzt bin ich zu Hause. Und jetzt? Ach, ja. Jetzt gehst du auf Bau-Modus, wenn du drinnen bist. Bau-Modus? Ja. Und da holst du den Tisch und die Stühle raus. Innenbereich. Also, bei mir stehst du immer noch auf dem Marktplatz. Hier, Party. In dem Video. Jimmy. Vielleicht sollte ich mal auf aktualisieren gehen, oder? Genau, Party. Und den stellst du auf. Ja, da, willst du platzieren? Ja, hab ich. Okay. Tippe-Menü öffnen. Ich bin bei Jonas auf dem Motorrad. Mina ist schon da. Mina ist schon da. Mina ist schon da. Wenn du essen gehst, bin ich nicht weit weg. Ich sitze schon am Tisch. Deinen Platz einnehmen. Yay. Du bist zu mir kommen. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, wie das geht. Ich starte die Party. Nacken ist auch schon da. Netti, wo bist du? Ja, ich komme. Ich bin deinen nackten Arsch hier sehen. Der ist ja nicht ganz nackt, aber fast. Amina hat sich zumindest mit der Lederjacke angezogen. Warte mal. Ah, da kommt Netti. Guckst du? Ah. Ich muss mal erst was abgehen. Ey, nicht ob die tanzen hier. Hallo? Hallo? Wie geht denn hier Emotes? Hallo? Kann ich Emotes machen? Kann ich Emotes machen? Na, hallo? Im Sitzen darf ich nicht. Da unten am Chat. Ach so. Sehe ich noch nicht im Stream. Ach so, ja klar, jetzt. Die stehen ineinander. Bei mir. Wie kann ich Emotes machen? Wie kann ich Emotes machen? Ähm. Unten auf dem... Oh, ich habe das Spiel nicht offen. Ah ja, ich habe es gefunden. Danke. Unten war es schon ausreichend. Okay. Ist das eine Table Dance Party? Oder was macht ihr da? Weiß ich nicht. Oh, ich bin Schlagzeuger, ich habe keine Ahnung, von denen geht's mal. Oh, ich bin Schlagzeuger, ich bin drummin' man. Warte. pack weg pack weg meine armen Ohren Trubadour Level erhöhnt 230 Trubadour Level jetzt komm jetzt jetzt starte die Party ich weiß nicht wie ich das gemacht habe dass mein Gewehr so bunt ist das ist gut es geht nicht drück mal auf CD vielleicht spielt er was ordentliches ab man kann nur viel tun gleichzeit spielen ach verdammt 135 Trubadour wissen what the fuck Schimmi drück doch mal auf CD vielleicht spielt er was ordentliches ich glaube diese Rolle will ich nicht erlernen was schießt ihr hier unsere Mädels Hallo Starte Party ja bang äh Eistee Party jetzt muss ich doch was für Obst, Butter, Keks, Käse, Kuchen Backhähnchen was du willst mich ja mach mach die Eistee Party ich kann nix anderes ich kann nix anderes nicht genug Material nicht genug Material Eraststützung 7 und eine Gebäudewertung ich kann nur Eistee Party ich kann nur Eistee Party machen weil du tut mir leid Cocktail Party gibt's beim nächsten Mal Aktivieren Gruppenbelohnung Yay Verbleib 7 Sekunden Vorbereitung Ja klick drauf Ja klick drauf Yay Wuhuuu Ihr müsst Fragen überantworten ne Was? Was? Wie macht man in der Wildnis Feuer? Äh 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 Mit Schleckchen Antwort 8T Mit dem Handy ein Foto machen Kleber auf Holz Gießen lassen Äh 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 Ja das nehm ich auch Feuerstein Ist schon weg Muss was anderes nehmen Feuertechnik die Irokesen Was? Tee Hahahaha 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 Könnte sein Hahahaha Komplexe in den Film Du musst das extra richtig beantworten Hahahaha Hahahaha Für den Notfall sollte man einen Nahrungsmittelvorrat anlegen Welche Nahrungsmittel ergen es sich zu einer langfristigen Aufbewahrung? Tee Du hast Nahrung? Honig? Honig Hm Gerotten war falsch Tomate auch Hahahaha Hahahaha Shiba Dem dibospen ran Gerocious Du bist gewohnt Werden Hahahaha Faden Du wunderbar bak trzeba Hahahaha Dasktional Getrockenere Gerocious Grse Ich hab den Schw servi Die 1970 Aus 2 шw Gerocious Ich mach jetzt nicht ins Reklima, was? Wenn du redest mehr? Wart mal im Winterkühl im Sommer? Was für ne Wehle muss mehr? Alle falsch! Was? Hast ja nicht mehr viel... Sehr gut. Du hast es voll drauf. Was sind das für Fragen? Was kann man tun, wenn man in einem Sumpf gerät? Ertrinken, sterben? Strampeln und schreien? Schnell verlassen? Dann ist man auf den Rücken zurückschwimmen, strampeln und schreien? Breakdance, genau! Vor allem als Butterfly-Style schwimmen. Bewegung vermeiden. Nein, das wollte ich! Nein, das wollte ich! Bewegung vermeiden. Jawohl. Breakdance. Du bist klein, aber du kennst dich wirklich gut aus. Hey, kenn dich wohl. Äh, Chris abgeschlossen. Yay! Simi! Jaja, besser als Janus. Verlassen, okay. Die Belohnung für die Super wurde versteckt. Überlebende können weiterhin im Schlitzpunkt Spaß haben oder ihn auf das Haus verlassen. Kannst du noch so ne Party starten? Kannst du noch so ne Party starten? Nee, aber Nettie kann noch eine machen. Ich hab kein Essen mehr. Aber Nettie kann noch eine machen. Jeder, der so nen Tisch hat, kann das machen. Aber kriegt man den Tisch irgendwie, oder? Ja, durch die Quest, die Simi gerade gemacht hat da. Mit der... Aber können die bei mir aufstellen, den Tisch? Nee. Nein. Nein, du musst zu denen gehen. Du musst zu denen gehen. Ach so. Dann können wir mal die Luxusbüller von Nettie sehen. Genau. Muss Nettie da zu, äh, Chefin sein? Nö. Um unsere Party zu starten, brauche ich noch vier Obstteller und sechs Käsekuchen. Aber ihr könnt ja den Anführer wechseln. Vom Team. Können wir, okay. Glaubst du in der Raven-Hauptstadt, ne? Och, guck mal, Nettie haut schon ab. Nettie haut ab. Da komm ich schon mal hin. Da gibt's ne Tutorial-Quest für. Da steht es, glaub ich, direkt mit... Nettie, Führung geben. Da, zack. Zack, das ist Nettie-Führer. Wo ist denn der Raven? Äh... Gibt's Team? Hä, wo ist denn der? Nee. Redwood. Außenposten, glaub ich. Nee, nicht Außenposten. Ravens. Ja, wo ist denn Ravens? Gibt's nicht als Zone. Gibt's mal ganz kurz. Im Redwood. Äh... Redwood-Wald, oder... Boah, ich hab's Spiel nicht offen. Weiß ich das immer nicht. Ne, im Redwood-Wald ist es halt eben nicht. Da bin ich ja die ganze Zeit. Aber guck mal bei deinen Tutorials. Da ist es... Da steht's auf jeden Fall drin. Stutzpunkt-Party. Signsills. Oh, ich kann ja Nettie gar nicht besuchen. I'm marked a spot. Ja, warte, 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 warte. Ich hab keine Freundschaftsanfrage. Achso, Freundschaftsanfrage, wa? Ja. Schau da. Kann ich dich rufen? Im Team. Du kannst das Team zusammen rufen, wenn du Chef bist. Dann kannst du sie rufen und dann kannst du ihm eine Anfrage stellen. Nettie? Deine Badewanne ist besetzt. Warte. Warum ist noch eine? Ich will bessern, ne? Station freigestaltet, what? Glückwunsch, deine Freundschaft, was? Da, gell? Warte mal, du hast ein cooles Bett, hast du? Ja, die hat eine bessere Wohnung, wie eke. Riechst du das? Was ist das denn? Wieso schläfst du mit Hut? Wieso liegt das Stroh? Wieso hast du eine Maske auf? Warte mal, ich hab gerade eine Sequenz. Hä? Du bist gerade verschwunden im Bett hier. Ja, ich versteh auch nicht, wo ich gerade bin. Im besseren Garten hat sie? Du hast ein Laufband. Ja, hab ich auch. Komm mal zu mir zu Besuch. Hopp, 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 hopp. Hab ich nicht. Hä? Was ist das denn? Geil! Trainieren. Du trainierst jetzt auf dem Laufband. Komm mal bei mir besuchen, dann siehst du, dass ich das nicht so viel habe. Hehehehe. Hehehehe. Das läuft ja mit dem Laufband. Das hab ich aber auch schonmal schneller gesehen. Ja, ich bin mal mit dem dicken Bauch hier weißt du schnell, ne ne ne. Äh, ich muss einen alten Schlüssel finden. guck mal ich mache unterstützung ja ich bin voller energie hier ja wohl auch besser wer schießt denn da jonas ist auch da guck mal wir kommen zu meiner base ich weiß es nicht jonas aber du bist ja auf jeden fall bei netti ach du lagst im bett gestartet richtig was für eine quest die albtraum quest genau die gibt es wirklich wenn deine mentalität so weit runter ist und du schlafen gehst dann zwingt er dich in den albtraum und dann musst du da eine mission erledigen ja die habe ich gerade geskippt genau kannst du auch einfach rausgehen vor allem überlesen das habe ich gesagt gestern auch andauern welches spielst du genau überlebensupdate 30 ach je wie geht der stream aus hier ne werbung danke einladung ach so die rödelt bei mir warum was sehr merkwürdig also ich habe keine übertragungsprobleme und du hast immer noch kein du kannst keine party starten äh was ist jonas er hat kein captain ich denke du willst jetzt party machen dann musst du captain sein glaube ich ja ich kann ich kann das nicht aktivieren du hast immer noch kein captain du kannst keine party starten ich glaube du bist rausgeflogen durch deinen albtraum aus dem team kann das sein ja 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 warte hinzufügen netti einladen team einladung gesendet team ist zu voll event wir gehen auf team oben was muss jetzt abbrechen was egal was da gerade passiert macht abbrechen hier passiert gerade nichts auf team ich bin jetzt wieder dahin teleportiert worden wo wir gerade eben waren ich stehe hier bei den mädels team ach weil du bestimmt noch oben das ziel drinne hast netti führung geben du hast oben noch das garrison destillieren drinne du bist jetzt hingegangen zum event hast du geklickt lass netti in Ruhe oh krass ok jetzt bin ich wieder da du hast keine stützpunkt party veranstaltung du musst diesen komischen dichter erst bauen ja den habe ich doch hast du die kräfte hier meine team mitglieder sind nicht immer näher na da musst du auf neu gruppierungen machen hier bin ich doch dass ich mich da war deswegen am nom 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 wie modus ice tea party jawohl jetzt die wurde zum captain bescheuner genau 3 2 1 go ich stehe nur auf dem dach aber nicht pflanze sind essbar was ist denn der upas baum was herrnostererbse adler farm i don't know himmlischer bambus leider nein ich stehe auf dem dach ich liege im bett welche talente gelten als wofen fähigkeiten die handgranate weh die handgranate da ja auch granate auch auch granate und handgranate und ablenkungsbombe und elektrisches gerät wer ist möglich der raven truppe roman wir müssen doch retten gehen kathrin 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 ich habe so ja die dame getroffen mit ihren leoparden für den notfall sollte man einen nahrungsmittel vorrat anlegen welches nahrungsmittel eignet sich zur langfristigen aufbewahrung olig scheiße milchpulver netti vorhin hast du es noch richtig aber hast du es jetzt falsch gemacht das ist ja durcheinander und ja, hast mich überholt so jetzt können wir nochmal party bei mir machen wenn ihr wollt Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich mit den ganzen Sofas machen soll, aber... Hier, guck mal, da kannst du Belohnungen abholen. Hier, kannst du Belohnungen... Ich weiß auch nicht, wo ich mit die ganzen Möbel hin soll. Du musst mir mal besuchen kommen, Nettie. Dass ihr die ganzen Schränke verstecken könnt, das wisst ihr, ne? Wie verstecken? Na, dass die nicht alle zu sehen sind. Ihr braucht ja hunderttausend Schränke nachher, damit ihr alles verstaut kriegt. Also bis jetzt habe ich dann noch ganz gut hingekriegt. Was darfst du für Sofas hier stehen? Ja, ich habe die alle von Belohnungen für Belohnungen gekriegt. Dann komm mal zu mir, da siehst du auch jede Menge Sofas. Kannst ein Möbelhaus eröffnen. Ja. Vor allen Dingen, warum sitzt das Mädel im Damen-Sitz da? Warum? Damit du nicht gucken kannst. Sonst kommt der Schimmel, der macht dann wieder so und der macht dann wieder so und der guckt dann wieder. Warum im Damen-Sitz so sitzt keine ganz normale Frau. Ja, streng dich, ja, genau. Mach die City, die Kamera, genau. Immer die sich anders. Oder so, genau. Oder so, genau. Oder so ist noch besser. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Yoga, Yoga ist das Beste. Ja, genau. Du weißt denn da, Nacki, der Nacki muss mir noch spannend gehen, ne? Jonas auch, genau. Nacki, komm weg mal. Schmerkel. Oh, 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 Jonas, komm mal hier. Genau im Takt. Ding, 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 ding. Wollen wir bei mir die Party auch noch machen? Da musst du, du musst du Handführer sein, ne? Oder warte. Äh, Mina, ja. Stütz, Besuch gar nicht dich schon. Ja, ich glaube, du musst trotzdem Führer sein. Ich muss der Führer sein. Der Führer? Wie mach ich das jetzt? Hast du mal Jimmy zuguckt, wie er den Führertitel endlich weitergegeben hat? Oben links auf das Fädchen. Kommst du in die Gruppe? Auf Mina klicken. Ich bin jetzt auf Team gegangen. Genau. Und dann auf Mina klicken und dann zum Anführer machen. Da geht nur Geschenk geben, Stützpunkt besuchen, bereits in einem Team. Na, Mina, Mina, dann geh du unten als Käpt'n bewerben. Das geht auch. Äh, wo muss ich jetzt hin? Ich muss ins Team rein. Oben links. Unterhalb von deinem Level ist das Blättchen und da drunter ist eine Fahne. Mina, bis zum Ketten. Äh, hm, 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 hm. Nee, nee, hier ist keine Fahne. schon erledigt wo ist die party wo ist die party wo ist die party ich habe ich bin da und im haupte auch hoch ist ein pilz so kann man den naschen er war mal den pitt hast du doch auch gekriegt man sie hatten anderen glaube ich so ein pilz das kann man den naschen die genügend hier zum minjauti oder wie genau 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 auf neugruppierung so jetzt den schützpunkt Ich bin schon da. Ich hab nur auf das Team, okay. Guck dir das mal an. Was denn? Der hat sogar einen Fernseher. Hab ich auch. Der hat sogar einen Fernseher. Hast du keinen? Den gab es doch ziemlich viel. Nein, den hab ich nicht. Jetzt nicht mehr. Hey. Es gibt sogar, wenn man den Astralturm macht, für das Team gibt es auch ein riesengroßes Plakat. Da sind sogar Einschlächer drin. Jimmy, lass mal den Fernseher gehen. Komm mal, was haben wir? Also Jimmy, wenn du nicht weißt, was du mit der Wand machen sollst, mach es so wie bei Mina. Wo denn? Mit der Wand? Wieso hat der zwei Hundehütten hier? Hier in der Küche. Das hab ich nicht positioniert bekommen. Das Ding war so riesengroß und ich hab's nicht genau an die Wand dran bekommen. Nee, das ist auch eine Wand. Das ist komplett eine Wand. Ach so, ich hab das nur an, an der Wand dran zu bauen. Nee, nee. Doch, doch. Echt, ja? Ich hab's an der Wand dran gemacht. Ich sag euch, an der Wand hier geht's nicht. Da ist es so ein Abstand. Aber an der Wand geht es. Irgendwie muss man auch aufpassen, bei welchen, wenn man das... So, komischerweise, ich hab das an der Wand rangekriegt und dann nehm halt meine Dusche in die Stadt. Ich hab's komplett als Wand gemacht. Ich find das gut. Ich hab gern eine, eine, eine Tasse schwarzen Kaffee. Guck. Aber bitte türkisch aufgebrüht, ja? Kann man hier echt Kaffee machen? Nee. Gut, wollte ich schon sagen. Ich kann kochen. Ich kann auch kochen. Aber ich hab kein Material in der Tasche. So, Party. Hier ist Party. Party, genau. Wie starte ich die jetzt? Äh, du musst auf. Und danach kriegst du das Bettler auf 24. Ja, ich wusste. Dein Platz einnehmen. Lucky, hör auf zu Betteln. Du kriegst noch. Party-Soziologie. Der fängt schon wieder seinen Schwanz. Macht jetzt deinen Hund oben. Welche Festungen sind im Redwood-Wald? Uff. Haha. Äh, Holzfäderlager. Jawohl. Das steht ja. Ja, ich bin so dumm. Lake Town. Blackberry. Wie vermeidet man es, in der Wildnis von Mücken gestochen zu werden? Alkohol trinken. Nein, ich hab mir das Hemd losgetragen. Zack. Kurze Hosen tragen und durchs Gras laufen. Ein Gewehr tragen. Welche Windpflanzen sind essbar? Ein Tätschel? Was? Hm? Äh, jetzt lasst du mir nicht am, äh, 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 Wurzelkraut. Jawohl. Die Antworten, die ihr nehmt, kann ich nicht mehr nehmen, ne? Richtig. Ne. Und damit fallen immer welche weg, die falsch sind. Welches Event kann nur alleine gespielt werden? Nein. Seid, was ich kenne. Äh, 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 pf, äh, äh, pf, äh, 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 pf. eine melone auch ne wasser melone ist abgeschlossen aber es ist also was hat sowas in so einem game zu suchen genauso hier mit dem was habt ihr das kipp abgeben ja das ist da halt so eine greife gibt wo du einfach mal darts werfen kannst deswegen abwechslung genau wie sowas hier ist einfach nur aber du gewinnst du gewinnst hier im spiel ja sogar noch was viel abwechslung wir sind jetzt schon wieder 20 nach 4 und ich muss jetzt zum ende kommen also ich würde jetzt gute nacht sagen wollen müssen 65 kommen dass ich auf level 10 kommen mit meiner festung ja auch wieder sehen wir gehen nach hause weil du hast schon haust hier in das ist so ist ein schieber inu wo es denn ja war ja gut wo es ja nicht dass ich auf jeden rucksack reihe und ein füttelte einer spielte jetzt bei mir selbst nicht schön ich wollte den hund Spiel mit Lucky wegen Objekte in der Nähe nicht möglich. Was? Ja, jetzt. Passwort. Passwort? Nee, du willst weiter zurückgehen. Beste freundes Menschen, der dreimal, was? Du willst das Passwort oder was? Nee. He 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 he. Jetzt hat er ein Foto gemacht. Wenn sie schütteln? Kass, warum hast du denn das Passwort schon? Passwort hab ich gar nicht. Doch, hast du auch bei deiner Katze. Kopftetschen, Felsschütteln, um Weichel-Einheiten bitten, okay? Da hat der Dütz, da hat der Dütz, da hat der Dütz, da hat der Dütz. Hat deiner oben Rucksack bei? Warte, was kannst du, äh, äh, bei Netzi, was kannst du auch machen, äh, dass sie sich so am Boden rollt? Gar nicht. Guck mal, meine Katze, meine Katze, äh, trotz der Schwerkraft, die steht schräg an mir. Hat die Ohren Rucksack bei? Ich weiß gar nicht, wie ich sehe. Ja, ich glaub alle. Das sind alle, die du mitnimmst, auf jeden Fall. Die zu Hause sind, weiß ich nicht. Wie sieht man das? Netzi? Äh, wenn du den Hund gerufen hast. Da unten auf den Boden, dann siehst du das. Unten auf den Hund. Rucksack. Den Hund. Da hat meiner eine Hundemarke getroffen. Was ist hier links, oder was? Na, wo du deinen Hund rufst, oder deine Katze? Anrufen. Ja, genau. Ich ruf jetzt meine Katze an. Moment, ich ruf meine Katze an. Minky, hallo? Minky? Lucky, geh dazwischen, da bahnt sich was an. Äh, Netzi? Was? wie kann ich das jetzt hier machen der macht ihren heirats an und auch hier ich glaube die war nicht für mich bestimmt ich stand entwege ich werde nach hause gehen wir hauen ab Der Bucke ist höflich. Ach shit, der Job geht nicht. Die E-Gitarre fehlt dazu. Oh, kann ich sein, da warte. Oh, das ist so eine Gitarre, ey. Hat noch jemand Lust, meinen Stützpunkt zu sehen? Ich komme zum Schluss. Schnappi, schnappi, schnappi. Nacken. Tu, du hast 115. Du machst aber die Gitarre auf, du spielst irgendeine Scheiße auf deiner Tastatur. Du haust den Kopf drauf und du kriegst Rodeo-Punkte. Aber ich muss nochmal pipi, ich komme gleich. Schnappi, weiter, 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 weiter. Wie geht denn das jetzt hier? So. Nacken. Stützpunkt besuchen. So, ich bin gleich wieder da und dann muss ich ins Bett. Ich hoffe, du seid ja doof. Bis gleich. Ja, ja. Alter, du hast schon Geländer, ey. Wo hast du die her? Die kannst du herstellen. Na, ich kann die noch nicht herstellen. Ich habe noch keine Geländer. Bei Geländer ist bei mir noch null. Hast du die gekauft oder hast du die gekauft? Nee, die habe ich hergestellt hier an der Werkbank. Nee, aber ja, ich kann die noch nicht herstellen. Hier, komm rein in meine Werkstatt. Achso, ich kann deine Werkbänke gar nicht benutzen, okay. Nee, das ist klar. Nee, aber ich kann halt keine Geländer herstellen. Ich habe da keinen Bauplan. Ich jo, dummerweise. Es kommt alles noch. Ja, eben, du bist halt ein paar Level über mir, deswegen. Vielleicht hast du da irgendwelche Quests schon abgeschlossen, die ich noch nicht gemacht habe. Ja. Na, Stützpunkt ist ja 9. Weil bei mir hast du... Bei mir hast du ja auch gesehen, bei meinem Stützpunkt außen, da habe ich so Plattformen, da will ich auch einfach nur so Geländer rummachen. Ja. Dass die halt so außerhalb sind. Nein, ich habe das 3 halbiert, ungefähr, sodass ich da hinten die offene Garage bauen konnte, weißt du, oder Werkstatt. Aber ihr habt alle noch euer Hochhaus hier gelassen, das habe ich weggemacht. Welches Haus? Das Hochhaus, äh, hier, das Baumhaus. Ja, mein steht auch noch. Ich habe sowieso nur eine Bruchbude. Ich habe immer noch so eine Bretterbude und habe irgendwas draufgebaut, was ich hatte. Aber so ein, so ein, so ein, so ein Händchen für, für Kreativität hast du ja, muss man dir lassen. Kommst du rein ins Schlafzimmer? Ah, hier, da hast du schon vorgeplant, ja, für Frau und Kinder. Ja. Aber müssen die Kinder mit bei dir pennen? Oh je. Ja, der zweite Stock ist ein Anfang im Ausbau mit Möbeln. Aber im Schlafzimmer die Getränkebar hier. Ja, genau. Ich kriege ja immer durch, weißt du, nachts. So, hier ist mein Bad. Ja. Siehst du das? Da ist die Wand. I've marked a spot. Ich kann in der Badewanne die Kleidung waschen? Was? Wie machst du denn das? Da steht bei mir Bahn. Ja, meiner wäscht gerade die... Ach nee, der macht... Hä, habe ich von hier aus die Waschmaschine aktiviert? Ja. Lol. Guck mal, ich habe eine Toilette und ein BD. Hab ich gesehen, ja. Und da ist die Dusche. So, ich mache es mir mal in deiner Badewanne gemütlich. Ja, mach du. Geh da weiter raus. Ich habe Anstand. Du hast Anstand, aber dein Hund nicht. Lucky? Ah doch, ich darf jetzt auch raus. Hier kommt gut an, Lena. Gucken wir, dass wir eine Runde fern. Ibi. Ich habe gerade was Schönes aus der Tour gekriegt. Ibi. Entschuldigung, die Frage seid ihr doof, aber ihr... Ich bin seit Viertel nach sechs wach. Und wir haben jetzt vielleicht halb fünf. Was ist jetzt schon so ein bisschen lange? Aber es macht einfach Spaß. Es macht so krass viel Spaß. Kann das sein? Ja, im Fernsehen läuft halt nichts, Jimmy. Oh. Postik, komm. Und, Schnappi, du hast mir ein Bild von deiner Base geschickt, ne? Mhm. Da habe ich geschrieben, ah, nice. Nice heißt, äh, cool, schön. Ja. Du hast es zurückgeschickt, du hast es zurückgeschickt, was heißt nice. Ja, ich, äh, das ist, äh, hab ich, hab ich nicht. Deine Base ist besser als meine, das ist cool. Das ist nice. Das ist mega geil. Wie hat er übelst cool eingerichtet? Guck mal mit, das geht noch weiter. Sieht echt cool aus, ey. Guck mal hoch. Jonas ist auch wieder mit dabei. Ich krieg deine Tür nicht auf. Warum krieg ich die Tür nicht auf? Mach jetzt. Passwortgeschütz? Ne, ne. Hier oben. Boah, was ist in dem Wasser, was ist in dem Game alles? Du kannst doch viel Spaß haben. Einfach nur mit nichts tun. Du kannst einfach in den Kinder nachbarn müssen. Das ist meine eigene Tür drin, so. Das ist der zweite Etage, ne? Ich verstehe diesen Vorhang leider nicht. Es tut mir leid. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Weil kann ihn an der Stelle, wo er Sinn machen würde, kann man ihn nicht platzieren. Du kannst ihn nur an eine Wand packen. Und dann geht er mal auf und zu, wenn du gegen die Wand laufen willst. Was? Der Vorhang ist total dämlich. Weißt du, wenn du den hier hinpacken könntest, wo die Öffnung ist, wäre perfekt. Aber du kannst ihn da nicht platzieren. Da kannst du alles nicht hier blöd verstecken. Du, da ist einfach mit dem Moped hier oben. Okay, okay. Und wenn er dann in den dritten Stock wollte, dann müsste er die Leiter benutzen. Ähm, bevor du schlafen gehst, zieh doch deine Kisten. Aber hier ist ja gar nichts. Hier ist ja nichts. Eine Lampe. Licht ausschalten. Zack. Jonas macht. Oh, jetzt bin ich auf der Kari gelandet. Ja, komm, mach mich mal. Mach mich mal. Ja. Ja, so. Jetzt ist der dritte Stock. Du hast sogar ein richtiges Dach hier. Du hast ein richtiges Dach hier. Ja, das ist die Werkstatt, wo du gerade drauf rumdampelst. Was ist das denn cool? Ja, ich sag dir, das Game ist einfach... Kostet aber auch Materialien, was? Jenseits von gut und böse. Also, wenn wir... Richtig, richtig cool. Also, ich weiß es nicht. Wie gesagt, der dritte Stock ist noch gar nicht angefangen. Ich könnte ja, wenn ich wollte, bei mir zu Hause mittlerweile das sechste Stockwerk bauen, ne? Was will man da alles hinbauen? Was will man da alles hinbauen? Nachricht hab ich. Hier, gucke. Da gehst du hoch, eben halt über die Leiter. Um dritten Stockwerk. Und das ist komplett noch... ...unangetastet. Ich hab gerade was cooles aus... ...aus den Vorteilenkisten bekommen. Freundschaftsanfrage, Cati. Ah, ja. Nehm ich doch gerne an. Das ist schön. Rex kommt wieder nicht durch die Tür. Warum? Zu dick. Ja, so ein Haustier will ich doch noch haben. Eine Katze und ein Hund am besten. Ja, was hab ich denn hier? 1, 2, 3, mindestens 4 oder 5. Das ist schon voll viel Feld hast du hier, ne? Ja. Ja, 12, 16, 18, ne? Ach, kann ich auch erweitern, ne? Ja. Aber auch mit der Lagererweiterung hab ich das eben gekriegt, ne? Und vor allen Dingen, das bei Nettie hat mir gefallen. Wie sie ihr Gewächshaus ausgebaut hat. Na, da war ich doch gar nicht. Ja, ich... Wir laufen schon wieder 3 Stunden hier rum und machen gar nichts. Ich hab im Spiel heute... Boah, es macht Spaß. Es macht Spaß. Es macht einfach Kaffeechen total viel Spaß. Guck mal, hier hinten. Hier hinten drinne. Heik, meine Werkstatt. Oh, ist denn hier hinten? Da ist Nacken, okay? Und dadurch ist das Dach. Du hast... Du hast... Du... Du... Aber warum ist die Werkstatt hier offen hier oben? Du hast... Du hast die Giebel vergessen. Nee. Das ist mit Absicht, dass die Dämpfer abziehen können. Ach so. Weil es geht schon Stehen gibt im Spiel, warte. Wenn der Stimme wieder hier steht, sowas so... Warte, hab ich doch Kohle zu messen? Gemüsesalat. Hast du den Schieber her? Was für Schieber? Na, dein Hund, der Schieber-Imo. Ach, den hab ich durch den Sucher gekriegt. Da hab ich aus Versehen irgendwo mal was draufgeklickt und... Hey, ne, ne, da klickst du mal aus. Du sind irgendwo drauf und hast wieder fünf neue Quests. Äh, hier, diese komischen silberne Marken, hab ich noch 314 Stück. Und dadurch hab ich den Hund gekriegt. Silberne Marken. Du kannst den aber auch in ein Tierheim adoptieren. Ah, okay. Also das Gäbe ist einfach... Ja. Ich hab ja schon, fünf Stunden, wenn ich spiele, ist gar nicht. Ja, weil nach so fünf Stunden vor drei Stunden, ne? Vor fünf Stunden. Weil wenn ich bei bin, bin ich bei, dann musst du noch das machen, dann musst du noch das machen. Ja, aber ich will's ja auch nicht übertreiben, ne? Ich will's ja auch nicht übertreiben. Weißt du, dass du wieder drei Wochen durch bist und da sagst du, ja, scheiß Game, wir haben durchgespielt. Aber ich glaub, hier kannst du nicht durchspielen, ne? So schnell spielst du das Spiel nicht durch. Glaub ich auch nicht. Da kommt ja immer mehr dazu. Auf allen Dingen spiel ich ja meistens immer Solo, wie du siehst. Ja, ja, ja. Nee, aber manchmal kommt man nicht drumherum auch mal Gruppenspiel, äh, Gruppenaufgaben oder sowas zu machen. Ich will's aber nicht, wo ich den dämlichen Hasen hierher habe. Hasen? Du hast ne Hasen? Ja. Hier, vor der Eingangstürung, wo die Brünnung. So, so ein Deko, okay. Ja. Und der Blaue ist Stufe 3 Wende. Die könnte ich ja, wenn ich wollte, auch schon bauen. aber pass auf in dem game gibt es halt auch rates du kannst ich weiß nicht was man dafür machen muss oder ob das automatisch ob du kannst ja auch überfall werden das geht und dafür ist der tresor da den musste am besten damit die nichts kaputt machen musste er gleich sichtbar vor der tür stehen bei denen müssen die kriegen und den suchen die so lange so lange kloppen die der alles kaputt wegnehmen können sie dir nichts aber den tresor können sie können ja alles kaputt kloppen er muss nicht vor der tür stehen also wenn dann genau wenn du nicht willst dass du dir die base zerkloppen also meiner steht vor der haustür damit die den gleich sehen quasi wertvolles zeug ist da drin die kollegs holen genau also darum geht es wohl beim raid um diesen tresor den muss man finden da kriegt man wahrscheinlich auch irgendwelche belohnungen ich habe es auch noch nicht gemacht man kann ja ich weiß ich habe so gehört gesehen gelesen keine ahnung was man kann im game auch andere oder irgendwann läuft es darauf hinaus dass man pvp die andere spiele überfällt also im moment läuft es auf diesen tresor hinaus die kriegen also soweit ich weiß nicht die können die halt nur die ganze einrichtung zermöbel weil das verteidigen dass die maschinengewärme geholt genau man gibt ja dann auch außen verteidigungsanlagen genau die kann man auch mal holen aber im späteren verlauf und krosses ding hier das baumhaus könntest du wenn du wolltest auch abreißen genau da habe ich gerade meine werkstatt gebaut je nachdem wie weit dann ausgebaut ist ganz dort auch die sachen abreißen stützpunkt stützpunkt und dann auch wenn du davor stehst ne kannst du aber wenn du wenn du wenn du hier ein drückst auf gebäude plan du musst ganz unten und dann ganz unten auf gebäude plan und dann kannst du oben linke zone rechte zone kannst du da eine werkstatt hinstellen was das warst du bei wie hieß da was warst letztens bei dem typen da in der in der base ja von silverger der mann glaube ich der hat auch recht ohne grase stehen das war einfach nur so ein dieses dieses jungs und mädels ihr scheinen zu vergessen ich spielten über den emulator aber da ist dann kein gebäude plan du musst aber auch geben doch doch das ist krass dass ich glaube ich dass er hat das spiel über steam installieren wollen installations fehler bekommen und jetzt spielt das über dem emulator quasi als als würde das was du das würde auf android spielen zeig ihm das mal bist du noch im stream ja 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 ich gucke noch zu denn ich will klick mal oben auf dein menü und dann auf stützpunkt weiß ob das jetzt geht wenn du einem fremden stützpunkt ist das punkt und dann und dann ganz rechts unten hast du diesen gebäude plan da hast du rechts und da ist rechts unten gebäude plan da kannst du mal aufklicken das funktioniert bei den spieler befindet sich nicht in seinem stützpunkt warte mal muss muss ich ja zu meinem stützpunkt reißen genau muss man reißen wenn ich da drauf klicke macht er mir jede menge tor auf hier ja und dann oben hast du tor und dann gibt es noch linke zone rechtszone da musst du noch die reiter durchklicken um genau dann kommst du zum baumhaus da kommst du immer zum baumhaus ich muss nur hier vorlaufen baumhaus ja und dann ich könnte das irgendwie abreißen das geht so das ging bei anderen sachen aber im baumhaus geht das glaube ich nicht mit dem ende habe ich auch schon probiert am anfang ich muss das echt im internet nachgucken wie man das ausstellt so jetzt hat der baumhaus jetzt hat der baumhaus da drunter ist gerade werkstatt und garage ja und da kannst du aussuchen da würde ich jetzt eine werkstatt hin haben ja plünderer rufen ja da musst du raufklicken genau chemie da kannst du die tore einstellen welche tor du haben möchtest also je nachdem welches freigeschalten hast so habe ich okay ich habe auch geklickt da und oben hast du oben kannst du noch über den dingern hast du noch linke zone rechte zone da kannst du dann noch dein bett um ändern und dein haus baumhaus jetzt seid ihr kapiert so linke rechte aber kann man so weg machen genau das ganz oberste ist dann leere fläche ach so werkstatt aber da kann uns da kann uns jetzt hier die experte mal sagen wie wie kriegt man das hin dass man da neue baufläche hinbekommen geht das dass man da auch bauen kann selbstständig erweitern das geht nicht okay doch 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 du musst jetzt so weit ich weiß nicht jetzt ist mein baumhaus weg so weil ich jetzt auf die leeren fläche gedrückt habe genau es kann sein dass man darauf bauen kann das weiß ich aber nicht wenn man da eine leere fläche hinsetzt so jetzt wieder auf stützpunkt gebäudeplan rechte linke zone und jetzt geht zur werkstatt grundhindernisse geändert werden da der spieler im bereich sich ach ich befinde mich im bereich siehst du das toni ja das steht halt kann nur gebaut werden wenn ich denke mal irgendwann später wenn man das gegoogelt ich es gibt irgendwo nirgendwo dieses diesem fundament dings zu bauen ich stand ein weg bei der werkstatt so okay ich habe jetzt eine werkstatt jimmy werkstatt und jetzt kann ich da die ganzen geräte rückstellen ja ich denke mal später noch kommen ich hoffe weil ich wollte er auch ein bisschen breiter bauen und nicht so hoch werkstatt verwaltung so ist jetzt geht es glaube ich nicht wie gesagt die freifläche wenn man die dahin stellt beim baumhaus weiß ich nicht ob man da drauf bauen kann ja da hat er gemacht ich habe erst eine freifläche gestellt weil es vorher nicht ging mit dem mit der werkstatt und dann habe ich die werkstatt gestellt ja aber die werkstatt ist das gebäude richtig besser keine freifläche und dann selber drauf bauen das ist die frage sei da du hast du schon mal so eine andere base gehabt von bei dem lager warst da kann man irgendwie seine base woanders im bauen ist identisch aber du kannst nicht mehr in den außen stützpunkt anpflanzen und dank euch bin ich ja gott sei dank jetzt das lager erst mal wieder ich bin noch drin aber bei mir ist kaum einer aktiv da sind nur zwei drei leute ich bin ja fast ist das so schlimm da oder was wenn du da alleine versuchst war zu machen ist wahnsinn jetzt einfach nur dass ich die die belohnung von den aufgaben von den täglichen kriegt deswegen bin ich eigentlich in der glauben erst mal so schön jetzt habe ich auch eine garage ich warte darauf dass schien mannl eigenes lager macht ich bin dritte ja wie gesagt ja 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 sie ist mir leider glaubt er krediert wenn wir genug sind dann über den Machen, denke ich. Kommt ja auch noch mit. Na, siehst du. Sechs. Ihr Mann hoch. Sieben. Werk. So, jetzt versuche ich mal, Autowerkstatt, ja, Werkbank reinzustellen. Na, wir sind ja jetzt schon sechs. So. Jetzt wäre Jonas hier mit dabei. Das stimmt, Jonas ist auch noch da. Dann sind es schon acht. Wenn es, ja, aber das ist halt, äh, die Info, die ich habe, die müssten dann jeden Tag spielen. Also ich, ich, ich kann es nicht gewährleisten, direkt von vornherein gesagt. Wenn es, wenn es, wenn es, wenn es, wenn es für 15, 18 Leute sind und wir kriegen das gebacken, dann gerne, 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 gerne. Wie gesagt, wenn du den Werkstatt gestört hast, Jimmy, kannst du keine Geräte reinstellen. Ich habe es gerade getestet. Okay. Kannst keine Werkbänke oder was reinstellen. Weil ich habe manche Werkbänke doppelt, aber ich werde die nicht los. Aber ich habe immer noch nicht rausgekriegt. Ich würde ja gerne bis hin. Wie gesagt, ich mache gerne im Discord auch eine eigene Kategorie dafür auf, dass man sich aussprechen kann, wer wann online ist und wer wann wie wo. Autowerkstatt doppelt. Gruppenaufgaben machen mag. Und ich habe die Ressourcenwerkbank doppelt. Marco ist auch da. War mir schon zwei Minigans aus Verteidigung stehen. Okay, ja, cool. Bin täglich abends online, schreibt Jonas gerade. Ja, meinetwegen, also wie gesagt, wir können gerne was eigenes aufmachen, ob das dann Bestand hat. Weil man muss dann ja auch das Lager Punkte ranschaffen und dann noch mehr Punkte ranschaffen, um das Lager zu erweitern. Man kann dann auch so Lagergebäude, ich habe gesagt, keine Ahnung, ich finde es geil, also die ganzen Komponenten, die bisher drin sind, die würde ich mir von manchen PC-Game wünschen. Und wenn das hier ein Mobile-Game ist oder sein soll, ich finde es überragend, also ich kann mich jetzt noch nicht davon trennen. Oh, schön, jetzt sind deine Gießkanne in der Hand. Und wenn es dann die Möglichkeit gibt, noch mit anderen zusammenzuspielen im Lager, es muss halt jeder quasi seinen Beitrag dann dazu beitragen, damit das Lager bestehen bleibt, damit das Lager wachsen kann. Dann kann man dann auch nochmal Gebäude, ich weiß es nicht genau, ich weiß es nur von Erzählungen bisher, wo es dann hieß, pass auf, wenn du ein eigenes Lager machst, dann müssen so viele Leute da sein. Die müssen das und das am Tag noch machen und die müssen dann Punkte erwirtschaften und dann kannst du mit einem übrig gebliebenen Punkt noch das Lager erweitern und wenn es erweitert ist, dann musst du noch mehr Punkte, ne? Aber was heißt denn das müssen? Eben, wollte ich gerade sagen. Sonst zerfällt das, also ansonsten zerfällt das Lager. Ja, aber du hast ja einen Standard, der erste Standard, wo du reingehst, da hast du halt keine Zusatzgebäude und Zusatzevents und hast du nicht gesehen, aber musst du ja auch nicht. Dann passt noch mal was auf, also wie gesagt, passt noch mal was auf. Also du verlierst das Lager nie. Du verlierst das Lager nie. Naja, wenn keiner mehr spielt, dann schon, aber wenn so ein paar Mann täglich die Aufgaben machen, ich weiß nicht, wie viele Punkte man jetzt jeden Tag sammeln muss oder so, aber wenn man jeden Tag die täglichen Aufgaben macht, dann ist man eigentlich, also denke ich mal. Wenn ich sehe, was in meinem Lager jetzt, dass da immer nur zwei Leute online sind, also ein bisschen. Ja, die lassen noch zwölf Minuten, dann können wir die Mission machen, die 8,5 begeht. Warte, ich guck mal. Ja, genau, ich war schon wie in zwölf Minuten, ich habe ja die Mission von vorhin gemacht. Warte, pass auf, Simi Fläufli spielt auch. Pro Tag brauchst du 100.000 Mietpunkte. Was drüber liegt, kannst du nutzen, um deinen Clan, dein Lager, besondere Dinge wie Karussell etc. freizuschalten. Zudem kannst du als Clan jeden Tag besondere Dungeons und Events machen, die auch alle ordentlich Punkte bringen. Wir haben jetzt knapp über 20 Mitglieder in unserem Clan, aber nur drei Viertel spielen aktiv die Clanaufgaben und nur mit allem kommunizieren wir in den Gaming ein bisschen. So schaffen wir es, unsere Gilde wohl nicht die Miete dauerhaft zu zahlen. Also muss man mindestens ein paar Leute sein. Na, will der denn nicht, vielleicht wollen die Leute alle bei dir mit rein. Weißt du, dass sich zwei Clans zusammenschließen zu einem. Wäre ja eine Möglichkeit. Ich will mich nicht ins gemachte Nest von jemandem setzen. So geht es mir ja auch, aber jetzt ist ja kein gemachtes Nest. Wir machen das Nest dann ja erst, Netti. Wenn wir jetzt was aufbauen, machen wir, wir oder du oder ich oder alle, wir machen das Nest dann ja erst. Das ist ja das, was ich auch immer so sage, mit dem Carry lassen. Wenn jetzt da vier Leute auf 109 sind und ich gehe da rein mit 69, nee. Aber wenn wir jetzt hier so alle gemeinsam sitzen und sagen, ja, machen wir mal eigenes, pass auf. Ich bin ja auch in einem deutschen Clan und wie gesagt, da ist ja auch nichts los. Da kann ich ja auch mal fragen, ob nicht einer Lust hat, weißt du? Naja, passt ja immer schnell, dass dann, ne? Ja, eben. Ein paar Leute sind, die haben Ambitionen, die wollen was machen und ein paar Leute, das ist ja das, was ich auch sage. Ich bin auch kein, ich mag am liebsten schon, aber das Game jeden Tag spielen kann ich wahrscheinlich nicht. Ja, das macht ja nichts. Du kannst ja auch immer einen Anführer und Stellvertreter, weiß ich was alles. Du musst ja nicht online. Ich mag ja zwischendurch auch mal ein paar andere Games spielen oder mal eine Pause machen. Ich bin ja auch Familie, Vater, Ehemann und weiß ich was, ne? Berufstätig. Wenn die Erntezeit kommen kann, ich ja dann wieder groß nicht. Aber wenn dann halt noch ein paar Mann da sind, die sich um kümmern, dass dann noch die Punkte reinkommen, dass dann das alles am Laufen ist, vielleicht sogar noch ein bisschen erweitert wird, dann machen wir was anderes auf. Ja, probieren kann man es ja. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ja, Jonas ist da, ich glaube ich ist da, Mina ist da, Netti ist da. Kannst du den ganzen Tag machen, musst du ja nicht anders machen. Ja, aber wenn es halt die Gruppenaufgaben sind, dann müsste man sich dann schon absprechen. Dann machen wir das, 20, 30, 21 Uhr, eine halbe Stunde, Stunde und ich mache dann zwischendurch auch mal ein paar andere Spiele spielen. Ich mache immer noch Last of the Earth, ich mache dann mal mit Netti und Hope, mache ich dann das mit DFL Dynasty, dann mache ich vielleicht mal ein bisschen was mit Phobia, dann machst du ja, na klar. Jeden Abend ein paar andere Spiele, dann kommst du halt über Tag nicht dazu, wie ich bin, die zu spielen. Ja. Mal hast du doch noch das Gleiche oder alle anderen Spiele, ne? Ja, na klar. Ich will mich nicht auf ein Spiel festlegen, muss ich jeden Tag sagen, ich mache jetzt nur heute Abend Event und Gruppendinger und was weiß ich was, ne? Ein bisschen Abwechslung drin haben. Ja, vor allen Dingen, du spielst ja auch live auf Twitter, ne? Ja, das ist ja auch noch, das ist sicher. Und das noch dazu, wie Offstream, genau. Ich seh's ja immer. Ja, ja, eben, eben, eben. Und du siehst es, wenn ich gerade spiele. Ja, ich bin es heute noch. Ja, aber du spielst mit Lady Döschl, das hat nochmal einen anderen Hintergrund und Geschmäckel. Ja, aber ich spiel mit Daniel zusammen. Ja, eben, eben, eben. Prost der Knicker. Ja, das hat hier fast so was ähnliche mit Skam. Festung halten, festung halten, zusammenarbeiten. Das Spiel hier, das andere. Ja, das hat auch ein bisschen was von Skam. Das festhalten, zusammenarbeiten, beschaffen. Wirst du noch, wie bei uns da. Ja, irgendwie hat er ja doch, hier ist er eine eigene Base, ne? Ja. Ja, aber es kommt für mich herausfordernder als das hier. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich jetzt hier gerade noch bin. Ich bin ja noch nicht, man kann ja umziehen mit der Base. Ich weiß nicht, wohin und was es für Folgen hat. Dann hast du ein Außenlager an der Bagger, wenn du umziehen. Ich bin ja jetzt quasi noch so ein Safe-Gebiet, oder? Ich kann, glaube ich, jetzt noch nicht überfallen werden, oder? Kann ich jetzt hier schon überfallen werden, wo ich bin? Also ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das geht nur mit Lagern. Weil du im Lager bist. Und wenn du umziehst, weil ich halt aus, was ich nicht gedrückt habe, kriegst du ein Lager an der Bagger. Was heißt an der Bagger, ist genau das gleiche. Nur, dass es woanders steht und dass du da nicht bauen kannst. Das Außenlager. Du kannst in jedes Gebiet, kannst du umziehen. Du kannst in den Central Park ziehen, du kannst in den Kollerminen ziehen mit dem Außenposten. Aha. Wo du hin willst, wo du schön findest, kannst du nachher umziehen. Kostet Silber, glaube ich. Aber du könntest in jedes Gebiet ziehen. Dauert zehn Minuten. Genau. Und in die Campzone natürlich, wenn du ein Lager hast. Da hast du dann deinen... Aha. Ja, ist halt die Frage. Will man das, muss man das, braucht man das, ne? Ja, ist genau das gleiche in grün. Die Quests brauchst du halt, ne? Hast du ja gesehen? Es gibt halt also Events, die du nur machen kannst, wenn du in Lager hast. Im Lager, ja. Na gut, Leute, machen wir jetzt Feierabend, damit ich auch ins Bett kann. Dann machen wir die Mission eben halt in Gedanken. Ja, wir können ja alle mal drüber nachdenken. Und der Chemie denkt über... Ja, wie gesagt, ich mach dir alle im Discord eine neue Kategorie auf. Wo wir uns alle absprechen, könnt ihr das spielen? F11. Oder wo sich alle melden können, die, wo sagen... Ja, ich bin auch Anorn, oder? Kann man da einen Namen vergeben? Dann kann Schimi sich gleich mal einen Lagernamen ausdenken. Wenn du die Umfrage machst, kannst du dir das sagen. Ja, das ist die Schimi-Munity. Schimi-Munity. So. Lucky ist versorgt. Der hat noch... Ja, aber wenn wir... Wenn wir gesagt, wenn der Interesse besteht, dass wir sowas machen, dann... Dann ist da nicht so das große Problem. Also... Also ich wär dabei, so. Genau. Also ich würd auch sagen, wie schon gesagt wurde, wir können's ja einfach probieren. Wenn's nicht wird, dann verlieren wir ja nichts dabei. Ja, richtig. Ist ja kein Echtgeld. In manchen Spielen musst du Echtgeld bezahlen, weißt du? Ja. Brauchst du ja hier nicht mal. Und wenn's nicht klappt, dann klappt's nicht. Wie gesagt, ich will selber auch nicht sagen. Also jeden Tag das Spiel spielen. Nein. Nein, nee. Ist ja richtig. Nur aber so... Abreden, verabreden, Montag, Mittwoch, Donnerstag oder weiß ich was. Machen wir da die Gruppenaufgaben. Oder wenn noch andere dabei sind. Es muss ja nicht bei mir im Stream sein. Es muss ja... Richtig. Das war immer schon... Wenn ich noch was aufbauen, das muss ja nicht mein Stream, meine Community, meine... Äh, 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 nee, nee. Ihr könnt ja auch unabhängig von... Nee, nee, nee. Äh, nee. Nee, nee, nee. Wissen Sie, was ich meine? Nee, nee. Ja, auch unabhängig. Ihr könnt ja auch, wenn Nettie und Kati spielen wollen oder wenn Mina und Schnappi spielen wollen oder Schnappi und Mina oder, äh, weiß ich was, ne? Wenn irgendwer mit irgendwem irgendwelche Aufgaben machen will, äh, natürlich. Ja, und wenn du lagerst... Es muss nicht immer im Stream sein. Es muss nicht immer im Stream sein. Es muss nicht online... Zu meinen Online-Zeiten sein. Die könnten auch da mal so zwei spielen oder morgens um acht, wenn ich auf Arbeit bin. Ja, nein, aber was ich meine, ne? Das ist nicht... Es muss nicht immer so sein, dass sich alles konzentriert wird. Also, das ist halt dann das Schöne dabei, wenn man mit vielen Leuten durcheinander spielt. Der eine kann morgens, der andere kann mittags, der andere kann abends. Und dann findet sich einer, der kann auch morgens oder auch abends oder auch, ne? Und es finden sich immer Leute. Die Nachtschicht? Ja, ne? Oder am Wochenende geht es bei mir auch was länger. In der Woche halt nicht. Dann habe ich dann den einen Tag, dann mache ich was anderes. Dann mache ich, äh, Bastien Earth oder Medieval Dynasty oder, äh, Kebab Chefkoch oder weiß ich was, ne? Aber so ist es dann halt, ne? Wenn 30-40 Mann drin sind? Ja, dann, auf jeden Fall, wenn 30-40 Mann da sind, auf jeden Fall. Dann läuft es auf jeden Fall. Aber wenn es halt so 12 bis 16 sind und wurde so, muss dann halt auch der Schimel, die Schimel, die ich spiele, da habe ich nicht, da will ich aber auch die Spiel. Nee, so soll es dann nicht sein, ne? Dann müsst ihr Leute auch bitte dann das Spiel, weil auch wenn ich nicht da bin. Ich habe Röntgen, wenn wir mal gespielt. Es soll nicht an mir als Person hängen, dass dann halt die Leute sagen, auch, ich spiel doch nicht, dann mag ich auch nicht spielen. Nee, da sollen die Leute echt Bock auf das Game haben. Die sollen Bock auf, äh, gemeinsame Community haben. Und dann, äh, machen wir auch gerne hier Voice Channels auf. Ich habe im Discord ja noch und nöcher Möglichkeiten, ne? Ist ja nicht so, dass es jetzt hier so, oh nö. Wir sitzen jetzt hier in einem, in Anführungszeichen, versteckten Kanal, weil ich halt streame. Ich möchte niemanden dabei haben, der einfach so rein joint. Richtig, habe ich auch gemacht. Es ist einfach so, weil ich, man hat schon schlechte Erfahrungen gehabt mit rechtsradikalen, linksradikalen, äh, weiß ich was, ne? Willst du halt nicht haben. Du willst im Stream Leute dabei haben, die du kennst und den du vertraust. Oder die du halt dann in den Voice reinziehst. Aber wenn du dann halt außerhalb Streams auch noch Leute hast, die dann zusammen spielen, dann ist, dann, dann, dann lebt die Community. Dann ist das, dann ist das eine Community, ne? Genau. Wenn es nicht davon abhängt, dass der eine, der dann da gerade streamt, auch online ist, sondern, man spielt trotzdem miteinander, ne? Ja. Und wenn wir das aufbauen könnten, das wäre natürlich cool. Das wäre cool, das wäre cool. Und jeder und jede, die Lust hat und der Lust hat mitzuspielen. Und die Death, genau. Jedes Gerät, der ist immer online. Jedes Individuum. Genau. Das Gerät? Ich bin zusammen. Ich bin zusammen. Ich bin alles zusammen. Jeder, jede, jedes. Ach so, jetzt wollte ich bei dir Geschichte anklicken. Geschichte? Ja, bei der Rona Punkt 11. Im Stream. Ich habe keine Probleme damit, im Discord einen neuen Kanal aufzumachen. Nur für die Leute, die anderen spielen, wo man sich kurz schließen kann. Wo wir alles zusammenkommen. Wo wir, ne? Nein, machen wir. Genau, was haben wir jetzt? 5 Uhr. 5 Uhr! Gute Zeit. Ja, aber um da Schluss zu machen. Jetzt können wir das Event machen, genau. Gehen wir in den Fall. Nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich mache jetzt Alter 4 und gehe ins Bett. War aber super schön, dass ich alle mit dabei gehabt habe. Jawohl. War ein bisschen gesagt. Gerne wieder, aber ich kann nicht garantieren, wann so ein schöner Abwieder zusammenzustand kommt. Und wann kommt das schon? Aber deshalb wünsche ich mir, dass ihr vielleicht auch miteinander kommuniziert und sagt, hey, lass doch mal, du bist online, lass doch mal, dass du das machen. Wenn es eine Gruppenaufgabe ist oder weiß ich was, ne? Das machen wir bestimmt. Ja, radschön. Freundschaftsfunkte aufbauen ist ja auch immer, glaube ich, wie ich weiß es nicht genau. Glaube ich nicht. Ja, ich weiß halt immer noch nicht, was in dem Spiel hier so richtig ist. Das kann nicht schaden. Sagen wir es mal so. Ja, eben, eben. Mann, die hat mir Nettie wirklich einen Heiratsantrag gemacht? Nettie Blum? Ich weiß es nicht. Super Abend, gute Nacht. Ja, Paco, ne? Ja, ich schätze auch super schön. War viel, 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 viel Katscherei, aber so geht das halt, ne? Kannst du ja nicht den ganzen Abend lesen, das konnten wir dir ja nicht anziehen. Nee, also ich... Nein, 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 aber das macht beim Sauer zu spielen immer. Ja. Wollen wir jetzt mal ja auch. Wenn ein Text da ist. Ja, okay. Was machst du schon wieder? Verhungert der Verluste? Keine Ahnung. Wenn wir es detalchen lesen, lese ich es vor. Vor allen Dingen, weil ich halt nur an meiner Runkelrübe im Bild sitze. ich glaube ich kann sogar nicht davor stehe ja guck verlegen ich könnte jetzt sind den schuppen kann man kaputt machen ab stufe 4 kommt das krass ja das was auch entfernen perfekt ja schau mal was wird wie gesagt ich freue mich ja auch heute hat man schöne abend das war ein super schöner abend dass ihr alle mit dabei gewesen seit kathie die vielen lieben dank ja ich danke auch ich glaube ich vielen lieben dank uni oder mina vielen lieben dank netti vielen lieben dank super ich finde ich finde schön ich finde schön wir haben solche abende einfach zusammen spielen können nein einfach in dem sinne würde ich sagen schönes wochenende ja auch machen 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 was zu ihm aus und dann ist gut für heute oder jawohl tschüss schönes wochenende an alle auf die tschau hör auf zu winkeln sonst fällt dir der arme ab tschüss ganze